Ist es jetzt wieder besser? Ja, ja, sorry, sorry. Das passiert, wenn der PC so abgedingsbumst wird. Dann direkt manchmal der Sound von dem Mikro und allem anderen. So, warte, jetzt bin ich wieder Ratsplats. Verbinden. Verbinden. Das Einsteckergeräusch mit den neuen Kopfhörern ist so edel. Nice. So, da läuft alles. Tcam muss ich noch aktivieren. Woran lag die Übersteuerung? Ja, ich weiß nicht, das ist irgendein Problem mit dem ähm mit dem Digital Audio Wandler. Ich weiß aber nicht genau, warum. Irgendwie ist es nur bei dem einen. Ich weiß nicht, ob der kaputt ist oder ob es da einfach ein Problem gibt. Ich bin mir nicht sicher, warum. Jo, Küchendude. Mein Herrlichen. Guten. So, 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 so. So, so, so. Äh, geht die Tcam schon wieder? Äh, geht die Tcam schon wieder? Geschrocken, ey. Ich hab gerade gedacht, die halbe Kanne wäre einfach runtergefallen. Okay, das ist genauso ungeil. Alter, Schwede! So ein Kack! Jetzt, man, Alter, jetzt ist das... Jetzt ist das Ding runtergefallen und, äh, die Kerze, die da drinne war, hatte äh, zufällig geschwolzenes Wachs, das jetzt auf meinem Boden ist. Kleinen Moment. Äh, warte. Geh ich das denn jetzt am besten ab? Ich bräuchte, ja, so ein Ceranfeld-Kratzer wäre gut, aber wir haben kein Ceranfeld und kein Kratzer. Äh, warte. Äh, warte. So ein Kack, ey. 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 Wow. So ein Kack, ey. 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 So ein Kack. So ein Kack. So ein Kack. So ein Kack, ey. 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 Ich singe jetzt heute nicht, ich kenne ein Lied. Überraschung, aber wir könnten, Sie könnten ja singen, ich kenne ein Lied oder so. Aber für mich vielleicht, ich höre nichts. Nun, ich singe für Sie ein A Cappella-Stück mit meiner A Cappella-Mannschaft im Hintergrund, die Sie nicht sehen. Aber stellen Sie sich die einfach vor, das läuft schon, passen Sie auf. Geht dann gleich rund. Ich kann leider jetzt nicht, tut mir leid. Ja, mein Bulli, ja, ich bin. Auf einer Anhöhe Waage zu sehen, steht die Nebel verhangen. Türme mit Stufen zu steil, sie zu gehen, Mauern zu hoch, um dahinter zu spähen, Glanz und Größe vergangen. Gräben, die drohen, die Gründe durchqueren, niemals je zu bezwingen. Zubrücken, die das Passieren verwehren, Tore, die eisern den Zugang versperren, Ketten, die im Winde singen. Hier war noch was anderes, hier ein Typ auf jeden Fall. Das geht nicht die ganze Zeit. Unter den Toren führen Wege hinein, tief ins Innere sie dringen. Rüstungen stehen in reglosen Rhein, Wackeln, umhüllen sie mit dämmerigem Schein. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Ja, ja, der Rest ist vorher aufgenommen, nur er singt, die Gesangstimme ist seine. Also die volle Gründe erzählen von vergangener Zeit, in ehemals leuchtenden Farben. Die Brücken geöffnet, die Tore waren weit, die Burg, sie war stolz und erhaben. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen zu gehen, hoch bis hin zu den Zähnen. Kann ich sie dunkel am Horizont sehen, hunderte Festen, die warnen und flehen. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Das ist jetzt mein Platz. Nee. Ja, okay. Wie die Lava. Spielt ihr schon was? Wir sind zu weit weg, oder? Oh, ging super. Zugabe! Hammer. Das war die, die wir heute im Song haben. Wir haben das nicht. Ich muss das erst aufdecken. Ich glaube, man muss das mal aufdecken, oder? Ja, klar. Ja, klar. Ist das ganz klare Gangster-Sache. Das hier ist Sound aus der staatlichen Rentenkasse. Oh, klar. Ich bin und bleib halt dich. Die Nummer 1 auf den Weg springt ihr nach ins Gesicht. Ja, die Brille ist poliert und Bart ist gepflegt. Wenn's in die Online geöffnet, dann kreuzt ihr niemals unseren Weg. Kommt mein Enkel zu nah, dann heißt es für dich Game Over. Hast du Streit mit dem Opa? Heißt es Drive-By von Opa? Willkommen bei Zuki. Ihr seid alle unfassbar. Die Zeit mit euch ist einfach schön auf dem Rust-Platz. So, jetzt kommt noch ein Huck. Wow, aber der Beat braucht ein bisschen. So wie Shepard die Treppe hoch. Und jetzt. Opa, ha, hebt eure Hände hoch. Opa, ja, jetzt sind die Rettner los. Opa, jetzt sind die Charts zu sehen. Hier kommt Opa mit dem Krüksfall von 0 auf 110. Opa, ha, hebt eure Hände hoch. Opa, ja, jetzt sind die Rettner los. Opa, jetzt sind die Charts zu sehen. Hier kommt Opa mit dem Krüksfall von 0 auf 110. Komma. Yeah. Danke. Dankeschön. Yeah. Ja. 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 Das war schon mit Verstärker. Das kriegen wir in das Krüksfall. Sehr gut. Das sah von hinten, sah das recht amüsant aus, wie er da gehopst hat. Ja, das glaub ich auch. Ja, schlag es. Noch mal. Sie, hier, die Baumständer. Ja, gut. Vielen lieben Dank Opa für diesen Klassenauftritt. Noch einmal herzlichen Applaus für den Dopa. Ich bin Baumliebhaber. Ich hab jetzt einen eigenen Baum. Danke, danke. Und noch einmal ein Applaus an der Dopa. Ich glaub für Kay ist das aber so gar nichts, ey. Der bleibt immer die ganze Zeit nicht gesteht. Oh, danke, danke. Vielen, 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 vielen Dank. Ich hab hier noch einen spontanen Auftritt von einem Schokohasen. Okay, ich dachte schon, dass ich scheppert. Aber kommen Sie, kommen Sie auf die Bühne, kommen Sie auf die Bühne. Das ist ja wohl gerne, Junge. Ich hef nicht auf. Ich hef nicht auf. Ich hef aber auch nur mit fünf Metern. Geht das an, kann man da rein sprechen? Hallo. Guten Tag. Schucki, Schucki, Rassplatz. Genau, ich bin die süße Shana und wenn ihr ein paar Spielchen mit mir spielen wollt, dann könnt ihr gerne zu U18 kommen, weil das steht für über 18. Ich muss dringend los. Und deswegen gibt's jetzt für Sie den Schoki-Song. Wer von euch mag Schoki? Schreibt Schoki! 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 Jetzt los mit dem Schoki-Zong. Warum gibt's dich ein zweimal? Es ist hier etwas Süsses. etwas Süsses. Hier ist die süße Shana. Schocki, Schocki für dich Schocki, Schocki für die Schocki, Schocki Schocki, Schocki, Schocki Guck mal, die haben weh das beim Zuhören, ja. Und jetzt, ich hab Schoki für dich, ich hab Schoki für mich, Schoki, Schoki für alle, alle glücklich. Schoki, Schoki, Schoki. Schoki, 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 Schoki. Nee, das ist nicht Schoki. Oh, Telefon. Wer hat dein Handy nicht ausgeschaltet? Und dann lass' keine Spur, Detektiv geil, finde dich nur. Wandert's fern und weh, weh lein, Werden dich verzauern, also komm herein. Wir sind diese Waifu-Hexen-Crew, Wir werden dich verzauern, uh-uh. Hexendorf, so heißt es hier. Nötig der City, da zaubern wir. Zucka, zucka, eins, zwei, drei, Schau, kam an die Krone, Und jetzt, ich hab Shoki für dich, Ich hab Shoki für mich, Shoki, Shoki! Shoki, 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 Shoki! Shoki, Shoki, Shoki! Shoki, Shoki! Shoki, Shoki! Shoki, Shoki! So, Shoki, Shoki! Shoki, Shoki! You-Shoki! Oh, das ist K? Oh, kommt leidig an die Krone, Oh, nee, Krone, ist der over K? Jetzt kaufen sie alle ein bei Zuki. Die hat Zuki für Sie. Zuki! Da, Schlange, Schlange! Ich wünschte es wäre Nacht, aber man kann das ja nicht irgendwie beeinflussen, aber ist ja egal. Natürlich, natürlich habe ich für meine lieben Gäste auch noch zwei Songs. Wir müssen mal gucken, wie das mit Instrumenten funktioniert. Damit wir die Party mal hier ein bisschen auflockern, gibt es einen Spesselsong und zwar Dancemonkey. Funktioniert das Ding hier? Geil! Wollt ihr die Feuerzeige raus? Buddy, komm mal mit! Buddy, Buddy! Rumbling! Schöne Reihen! Ja, wutz! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Jantip, das ist okay. You know, I, I, I like your style. Oh, you make me, make me, make me wanna cry. But just to beg to see you dancing one more time. Though they say, dance on me, dance on me, dance on me. Oh, oh. Oh, I never seen everybody do the things they do before. They say, move for me, move for me, move for me. And when you're done, I make it do it all again. All again. And when you're done, I make it do it all again. I see you dancing. Danke schön, dass ihr hier heute gekommen seid. Vielen lieben Dank. Wow, das war großartig zugehen. Das ist ja ganz okay, ey. Leute, ich will anfangen. Too brauche. Und da steht du rein. They say, dance on me, dance on me, dance on me. Oh, oh. I never seen everybody do the things they do before. They say, move for me, move for me, move for me. And when you're done, I'll make it do it all again. All again. Auf Wiedersehen. Ich will! Ich will! Flughafen! Du kannst das Schößen von dir, Suki! Danke, 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 danke! Vielen lieben Dank! Ich hoffe, Sie trinken er noch! Und vergessen Sie nicht, der eierlose Becher ist heute gratis! Ja? Alles auf... Jawoll! Der eierlose Becher ist gratis! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Jawoll! Noch ein Song! Ein Abschluss-Song haben wir noch! Natürlich, natürlich! Ähm, und danach gibt's auch noch ein bisschen Rumsbums und Feuerwerk! Ja! Und ich hoffe, Sie genießen noch Ihren Abend heute! Ähem! Ich hab noch einen Song parat für Sie! Und schade, dass es nicht dunkel ist, aber der Song heißt, ähm, Limey to the Moon! Hm! Ja! Er hat ... Das war imos Das war weird. Feuio, Feuio. Sie bitte, äh, entschuldigen Sie bitte technische Probleme. Ja, geht sofort los. Geht los, geht los. Ähm, Climmy to the room. Was ist denn hier los? Ein quasi schönes Starbiss. Ja, ja. Da habe ich die Richtigen gefunden gerade. Schraubt sie. Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretiker. Rada sah musikalisch egal. Ganz kurz raus. Schraubt sie. Schraubt sie. Schraubt sie. Bei Louis haben die sich auch gefragt, warum du nicht aussingst. Ja, singen ist halt einfach nicht so mein Ding, ey. Und nur instrumental weiß ich halt nicht. Weiß ich hab das cooles. Amazing Grace ist doch ein schönes Lied. Ja. Schraubt sie. Ja. Schraubt sie. 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 Ja! Feuerwerk! Meine lieben Gäste, danke, dass ihr heute gekommen seid. Und ich will mich noch einmal an mein Team bedanken. Ohne noch mal, dass hier alles nicht entstanden ist. An meinen Mitarbeiter des Monats, den Tummy Thunder, Bodybuilder, Billy Boom, Ben Foxy und Daniel, vielen, vielen Dank an mein Team. Danke, danke, dass sie hier draußen sind. Ich wünsche ihnen noch viel Spaß heute. Vergesst nicht, was zu trinken. Stay hydrated. Ja, dankeschön. Oh, da ist eine Molone in der Luft. Das sieht so schön aus. Das nächste Mal sing ich dir gut tagsüber aus. Das nächste Mal sing ich dir gut tagsüber aus. Ja, pang da, Stöckchen, pang da, Stöckchen. Da hab ich immer noch drauf. Let it go! Let it go! Los! Los! Wenn Suki einkaufen. Das verwildert. Das sieht halt die Masse richtig. Einer hat's getestet. Ich hab vorhin auch schon im Laufe. Er war bedient. Ich nehm' einmal die ganze Ladung. Äh, ich hab' okay den Plan hat. Ich glaub' ich schock hier auf dem Himmel. Ach, besser. Ich war's nicht. Super. Wie fand ich, fand ich super. Haben die gut gemacht. Wirklich? Was der Hölle? Das war's dann wohl. Nix passiert, nur ein kleiner Unfall. Oh, scheiße. Warte. Ei, ei, ei. Geht noch nicht. Kann ich da jetzt wieder reparieren. Vorsicht. Ich hab' bestellt dafür. Müsst' man männlich sein, um den zu trinken. Und nicht so spülen wie sie. Wie konnte das passieren? Ich hab' sie mehr leer. Ach, schon. Mein Sieg, Herr Eicher. Oh, da, auf, trinken wir alle! Warte, warte, hilf. Au. Ich bin gleich wieder da. Ich, ich, ich. Genau, bau' du mal den Bubatz. Ich hack zwei auf. Nee, nee, nee. Wir waren feige. Wir sollten demnächst mal... Wir sollten demnächst... Ich geh' jetzt nach Hause. Was? Feierabend? Wo ist der Chef? Nee. Nee? Aber es wurde jetzt genug, äh, äh, Pause gemacht. Wir sind eine arbeitende Fraktion. Ja, ich glaub' für mich ist auch genug. Äh, weil... Also es ist alles so laut und so und alle sprechen durcheinander. Ist richtig. Wenn man das Sprechen nennen kann. Dann eben hat mir jemand ins Ohr gekotzt. Uiuiui. Äh, ich weiß nicht, ob der Chef noch bleibt. Ich weiß es gar nicht. Hat der Chef den Schlüssel? Natürlich hat der Chef den Schlüssel. Ich sollte jetzt sagen, wir gehen einfach zu früh sonst. Ist ja nicht weit. Ist so direkt um die Ecke in die Werkstatt. Hallo. Sie arbeiten doch beim Radio, ne? Nee, ich arbeite hier bei Rust Coast Custom. Da gibt's auch was. Ach so. Und Sie? Ich auch. Boing. Oh. Okay, dann guck' ich noch mal rum. Tschüss. Mein Auto, das hab' ich nicht. Ich bin... Ich flieg' nur Affenbeest. Ja, dann lass' laufen. Hä? Okay, wir laufen. Hey, Fliru, dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Für die drei Subs. Schade, dass es bald explodieren wird. Hallo, King John Moinerlichen. Ja, was heißt direkt nicht mehr interessant? Es ist halt, ey. Also, es ist halt einfach immer so viel. Gerade, wenn da Musik läuft und alle dazwischen reden und sowas. Also, halt alle irgendwie was zu sagen haben wollen. Hallo? Ähm. Hörst du mich? Oh, was? Sorry. Ja, alles gut. Was glaubst du, wann kommt der Chef? Nee, ich hab' den Schüssel abgegeben. Und du? Ich auch, richtig viel. Perfekt. Ich weiß nicht. Machen wir denn noch einen Betriebsausflug oder so? Haben wir noch was geplant? Also, in der nächsten halben Stunde müsste der Hubschrauber wieder kommen. Den will ich noch vom Himmel holen. Ja. Danach mach' ich vielleicht noch einen Panzer. Und dann mach' ich Feierabend. Oh, was macht man denn bei dem Panzer? In die Luft jagen. Ja. Achso, achso, achso. Ist das bestimmt bleifrei in deinem Herzen? Äh, ich glaub' ich muss noch ein bisschen mehr reingespitzt werden. Aber ich glaub' das kommt bestimmt noch. Okay. Ich hab' so'n Kribbel in der Hose, aber mehr auch nicht. Äh, könnt ihr den Panzer oder den Heli nicht irgendwie klauen oder so? Nee, ich glaube, also ich glaub' Panzern... Ich hab' keine Ahnung von dem Game. Aber wir müssen jetzt die Karte im Auge behalten und schauen, wann und wo da ein Hubschrauber kommt. Ah ja, alles klar. Ich schnüffel mal, müssen wir den kriegen. Jo. Ich schnüffel vielleicht gleich noch mal ein bisschen am Auspuff oder so. Da krieg' ich vielleicht noch ein bisschen, äh... Bleifrei ins Herz. Das kann sein. Ich kann aber richtig Gas geben dann. Äh, Heli stehen wir vor meinem Ding. Nee, das ist so'n Attack-Helikopter, den man glaub' ich abschießt und dann lösen. kann. Äh, und ich glaube, die Panzer kann man auch kaputt machen. Ähm... Es gibt so'n paar Helikopter, die kann man kaufen und so. Hä. Wir können doch umräumen, solange bis es soweit ist, ne? Ja, das können wir ja schnell machen. Muss getarnt werden, muss dat. Wir bräuchten drüben vielleicht noch so, dass ich ne Werkzeugkiste oder so. Bitte? Ne Werkzeugkiste für drüben oder so. Au. Ähm... Ja, können wir noch da hinstellen. Die ist auch ein bisschen dunkel, ne? Hat der Chef jetzt eigentlich einen Generator mitgebracht oder nicht? Ne, ich glaub' immer noch nicht. Der ist auch immer noch da, ne? Wetten, der hängt noch an der Flasche, das Schwein? Ja, bestimmt. Da, Papa, oh, gute Nacht, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Mh, 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 mh. Ah, aber den Samen weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir die überhaupt brauchen. Ähnlich gesagt. Mh, das Ökern glaub ich auch hier rein. Bluntmini. Ah, klar, das wird wieder so dunkel. Ich brauch, ich brauch so ein Dixbombshelm hier. Kannst du noch was drin sein? Ah, klar, das wird wieder so dunkel. Ich brauch, ich brauch so ein Dixbombshelm hier. Wir brauchen auf jeden Fall Schrottkisten noch. Oh ja. Oh ja. Kannst du aber noch abholen. Der steht ja auch noch hinten rum. Ja. Ich kann nicht hinfliegen oder hinfahren. Das ist ne gute Idee. Also eins von beiden würde ich gerne gemacht bekommen. Ist das der Chef? Chef bist du's? Natürlich ist das der Chef. Hallo? Wir sind vorbildlich direkt nach der Party zurück, um direkt weiterzuarbeiten. Oh, sehr schön. So gehört sich das für gute Mitarbeiter. Wir haben schon fast alles umgeräumt. Oh, das war so gut von Baloui. Richtig schön. Sortiereboxen, da schlägt mein Herz höher her. Ja, wir haben gerade, wir müssen gerade alles ein bisschen umbauen. Jo, Bugelkuch. Schön, dass du reinschaut. Zulichin. Hier geht's dir. Ja, mehr konnte ich leider nicht. Nur 30 Sekunden länger halte ich nicht durch. Ja, den Knopf runter zu drücken ist auch ganz schön anstrengend. Untertitelung. Hmmmm Got'em all Ich mach da Werkzeuge rein, ja? Oder kannst du die noch umsprayen, damit da Werkzeuge draufstehen oder so? Kann ich machen, brauch ich nur ne Sprüh, ne? Ne Sprüh, Sprüh Wo fährt der Chefin? Kein Plan Der hält doch nicht an, wo fährt der denn hin? Ich weiß es nicht, der hat mir nichts gesagt Wahrscheinlich wieder gestanden Was soll denn das? Ich nehme die Jö Interessen Auch Jöne Ich gehe Jöne Auch Ich gehe Ich gehe Jöne Ich gehe So, Tier 1 Tier 2 Tier 3 Soll ich dich schnell hinfliegen? Ja Ja Mein Heli steht bei dir auf dem Dach, du Vogel Soll ich dich schnell hinfliegen? Was ist das denn hier? Oh, hoppala Pass auf, die kann man nicht unendlich oft aufheben, irgendwann ist die kaputt Gib mir das mal bitte, ich mach das mal lieber, leuchte du Ne, ich krieg das hin Okay Alright Okay, das war das letzte Mal, nochmal aufheben ist nicht, danach ist sie kaputt Alles klar Wir wollen nicht, dass sie kaputt ist Das werde ich nicht Stopp Ja, wie hast du so eine Truhe da runter bekommen? Ach guck mal, da geht's Bis gleich Jo, bis gleich Bin ja schon da Guck doch nicht so laut Vielleicht, wahrscheinlich passen da nur kleine Kisten runter, ne? Jo Podcast, gute Nacht, schlaf gut Danke, danke, dass du da warst Kraft Ja, so Saaten und sowas, kein Plan, ey Ich mach erstmal da wieder alles rein, wo ich camp Im Planer, wo es hin soll Da passt da auch bestimmt eine große hin, oder? Oder zwei kleine, ich weiß es nicht Da passt da bestimmt eine große rein Da passt glaube ich auch noch eine rein Hallo, guten Tag, ist jemand zu Hause? Oh, hallo, hier hinten Hallo Herr Sohn Oh, guten Tag Werner Sohn Was sagt sie zu uns? Meine Scheibe wurde aus meinem Auto entfernt Und ich hab mir überlegt, ob sich das lohnt, das zu reparieren Oder ob ich mir besser ein neues Auto hole Äh, das hier ist das Auto, richtig? Äh, das da Mhm, mhm Ja, richtig Lass mich mal schauen hier Aha Weil das hat ja keinen Kofferraum und das ist ein bisschen blöd, ne? Brauchen sie denn einen Kofferraum? Ja, wär schon nett, ne? So, wenn man so Sachen transportiert und so sammelt Mhm, mhm Äh, lass mich mal ganz kurz im Teigelager schauen Ja, okay Ähm, ich bin gleich wieder da Äh, ich weiß nicht, ob wir gerade so Kofferraum mäßig was haben Nur unter den Fortschrittstisch Aber ich bin mir sicher, dass Kay da vorhin was drunter geklemmt bekommen hat Was ist mit Engine? Hab ich irgendwo hier drin ein Auto mit Ladefläche? Haben wir hier keine Ladefläche? Das ist mega nervig, ey Hm Äh, wenn sie eine Ladefläche möchten, müssten sie ganz, ganz kurz warten auf meinen Kollegen Da müsste gleich wieder kommen Ja Ja, geht es, äh, kann man das hier umbauen, oder was? Ja, 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 kriegen wir hin, kriegen wir hin Ja Oh, das ist ja super freundlich, danke schön, Mensch Ja, gerne Ich ruf ihn mal an Ja, ja, ja Hallo? Äh, hallo, ähm, Kay, ich hab hier einen Auftrag bei der Werkstatt Äh, kommst du gleich wieder? Ich bin gleich wieder da, ja Alles klar, dann bis gleich Jo, lai, lai Okay, mein Kollege kommt gleich rum Äh, wenn sie möchten, dann kann ich Ihnen schon mal unser neues, äh, Custom, äh, Rust, Car, Custom Shop zeigen Ja, 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 würde mich interessieren So, hier ist neue, moderne Ah, hübsch geworden Hier wird man, hier kann man auch Helikopter mal später kaufen, wenn man nicht da hinten zu dieser Banditen Village kommen, äh, will Hier haben wir ein paar schöne Ausstellungsmodelle Die sind aber ein bisschen teurer, ne? Ja, ja, also die sind nicht ganz günstig, die sind auch alle hochqualitativ hochwertig Aha, aha Äh, hier, hier drin sind eher die sportlichen Wagen hier, die kleinen Flitzer Ja, also damit ist nicht, nicht zu spaßen da Wenn man da mal aufs Gaspedal kommt Ja Ja, 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 sieht auch gefährlich aus, der Motor Ja, hier ist unsere, unsere Werkstatt, hier sind wir gerade noch so ein bisschen am Tüfteln Hier kommen dann noch, äh, die, äh, die Autodinger hin Ja, die, die Hebebühnen, okay Genau Und, äh, schauen Sie mal hier, gucken Sie sich mal hier, warte, das sieht man besser von oben, glaub ich Aha Ja, aber Mensch hat es ja richtig gemacht, seitdem ich hier Praktikum gemacht hab Ja, schauen Sie sich mal hier den Ausblick an hier Wir können mal schöne Abende verbringen Ach, hübsch Ja, wollen Sie hier oben auch noch Autos hinstellen oder nur Helikopter? Hm, also ich hab mir überlegt, ob ich vielleicht hier doch mal ein Auto hinstelle, aber das ist gar nicht so einfach Und, äh, das hier ist der Privataufzug für Ja, so, so, na, das würde was fair machen Ja, das ist der Privataufzug für unseren Chef, der ist noch nicht ganz funktionsfähig Ah, einen Boot haben Sie auch, ja? Ja, wir haben hier alles, also bald gibt's hier auch noch U-Boote und alles, was Sie möchten Ah, U-Boote, okay, okay Ja, krass So, ich glaub, mein Kollege ist gleich wieder auf dem Weg Ach ja, kein Stress Und, hatten Sie heute ein anderes Praktikum? Ja, ich wollte heute eigentlich ein Praktikum beim Restaurant machen, aber die haben mich irgendwie vergessen Die, Frau Suki, hat sie vergessen? Ja, 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 das hat nicht so gut geklappt Aber ich war ja heute bei der Schnitzeljagd beschäftigt und morgen bin ich bei Hot, Hot Trust Tab Die machen um 18 Uhr auf, also wenn Sie, wenn, wenn Sie hübsche Frauen gern angucken, äh, für ein bisschen Scrap, dann, äh Na ja, sind Sie da bestimmt auch herzlich eingeladen um 18 Uhr Bis auf U18 an der Kreuzung, da Ja, ich glaub nur, ich hab vorhin den Anruf bekommen, dass ich ne Teilnahme gewonnen hab an, äh, irgendwie so nem Parcourslauf oder sowas Und das wird auch morgen sein Oder warte Ist das auch morgen? Ne, ich glaub, das ist am Donnerstag Ne, mit dem Parcourslauf? Ich glaub, am Donnerstag hat er gemeint Meinst du, das mit Parcours und Helis und so Zeug? Ne, 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 noch was anderes Ich hab da ne Teilnahme gewonnen Ne, noch was anderes Oh, okay, wo kann man, wo konnte man sich denn da eintragen? Äh Das ist ja interessant Ich lass mich kurz im Handy gucken Äh, ich glaub Wo ist sie denn? Ach, ich muss nochmal nachfragen, wer mich da angerufen hat Ich muss gucken Ja, ist auch nicht so super witzig Ich bin sowieso schlecht im Parcours Also ich hab heute war das nicht so irgendwie im Parcours verschissen Deswegen bin ich nur auf dem 8. Platz gelernt Aber 8. Platz ist immer noch ein 8. Platz, ne Also, ja, ja, das ist okay Ach, das klingt doch ziemlich gut Da waren doch ziemlich viele Leute, oder? Ja, ja, so 50 oder so, ne Ja, das ist doch der 8. Platz schon sehr gut Ja, aber ich hätte bestimmt, ne Mit ein bisschen Glück Aber Top 10 Alles okay Was halten sie denn eigentlich Ich kann nicht erwarten, dass ich erster bin Oh, sorry Was halten sie denn eigentlich hier von unseren schönen Garagentoren? Ja, die sind hübsch Also die sind hier sehr, 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 ne Also, weiblich Ja Können sie bestimmt auch oben verkaufen An die, von dem, von dem Hot-Ross-Tab Oh, stimmt Ist ja gut ansehnlich, ne Ja, sagen sie es niemandem Aber ich glaub, der Herr Kay hat da so einen kleinen Fetisch oder so Hm, ja, so viele wie von diesen Mädels Weißt du, also wenn der Herr Kay dann kommt Dann muss ich ihm auch mal sagen, dass der Hot-Ross-Tab aufmacht morgen Ja, ja, sagen sie ihm das Aber sagen sie ihm nicht, dass ich Ihnen gesagt hab, dass er einen Fetisch hat Ne, ne, ich sag ihn da Ne, ich tier sie da nicht mit rein Ja, gut Mann, wo bleibt er denn? Er ist immer noch nicht losgeflogen Aber ich kann, äh, wir können hier im Wagen schon mal, äh, auf die Rampe fahren Ja, ja, ja Was kostet es denn ungefähr, ich bin nicht so reich Äh, also ich denke mal, dadurch, wir kriegen ja quasi, also, äh, wir kriegen ja quasi das Passagiermodell, geben sie ihr ab und das tauschen wir dann aus, gegen so einen Kofferraum Äh, also ich denke mal so 50 Scrap oder sowas Ja, ja, und ne Scheibe, ne? Ja, ja, die, die Scheibe ist dabei Der Rest sieht, glaube ich, noch gut aus Also fährt noch gut, glaube ich Ja Ja, aber hat sich, finde ich komfortabel Wir können das sonst noch mal unter die Haube gucken Ja, 50 kann ich mir leisten, das ist okay Äh, könnten sie mir Ich hab nur gestern drei Stunden Schild gemalt und dann hab ich nur 100 Scrap dafür bekommen und das ist, äh, aber das ist ja nicht schlimm, bin ja holler die Helfende Waldfähig, helfe ja jedem, auch wenn er kein Geld hat Deswegen hoffe ich immer, dass wir den Leute ein bisschen Rabatt geben Oh, ich hab hier, ich hab hier wunderschönes Schild bei mir Schalukat gesehen Schalukat? Ja Ja, ja, der ist aber am 100 Scrap 100 nur? Ja, der, also, hat mir aber auch einen guten Joke erzählt dann Ah, okay, gut Äh, vielleicht könnten wir schon mal einen Schlüssel geben, dann fahr ich den schon mal rein Ja, Moment, an dem Schlüssel stehen auch noch meine Notizen, also Oh Sooo Händen sie zufällig noch einen, noch einen, ähm, Kürbis oder so übrig? Na klar, warte, das gehört zum Kundenservice Komm mal aus dem Restaurant, weil irgendwie bin ich fast verhungert Oh, holy moly, ich auch Ha Oh, dankeschön Wir haben wahrscheinlich zu viel gesoffen und deswegen haben wir wieder Hunger Ah ja, also die ganzen eierlosen Recher sind mir schon ein bisschen auf den Magen geschlagen Wissen Sie, ob es dem Herrn Radler schon ein bisschen besser geht? Mhm Der ist ja jetzt, äh, ne? Nee, ich glaub nicht, ich hab da auch, ne, hat man nichts mehr mehr gehört Ich glaub, der ist ziemlich fertig Oh, der Arme Ja, und der liegt seit, oh Gott, ja, der liegt seit Tagen hier in der Ecke Oje, oje, oje Ja, der sieht doch echt nicht gut aus, ne? Nee, wir haben den extra kick angezogen Ist doch eingeholt Ja, ja, glaub ich Warte mal, ich ruf mir nochmal an, das kann ja nicht angehen hier Ja? Hey, beweg deinen Arsch hier hin Die Kundin wartet Was ist das denn für den Kundenservice hier? Wer ist die Kundin? Ist die wichtig? Ja, die ist wichtig Okay, ich komm gleich Ich brauch hier nen Kofferraum Ja, alles klar Mann, Mann, Mann Immer die sofort gesetzten Nie wollen sie arbeiten Nimm den Job nicht so ernst, ne? Nee Nja Echt, bin Chef, ich arbeite nicht mehr Ja, hallo? Ja, Werner, ihr Flachsmann Ich hör mal fragen, ob du noch fit im Chef bist Um irgendwas zu unternehmen Ja, ich bin noch fit Wir können gleich was unternehmen Ich hab hier grad noch ne Kundin Und ich muss noch auf meinen Chef warten Und dann können wir uns mal treffen Ich guck mal, was hier noch so geht Weil irgendwie müssen wir noch so ein paar Dinge anledigen und uns austauschen Äh, ja, gib mir so Ich würd's auch sagen so 10 Minuten, 15 Minuten Dann ruf ich nochmal an Ja, macht dir keinen Stress, ich find schon was Bis später Bis später Junge, Junge, Junge Junge, Junge So, ähm Wir können noch Ich wollte nochmal drüben was gucken Ja, ich weiß nicht Wir können noch mal drüben was gucken Ich bin noch nicht Mal drüben Ja, ich bin noch ein paar Ah, hier gibt's ja, ja, okay, hier gibt's das Storage, ja, ja, ja. So, ja, okay. Ähm, vielleicht, ich hoffe irgendwie, die bringen mir auch mal so langsam bei, was ich so bauen kann und sowas. Ich hab noch gar nichts gelernt hier in Wirklichkeit. Ich schlepp immer nur Sachen hin und her. Ui. Das ist ja nicht so schön. Ja. Also, da würd ich mich einfach beschweren, wenn ich nur schleppen müsste. Ja, muss ich, glaub ich, so langsam mal machen. Also, ich dachte ja schon, das wär schlimm, so mit dem ganzen Heutzhacken. Ich hab ja auch nicht so viel gelernt, ne? Also, ich konnte nicht mal ne Motor- und Vergasautos scheiden, also. Und dann wurde ich angeschrien. Ja, sie waren ja auch, sie waren vielleicht ein bisschen früh hier, da waren wir noch gar nicht so hier vorbereitet. Jetzt könnten wir ihnen schon viel mehr zeigen, aber. Ja, 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 ja. Also, wenn sie Zeit haben, können sie ja vielleicht nochmal irgendwann vorbeikommen. Vielleicht Ende der Woche nochmal. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Gerne. Und dann sind sie auch organisierter. Ja. So mit Helicoptern würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn sie die dann hier haben. Ja, ja, ja. Dass ich da vielleicht nochmal vorbeikomme. Ja, genau. Und so Betriebsausflüge, da kann ich ja trotzdem auch mal. Also, rufen sie mich gerne an, wenn sie Betriebsausflug-Urufung brauchen. Ja, vielleicht machen wir sogar gleich noch ein, äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was, äh, was okay vorhat. Aber vielleicht machen wir gleich ein, vielleicht können sie ja wieder mitkommen. Äh, vielleicht. Also könnte man ja auch das Auto so bezahlen, ne? Ja, da könnte man vielleicht einen Deal machen. Da muss ich mal nachfragen. Warte mal, das hat kein, oh, das ist ein Storage-Modul? Ne, das hat auch einen Motor. Ja, okay, ich muss mal einfach, ich muss einfach mal ein paar Sachen mehr bauen, damit ich hier mal umbauen kann, ohne dass er immer hierher kommen muss. Ja, 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 ja. Ah, jetzt kommt er. Das wäre schon praktisch. Er ist gerade losgeflogen. Ja, super. Äh, ich, äh, räume einfach... Ja, wenigstens haben sie Mitbewohner, die da sind, ne? Ja, was machen denn Ihre Mitbewohner? Mein Mitbewohner ist immer nur morgens da, wenn ich noch schlafe. Ah, ja. Und dann, äh, macht er komische Sachen und dann muss ich ihn, muss ich ihn, äh, verteidigen, weil er wieder kriminelle Sachen gemacht hat. Und dann ist er ganz, ganz schön. Der ruiniert meinen Ruf. Ganz ehrlich, ich glaube, mein Schiff ist auch in ein paar kriminellen Sachen irgendwie verwickelt. Herr, du hast das Gefühl, fast jeder auf dieser Insel sind ein paar kriminelle Sachen. Ja, irgendwie schon. Ah, da kommt er. Er ist ja schon da. Gute Landung. Äh, äh. Okay, wir bräuchten einen Kofferraum. So, war das so? Du musst mal einen basteln, bitte. Ja, ja. Danke. Kein Problem. Wie viel Kofferraum? Äh, eins, eins breit. Eins, eins Kofferraum. Jawohl. Hast du zufällig Hubschrauber gesehen? Bitte? Da oben steht einer. Wie bitte? Achso, nee, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. Nee, kein Hubschrauber. Entschuldigung? Ja? Ich war gerade abgelenkt. Ja, das habe ich gemerkt, deswegen habe ich mal hier angeleuchtet, ob es alles okay ist. Sieht aber ganz gut aus. Habe ich geweitet mit Pupillen? Ich war gerade beim Chef. Ja, klar. Da qualitet immer so in der Bude. Soll ich mal A machen? Gucken wir mal in den Augen. Ja, ein bisschen lauter, lauter. Aber nicht, ich kann jetzt ab mal husten. Ja, also ich würde mir da mit dem Rauch wirklich gesandt machen. Also sieht nie so gesund aus. Nicht, dass sie wie der Radler dahinten in der Hütte hängen. Also sieht ja ganz übel aus, ne? Hier ist ja drei Tage dicht, der Junge. Kommst du mit. So was wollen wir hier nicht. Das ist hübsch. Okay. Das sieht besser aus. So, was wollten sie? Echt, einen neuen Kofferraum und eine neue Scheibe. Kofferraum, Scheibe. Sekunde. Okay, du musst mal so ein paar Sachen auf Vorrat bauen, damit ich sowas auch mal austauschen kann. Hm, 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 hm. Haha, ja. wo ist denn unsere gute nacht also das auto ja das steht drüben ja das hebebühne wo ja die hebebühne ich hab doch die hebebühne ist drüben immer noch da steht auch schon das auto ok ich hab ja den schlüssel lauf 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 so ja hübsch ja dann fahr ich mir das noch raus sekunde ja mach 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 den motor aus ach so ja hab ich hab ich so ihre schlüssel dankeschön jo kree schlaf gut danke dass du da warst gute nacht also ich hab da jetzt hochglanz scheiben verbaut ich meine hoch 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 auflösende scheiben das ist als wenn du als wenn du durch ne ich sehe fast gar nicht siehst du fast nicht da werden keine drin genau aha ok machen wir dann eigentlich noch einen betriebsausflug ja hübsch oder ja nicht machen wir fliegen wir da mit dem heli vielleicht weiß nicht ich mach immer lieber heile so jetzt habe ich noch kalten tee weil natürlich von die kerze runter gefallen ist ich glaube wir machen eine tour mit dem heli da passen glaube ich nur zwei leute drauf ähm ja ok dann bezahl ich einfach mit 50 scrap ja genau naja 50 richtig richtig 50 stimmt ja dankeschön und viel glück noch beim praktikumsen ne äh pack die pack die bumsen ja dankeschön es kommen vielleicht noch mal vorbei wenn sie dann helis und so verkaufen und dann guck ich mir die helis mal noch an vielleicht eventuell so ende der woche ich sag vorher bescheid das ist hier unser erstes test modell ne und das da oben das ist schon zu schaustellungsstück ne ich hab grad 712 scrap und ich will mir auch sowas holen aber ich kann das nicht fliegen deswegen will ich vorher flugstunden machen oh das ist sinnvoll ja weil sonst könnten sie die 750 scrap auch einfach da hinten ich habe ja ich habe ich habe das einmal schon gemacht mit diesen 750 scrap und das lief ungefähr 15 sekunden gut ja ja es kam aus dem banditencamp raus war ein kurzer spaß war ein rückwärts spaß und eine rolle rückwärts uuuu ja das kann ich ja so lief das in etwa ja war ein rückwärts spaß glaub ich glaub ich glaub ich dann äh muss ich erstmal flugschulen machen schulstunden schule dingens und aber jetzt habe ich erstmal ein auge dankeschön dankeschön dann ich auf den schönen präbsausflug ja dankeschön vielleicht tschüss demnich auf wiedersehen frau fee tschüss tschüss so ich meine auf jeden fall mal ne waffe holen wir haben fast alles drüben sehr geil kann ich nicht ich habe gedacht kann ich nicht mehr als vier Kisten nehmen kann das sein ich habe Oh, ja, ich habe noch ein paar Sachen. Warte, wieso habe ich zwei Telefone? Da ist noch ein Telefon drin. Vielleicht haben die das selber so eingestellt, aber der ist noch ziemlich komisch. Ja, Astrid, vielleicht weil ich die nicht gebaut habe. Ich glaube, alle anderen habe ich gebaut. Wahrscheinlich liegt es daran. Betriebsausflug, Betriebsausflug. Oder muss ich da erst das G-Dings abmachen? Deswegen ist das Kotelux. Heaten das ab. Okay. Okay. Kann ich die Dinger hier wieder mitnehmen? Die muss ich doch auch mitnehmen können, oder nicht? Fass mich doch nicht. Muss doch die Regale mitnehmen können. Kann ich keine Regale mitnehmen? Das geht doch nicht. Ich bin auch mal weg. Danke für die gute Anhaltung. Jo Hein, schlaf gut. Danke, dass du da warst, Mann. Das ist doch Quatsch jetzt hier. Egal, das ist ein Fix. Da kommt der Hässl raus. Und fight moinerlichen übrigens. Danke für die Hilfe. Kühlschrank, vielleicht für die Gäste irgendwo hin? Oder in das Büro hier. Mann, erschreckt mich doch nicht so. Sorry. Barbie können wir oben hin bauen. 3000 Felsböcke, keine Regale. Äh. Wie kann ich Regale selber bauen? Die kann man nur finden. Kein Plan. Ich bin진짜 glücklich. Gut, 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 gut. Ja, genau, das ist unsere Verkaufshalle, also da muss ein Schild hin und so, aber das wird unsere, also das ist jetzt hier der Showroom, hier vorne, sehen wir da ein paar Autos drin stehen, das hier wird die Werkstatt, die große, hier ist das große Lager, aber das wird das Büro vom Chef, ah, da kriegen wir ja Kunden, hey, Werner, wir mit einem Problem, was ist los, wir mit, bezüglich, 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 Oh, der kommt, Hubschrauber kommt. Ja, ja, das darf ich mir. Ich sehe ihn, er ist ganz links auf der Karte, ganz links auf der Karte, wo man vom Teufel spricht. Okay. Okay, ähm, wir müssen uns bereit machen. Ja, ich brauche eine Waffe. Hast du deine Waffe, muss man die reparieren, ist die fein? Nee, ist fein. Okay, hast du genug Munition? Du musst schon so zwei Stacks im Inventar haben. Wir haben gar keine Muni, scheiße. Also ich habe jetzt gut, also ich habe ganz gut Muni. Okay, 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 okay. Also ich habe, ähm, diese Pistol Bullet habe ich zwei Stacks und von Rifle Ammo habe ich, äh, eineinhalb. Lele, schlaf gut, gute Nacht. Haben wir irgendwo Schießpulver? Äh, ja, ich hatte vorhin was gesehen. Warte, ich glaube, ich habe das hier in die Mülldrohe gemacht. Ja, hier in der rechten. Hier, hier, hier. Perfekt. Ja. Ich habe, ich habe. Okay. Was für eine Waffe hast du? Äh, LR 300. Und die Sniper. Perfekt. 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 Äh, was ist denn, ey, die Schamina? Alter, ich bin einfach zu blind dafür, das zu sehen, ey. Wie so ein Mini-Heli-Symbol hier über die Map fliegen soll. Ach da. Alter, was? Okay, wir riskieren, dass das jetzt zu uns kommt, okay? Ja, okay. Zieh dir mal ein Vernünftiges auf den Kopf. Der Kopf Mercier. Oh! Oh! Oh. Oh. Oh! 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 ist ja aber auch ein beschissenes wetter hier ich komme gleich kommt sofort oh hier nicht vergessen ja danke wenn es oder der repairing table ist ja hier was wollen wir denn eigentlich mit dieser ganzen kacke ja der ganzen charcoal brauchen wir uns brauchen wir das überhaupt auch wenn das für irgendwas okay okay gut ich hab nichts gesagt was that in der coaster bestimmt hier oben wieder rum oder aber ich sehe immer wieder gar nichts okay ich glaube ich hören ja okay kann das bestimmt ja das schon oh 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 berg ich brauche deine experten meinung ja entweder wir warten jetzt hier und hoffen dass der den kommt oder wir fliegen dem entgegen und verstecken uns im nächstbesten monument und schießen von dort aus auf den wo ist er denn überhaupt gerade ich sehe ihn gar nicht er ist wieder oben er ist jetzt bei launchzeit ja oh ich glaube ich würde einfach riskieren hätte ich gesagt wir können ja noch mal kurz warten wer jetzt gleich abdreht und wenn nicht dann das problem ist halt der ist nicht ohne also der rotz dich halt schon schnell weg deswegen mit dem turm ist das das erste mal auf jeden fall super im offenen feld ist schon nicht ohne aber für das erste mal ob der sonst zu mir water treatment oder wie und dann hat jemand mls auf sich geschossen hoffentlich kommt er zum water treatment jetzt fliegt aber wieder da oben im kreis jetzt hat er zum satellite dich geflogen und vom satellite dann zur launchzeit dann military tunnel jetzt fliegt er zum airfield wahrscheinlich danach power plant und das wäre schön wenn er water treatment fliegen würde weil dann könnten wir ihn kriegen ja 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 Ja. Helikopter gespannt auf die Karte gucken und ob das dumme Helik hier rüberkommt wenn er das nächste mal wieder abdreht und da dann fliegt er wahrscheinlich wieder hier runter und so und kommt dann wahrscheinlich nicht mehr weil ich hab keinen Plan ehrlich gesagt was da für eine Route hat oder wie random die Route ist was das so allgemein vorhat zumindest kreist er immer über diese Monumente er müsste nur einmal anhitten das reicht ja dann kommt er hier rüber hab ich schon verstanden aber er muss halt irgendwie in die Nähe vom Turm kommen ne Jo Jukil mein Herrlichen hab dich gestern gefunden mag den Rust Coast RP keep it up und lass dich endlich befördern und anlernen Jo Jukil mein Herrlichen hab dich gestern gefunden mag den Rust Coast RP keep it up und lass dich endlich befördern und anlernen aber es macht mega Spaß jetzt praktisch also ich bin das auch super cool oh jetzt fliegt er wieder so ah ne er bleibt die ganze Zeit da hinten ey dann fliegt er links und rechts Moin Chef Moin Chef wenn der Chef hier gleich durch kommt dann erschrecke ich ihn Hallo? ok ok huuuh aaaaaaah Junge wird was runter gefallen ja ich wollte einen kleinen Streik stehen was machen die beiden hier oben? das sieht verdächtig aus warten auf den Hubschrauber der muss hier hinten kommen der fliegt da hinten rum ok hört mir zu ich hab ein Update für euch ja? fragt die Zeit ja wir stehen hier noch rum ja fragt mal die Knarre weg das macht mich nervös also was ist passiert ihr wisst wir tanken Blei frei das ist das einzige was zählt und wir haben ein Problem denn der Pater Noster der macht uns die Gefolgschaft streitig mit seinen komischen Segnungen die nicht mehr die Leute wollen und wir müssen loswerden und wir können nur loswerden durch einen Komplott durch eine Intrige und ich habe die ersten Zahnrädchen bewegt und das ganze ist langsam das ganze ist langsam ins Rollen gekommen folgendermaßen behalte das komplett für euch das ist wirklich das ist hier super confidential ihr habt bei eurem Arbeitsvertrag das NDA No Disclosure Agreement alle unterschrieben wenn ihr irgendwas plappert werdet ihr alle gefeuert ok? haben wir uns verstanden? ok haben wir uns verstanden Kay? natürlich ja natürlich sehr gut also ich habe den Lachsmann instruiert der Lachsmann macht morgen ein Praktikum bei der Kirche und er wird versuchen irgendwelche Informationen rauszufinden über Pater Noster und was er für Scheiße am Stecken hat das ist unser erster Trumpf mit der Hoffnung dass er was bekommt dann haben wir Turtle auf unserer Seite Turtle hat Beweisfotos wie der Pater Noster und seine Jünger allen voran Papo mit C4 rumhantieren er hat wirklich Beweisfotos ich habe sie gesehen und dann habe ich auch noch den Sherlock-Card angesetzt dass er auch irgendwie Informationen rauskriegt was der Pater Noster ja an Scheiße Stärke hat wir haben jetzt drei Dinge, drei Fronten Turtle ist auf jeden Fall auf unserer Seite ich habe nur ein Problem ich würde ja sagen wir haben alle ein Problem der Sherlock-Card ermittelt gegen ich tanke bleifrei oh oh ihm wurde zugetragen ihm wurde zugetragen dass die beiden Zettel verteilt wurden dass die Leute bleifrei tanken und er ermittelt jetzt wer das war und was es bedeutet ich habe mir nichts anmerken lassen so wie immer ich habe keine Ahnung was war aber das fühle ich nicht wir brauchen ihn erstmal wir brauchen den Sherlock-Card erstmal auf unserer Seite der ist nicht so klug der wird niemals drauf kommen dass wir dahinter stecken aber wir müssen, wir dürfen uns erst hört dazu wir dürfen uns erst wir dürfen uns erst öffentlich zeigen wenn Pater Noster gestürzt ist ok ok kriegen wir hin ok ich möchte von euch jetzt nochmal unser Motto hören ich tanke bleifrei jetzt ich tanke bleifrei ich tanke bleifrei wir tanken bleifrei jetzt ich ich tanke bleifrei Wir tanken bleifrei. Perfekt, Chef. Passt auf euch auf. Eola Kritze hält meiner Licht. Danke für den voller Mann. Wir gehen jetzt einen Panzer erschießen. Der scheiß Helikopter hat es wieder verpisst. Okay, er hat ihn einfach richtig getroffen. Oh Mann ey. Was ist denn da passiert? Ich wollte mich nur kurz waschen. Ich habe gestunken. Ich habe nämlich mit dem Lachsmann zusammen gesessen. Danach stinkst du immer. Das macht Sinn. Soll ich mitnehmen? Was habt ihr vor? Wir wollen jetzt zum Panzer. Fährst du uns zum Panzer? Und da wollt ihr ja den Panzer haben. Warum wollt ihr den Panzer denn? Hast du eigentlich deinen Helm auf? Zum Glück. Das hätte wehtun können. Au. Ich habe das nicht gemerkt. Weil du einen Helm auf hast. Wo ist denn der Panzer eigentlich? Tiefen. Äh. Tiefen. Äh. Raketen. Raketenabsturzort. So. Abschluss nicht. Abschluss nicht. Abschluss. Ja. Wollen wir. Wir sind jetzt deprimiert und wollen jetzt zum Panzer. Gefährdliche Killer- und Sideszone. Ja. Wir müssen vorher noch zur Werkstatt kurz C4 holen, Chef. Ich muss das Auto noch reparieren. Aber was wollen wir denn da? Wollt ihr kämpfen? Wofür? Warum? Wir wollen den Panzer hochjagen. Wir wollen nicht kämpfen. Und dann? Rechts. Alles ist von rechts. Bei der Werkstatt. Wollen wir den Panzer loot. Ist hier schon alles weg? Ja. Ziemlich. Mir ist eigentlich gar nichts mehr. Ich park den Helikopter auf dem Dach. Ich bringe euch nur hin. Ich möchte selber nicht kämpfen. Das ist okay, Chef. Okay. Ich habe den Weg eines Pazifisten gewählt. Ach, warum wundert mich das eigentlich nicht? Wie komme ich denn dann wieder zurück, ey? Okay, ich kämpfe mit. Ja. Ich kämpfe mit, aber ich muss meine Dings erstmal holen. Ich muss meine Waffe aus der Stadt holen. Hier haben wir noch Waffen, glaube ich. Okay, mach mal fertig. Ich fahre in die Stadt. Guck mal, hier ist doch Zeug. Hier ist Zeug. Nimm dir doch was. Ich will aber meine Waffe haben. Dann müssen wir in die Stadt deine Waffe holen. Machen wir. Also. Ich muss das Auto reparieren. Haben wir noch irgendwo Rohstoffe, um das Auto zu reparieren? Hier drüben sind die ganzen Rohstoffe. Stimmt. Ah ne, warte. Sorry, im Schrank sind die. Hier drüben. Hier. Möchen. Schlaf gut. Danke für den Lück. Und gute Nacht. Wo ist der Schrank? Ich sehe nichts. Ja. Hier drüben. Da. Okay, super. Autos repariert. Dann hopp. Ins Auto. So. 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 Wir müssen was kochen hier wieder. Okay. Ihr Heilungszeug und so. Hier ist das Licht. Da ist gut. Oh, ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. angekommen. Ich hab ein chef kein wunder dass das auto so aussieht ich hab nichts verstanden wie bitte okay hast du was gesagt ich hab nichts gesagt sicher ich hab nichts gesagt ne wie bitte wie würde dün 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 das ging auch schnell pack deine sachen zusammen chef ja klar setz dich die spieluhr ist an meine ich das kannst du nicht machen wenn die eieruhr an ist dann ist serious business ja das bräuchte dabei was tanz du würde Was? Was du tanzt? Was ich tanze? Oder was ich kann? Was du tanzt? Achso, was ich tanke? Ich tanke natürlich bleifrei Genau Serious Business ist vorbei Bleifrei Juhu, bleifrei Ich tanke bleifrei Hast du den Chef gehört? Was ist denn los? Wurde jemand von euch bandagen? Nee Wurde ihr wirklich bei Nacht los? Ja, bis wir da sind, ist es hell Ich bin ein schneller Fahrer Darf man durch den Outpost im Auto durchfahren? Nee, ich glaube nicht Man kann außen drum fahren, oder? Du kannst aus Norden fahren, ja Verweiset mir den Weg Check Du kannst einfach durch den großen Tunnel fahren Warte, wenn wir aus der Stadt aus sind Oh ja, fahr durch den Tunnel Welcher Tunnel? Einfach geradeaus, beide auf der großen Schaf Geradeaus, die nächste links Oh geil, es gibt einen Tunnel? Ja Ja Was sagst du denn für den Kompensationsturm? Ja, das ist der vom Recher Es gibt ja echt einen Tunnel Wie sollst du das denn? Warum wohnen wir hier? Im Tunnel? Im Tunnel? Wieso doch keine Penner Wir können doch einfach dann Zoll verlangen, oder so Jetzt passiert Mountgebühr Oh, wie die Österreicher Ja, die sind klug Ja Ja Warte, ich komme Wie bitte? Wie ist das ganze Fleisch schon hier gefallen? Du bist so stark Du hast Glück, dass ich so stark bin Wo lang? Rechts Du hast das Auto doch gebaut, oder? Ja, wieso? Was wird denn das? Was genau? Du willst so fahren Hä, sie fahren doch perfekt Noch keinen Fehler gesehen Ja, natürlich Wo lang? Links Äh, links Wo ist eigentlich meine... Danke, ein bisschen spät Wo ist eigentlich meine Nebelmaschine, die du mir bauen wolltest? Die brauche ich doch Ich kann die nicht bauen Warum nicht Kann ich nicht Weiß ich nicht, wie geht Siehst du noch was? Ich sehe nichts, die Scheibe ist gesprungen, Chef Ich sehe schon die ganze Zeit nichts Das ist doof Rechts, links Du müsst doch sagen, was angeht Ja, rechts Entschuldigung Nimm mal deine Waffe und schieß mal die Scheibe ein Danke Jetzt Komm rein Parken wir das Auto wieder draußen, ne? Irgendwie zieht sie hinten ein bisschen Hier, wir parken wieder hier Was ist das denn? Ist es jetzt... Da wohnt bestimmt dieser neue, neue Bewohner Was? Chef? Chef, der Schlüssel Der Schlüssel ist da Ist drin Perfekt Na dann los Das ist aber schon Werner, du hast aber schon vernünftige Kopfbedeckung dabei, oder? Ja, ja, ja Super So, vielleicht gehen wir ja diesmal Ah, PvP-Spieler hier Obwohl, es ist schon wieder ganz schön spät Ist schon wieder richtig spät Ich möchte mal was zu essen dabei und zu trinken Ich habe was zu essen dabei, ganz viel Essen, essen ja, trinken nicht Es gibt neue Bewohner, ja, das wisst ihr schon, oder? Es gibt neue Bewohner, die auf der Insel sind Die anscheinend kämpfen können Ich gebe mir was zu essen, bitte Hast du jetzt Angst? Ich habe niemals Angst, bleibreißen auf meiner Seite Meinst du diese verdächtigen Leute, oder was für Leute? Ja, Leute, die irgendwie schießen können, habe ich gehört Oh Ich bin schon gegründet Mega Kopfschmerzen Du wirst die Panzer machen, ja? Ja Da vorne ist er Ich würde sagen, wir machen Wir müssen uns halt ein bisschen verteilen, also im Prinzip Im Prinzip muss einer Er ist da vorne, ich muss in den Schalter da rein Wo der durchfährt Und wenn er durchfährt, muss ich ihn mit Dingens dran schmeißen Das ist C4 Scheiß, Wolf Am besten versteckt ihr euch irgendwo Okay, und dann? Wo ist der? Ich sehe ihn gar nicht Da müssen wir den Überblick behalten Ja, du hörst ihn Töte den General Da hinten ist er Geradeaus durch Pass auf Oh ja Soweit ich das weiß, geht man hier rein Und wenn er kommt, dann schmeiß ich C4 drauf Er kommt Pass auf Geht nach draußen Ich hoffe, das klappt Ich habe das jetzt einmal gemacht, glaube ich Ich glaube, ich Noch weg Ist er wirklich? Ja, ich glaube, er ist da Ja, ich glaube, er schießt auf dich Lass nach Hause fahren Äh, warte Ich glaube, Kay lebt noch Kay Das hat er gut geklappt Das funktioniert nicht Ja, irgendwie will er nicht, ne? Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter weg Oder so Oh, wow Oh, 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 oh Radiation, radiation hier sogar stärker Ja, ich glaube, wir haben hier Da käten wir ihn auch gut. Oh, jetzt hat er ihn auch gut durchsiegt. Okay, zumindest höre er wieder. Holy moly, er schießt auf mich. Ne, das bringt gar nichts. Muss man gerade mal gucken. Der agg ruht irgendwie komplett durch alle Wände durch, das ist super weird. Ich glaube wir müssen alle mal ein ganzes Stück weg gehen. Ja, ich glaube auch. Kommt mal mit, wir müssen den mal sich beruhigen lassen. Irgendwie hat der einen an der Waffel, aber komplett. Also das ist nicht normal, was der hier gerade macht. Das ist so gar nicht normal, der hält uns vor allem. Der ist aggro auf uns über 1000 Meter. Irgendwie ist der Buggy oder so, keine Ahnung. Das ist nicht richtig. Er hat aufgehört. Okay, jetzt hört er auf. Mir reicht's. Oder auch nicht. Hat er nicht. Hä? Jetzt fährt er auf, oder? Ich bin hier untergefallen. Kein Plan, was er überhaupt noch angreift, was auf jener schießt. Aber jetzt schießt er gerade auf Kay. Was machen wir jetzt? Naja, kein Plan. Ich glaube jetzt schießt er gerade auf Kay wieder. Oh, okay er schießt auf mich. Naja, das bringt halt gar nichts, weil er einfach nicht fährt, sondern einfach nur ballert. Okay. Hier hinter uns glaube ich. Komm mal komplett raus. Jo, er fährt wieder. Er fährt wieder? Ja. Ja, aber der sieht uns jetzt auch wieder. Oder? Ne, noch nicht. Vielleicht kannst du ihn nie überraschen. Ne, der fährt hier nicht lang. Wir müssen, wir müssen das da hinten machen, wo dieser Schalter ist. Oder? Vielleicht geht's hier. Warte mal, stell dich mal hier hin, Werner, sodass er auf dich schießt. Ich versuch's einfach mal, aber bleib mal hinter dem Gebäude stehen. Jo. Er schießt auf jeden Fall auf mich jetzt. Oh. Ist er sich kaputt? Oh. Oh, klar. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, okay. Auch den Arm. Ich weiß, ob er aufs Gebäude klingt, dann von oben, äh, zähl. irgendwie unterwürfen kann oder so Au! Hat nicht geklappt? Naja, schieß gerade auf Kay Naja, ich glaube ich schieß auf mich Zumindest ist es mit der MG Ja, ich glaube mit der großen Kanone schießt er gerade auf Kay Ich glaube jetzt nicht mehr Ja, ich schieß auf mich Jesus Christ Ist das das Pferd? Ist das das Pferd? Uhhh Ja, ist okay, kommt doch nicht ran, ey. Wo ist das, Edo? Ja, da drüben irgendwo, Richtung 7. Okay, bleib da, Edo, Werner, helf mir mal. Jo. Halt durch, Edo. Werner, komm mal mit. Hilfe, Hilfe. Stell dich mal hier hin. Aufsteht, nicht ducken, stehen. Hey nice, ich guck mal, ob ich von hier treffe. Ja, ja, Sibi, wir haben, wir haben, also RC4. Problem ist nur, dass wir ein bisschen näher rankommen, eventuell. Ja, wir sind die besten. Oh, ich brenne. Gut gemacht, Edo. Vorsicht, der brennt erstmal. Ich lösche ihn. Ah. Okay. Edo? Chef? Ja, bist du schon tot? Sind sie tot? Hallo? Ich glaube, der Chef hat sich eingekackt. Aufsteht. Oh. Werner? Jo. Soll ich dich anfangen? Geh mal da hinten auf das Gebäude drauf. Und von da aus hältst du Wache. Dann da hin, was ihr? associations haben, inwiefern. Ich spreche ihn. Man. Absatz. Absatz. Barsatz. 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 Ah, okay, er ist da. Ah, das ist das Symbol. Gut gemacht. Toll gemacht, Chef. Super, du bist der Beste. Danke, danke, danke. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem noch einmal kurz für mich klatschen würdet. Danke. Werner, doch noch einmal für mich klatschen. Hast du noch? Doch, doch. Da hab ich gesehen. Perfekt. Der General! Da! Schießen wir auf ihn? Ah, ah. Hier eine goldene Dusche für dich. Vielleicht. Denk dran, wir sind hier immer noch im gefährlichen Gebiet, ne? Was kommen NPC-Gegner? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war gerade nur Zufall, dass der auch hier rumfliegt, oder? Ne, ich glaube nicht, das... Ne, das ist nicht der General. Absolut realistisch am Fliegen. Leckere Zeit, schlaf gut. Danke für den Lörg. Vielen, vielen Dank. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. So. Schlaf gut. Ich höre nicht dieser Attack Helikopter, auf den wir die ganze Zeit warten, ne? Das ist ein anderer, ja, Militäritransport. Oh Gott. Ja, was wollen wir noch fallen hier? Hallo? Ja, Werner, hier ist der Lachsmann. Neben mir steht ein Pater Noster, der Mann von der Kirche, der Mann, der ein wenig Unterstützung und Hilfe braucht beim Verbreiten und Ausbau des guten Glaubens Gottes. Mhm, mhm. Aber dafür, damit das Ställe auf die Straße kommt, brauchen wir vierjährige Unterstützung und das möglichst zum ähnlichen Preis, wie ich gezahlt habe. Mhm, okay, okay, ja. Klingt interessant. Das wäre absolut. Können Sie mir jetzt gleich was abholen? Ach so, so meinen Sie das. Ne, wir sind gerade leider noch beschäftigt. Ich denke, wir sind so 10 Minuten, 15 Minuten zu Hause. Ja, ja, wir haben ganz viel da. Okay, kannst du mich nochmal anrufen, wenn es so wird? Ja, ich rufe. Oh, ich rufe. Oh mein Gott. Warte. Warte. Ja, sorry. Ich muss auflegen. So. Alter, ich habe gedacht, das wären andere Spieler. Dabei laufen die immer schon zurück. Okay. Ah, da habe ich mich gerade erschrocken, ey. Mhm, okay, okay, okay. Hey, ihr Schweine, wartet mal. Das Angebot mit dem Auto. Ja, guten Tag, Herr Buddy, erstmal. Was war denn das Angebot? Was wollen Sie denn? Wir haben ja nur ein generelles Angebot dargelassen, ne? Okay, okay, okay. Äh, kein Blan, ich frage gleich. Also, ich habe es auch nicht gesehen, Wutz, dass wir gelootet haben. Ich stand auf dem Dach und habe telefoniert. Was haben Sie denn? Was haben Sie denn? Äh, ich bin ja gerade auf der Betriebsausflucht, bin ja gleich zu Hause. Ähm. Perfekt. Äh. Wie wollen Sie bezahlen? In Scrap oder in Gegenmaterialwert? Aha, aha, ansonsten haben wir gerade, oh, verdammt, das ist noch ein Anruf auf der zweiten Leitung. Egal. Äh, ansonsten bieten wir aktuell auch, äh, verkaufsweise, äh, ausnahmsweise Diesel an als Bezahlung und oder, ähm, sehr schnelle Raketen. Wie das nehmen wir, das nehmen, ich will das nehmen, als Verkauf, also von Ihnen. Okay, perfekt. Perfekt. Machen Sie das. Wir sind in zehn Minuten zu Hause. Spätestens. So, ja, zur Werkstatt halt, ne? Ach, das wissen Sie gar nicht. Oder wissen Sie wo? Einfach mal aufgelegt. Was hat der denn? Ich glaube, man kann nur so 30 Sekunden oder eine Minute telefonieren oder so. Schade. Rechnung nicht bezahlt. Er sterbt gerade, Rechnung nicht bezahlt. Äh, äh. Kannst du mal telefonieren? Ich hole die Schlüssel. Jo. Mach den Tag, Chef. Ich muss euch auch noch gleich was erzählen. Ich habe gerade einen interessanten Anruf bekommen. Aber telefonier du gleich erstmal. Oder bist du schon fertig? Ja, ich telefoniere. Sekunde. Ey, Moment. Werner, du musst ansagen, wo ich langfallen muss. Jo, ich pass voll auf. Ja, guten Tag, Herr Budi. Äh, wir wurden gerade anscheinend unterbrochen. Gerade aus? Ja. Ja, wissen Sie was? Nennen Sie mich einfach so, wenn Sie da leichte Sprachbehinderung haben. Das passiert. Ich habe das. Ich kenne das auch. Ja. Nennen Sie mich Kai, ich nenne Sie Budi. Ja, also im Laufe des Abends, wir machen da auch irgendwann Feierabend, ne? Müsst du bedenken. Ich glaube ein paar Grad aus ist am schnellsten. Später ist es in einer Stunde. Ich weiß nicht, ob du rechts durch kommst. Wir wollten doch durch den Tunnel fahren, oder? Wunderbar. Achso, ne, der Tunnel ist auf der anderen Seite. Da sind wir jetzt ganz weit weg. Ja, machen wir später. Naja, geil. Tschüss, Budi. Und was ist hier los? Ist alles geklärt? Ach, hier kommst du durch. Sehr gut. Alles geklärt. Wir verkaufen ein Auto gleich. Okay, ich habe auch noch einen interessanten Anruf bekommen vom Lachsmann gerade. Oh, was sagt der? Wieso ruft er dich an und nicht mich? Ach, halt hier noch was ist nicht bei mir. Er braucht, also der Herr Past Padanoster, unser Erzbein quasi. Er braucht einen fahrbaren Untersatz. Ja. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir da mit denen irgendwie bestechen können oder sowas. Haben wir einen Untersatz? Okay, okay. Schon mal ne gute Idee, ja. Ich weiß nicht so wirklich, was wir jetzt machen sollen. Wir sollten auf jeden Fall steckt das Auto geben. Ja, das ist ne gute Idee schonmal. Bruder, ja. Wo? Nein, hier. Können wir das Auto vielleicht irgendwie verbanzen oder sowas? Äh, Brian. Achso. Na, wenn das so ist. Hallo, hier. Wo ist denn hier los? Ich wollte ein Schloss für mein Auto kaufen. Was meinen Sie? Welchen Wert hat dieses Fahrzeug hier? Welches? Okay, ich rufe mal ganz kurz. Das hier vorne. Lachsmann an. Ja. Wie? Was würden Sie denn für so ein Auto nehmen? Weil das würde ich gerne kaufen. Ja, hier ist Lachsmann. Ja, hier ist der Werner. Ich bin jetzt in der Werkstatt. Also wenn ihr wollt, können wir vorbeikommen. Okay, wir kommen vorbei. Wir machen uns auf den Weg. Danke dir. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ah, jetzt geht hier richtig los mit der Kundschaft hier. Auto. Das ist jetzt mein Auto. Sie können es haben. Sie haben es gekauft. Jetzt ist es Ihr Auto. Auf Wiedersehen. Tschüss. Viel Spaß mit der alten Schrottlaube. Was ist denn? Dankeschön. Wieso? Wieso? Ne, bin nicht doof. Ich habe doch 500 Dollar bekommen. 500 Dollar. 500 Dollar. Ist das... Okay, warten Sie mal. Sie war nicht da und dann hat er gesagt, wir müssen ein Auto kaufen. Warten Sie mal. Ich rede gerade mit Ihrem Betreuer. Okay? Ich bin gerade mit dem Betreuer. Also. Können Sie... Können Sie... Können Sie vielleicht... Ich glaube, der Kollege muss wieder zurück ins Altenheim. Ja, sein Tablett nicht genommen. Nehmen Sie mal wieder mit, bitte. Bitte. Nehmen Sie mal wieder mit, bitte. Ich rede mit Ihrem Betreuer gerade. Nicht mit Ihnen. Ich rede mit Ihrem Betreuer. Lalalala. Verdammte Scheiße. Ich nehme ihn mit, ja. Danke. Aber was wollen Sie? Was wollen Sie von mir, verdammt? Schlagen Sie mich noch einmal und ich mache Ihr Öl. Ihr seid ein bisschen betrogen. Keine Ahnung. Wir haben hier irgendwelche Rentner, die versuchen irgendwelche Blutzen zu quatschen. Also. Aber es ist nicht schlimm. Nicht beachten. Nach dem Geschäft. Okay. Der Paternoster kommt jetzt gleich mit dem Wachsmann vorbei. War wieder die Stadt. Ein Disco, bisschen Quatsch. Fahr in die Stadt. Noch ein... Ich würde in Saloon gehen, noch mal einen Drink zu benehmen. Du nicht? So Feierabendbierchen? Kommst du nicht mit? Kommt ihr nicht mit? Also ich... Ich muss noch einmal... Ich muss noch einmal weg. Also ich würde gleich mitkommen. Nur der Lachsmann kommt gleich vorbei mit dem Paternoster. Vielleicht sollten wir uns das überlegen. Oh, ja. Dann bleibe ich hier. Wenn der Paternoster kommt, muss ich auf jeden Fall hierbleiben. Wenn der Auto haben, ja? Ich weiß nicht. Wenn wir ein Auto haben, ja? Können wir den vielleicht C4 abhörmobil oder so? Waren ist gleich. Waren ist gleich? Waren ist dann nicht drin? Waren ist gleich? Waren ist dann jemand? Scheiße. Ich muss noch zum Eurig. Warum musst du zum Eurig? Weil da noch was zu erledigen ist. Okay. Können wir den Paternoster irgendwie C4 oder so unter das Auto kleben? Notfall? Dafür bräuchte man C4. Ah, Mist. Ich steh'n dir sonst hierhin gefahren, die Kiste. Gehört das hier uns? Ja, ne? Ja, natürlich gehört das uns. Jo, der Tacker gehört uns. Das seh' ich doch. Werner, haben wir einen Schlüssel dafür? Jo, haben wir. Ist in der Schlüsselkiste. Auch markiert. Irgendwann auch von den unteren Vieren. Werner, das Ding mal auf die Hebebühne. Haben wir hier schon eine Hebebühne drin? Nee, immer noch nicht. Chef, was ist mit dem Generator? Wir brauchen hier Strom. Werner hat gesagt, wenn man hier steht, hört man, egal. Warte, ich mach' ein paar Teile hier. Oh, Treibstoff. Ich weiß nicht, ob wir noch Treibstoff haben, ey. Was ist mit dem Dingsidongsi? Er kommt da jetzt schon wieder. Da, kommt die schon! Fuck. épisode 2 Okay, ich brauch' Treibstoff für den Wagen. Da hinten? Ich fahr'n den auf die Hebebühne. Warte, was? Warte, ich hab' den falschen Schlüssel. Aber das war doch der Tanker. Naja, von den Schlüsseln muss es sein. Was? Ich hab' nicht alle Schlüssel mitgenommen, weil ich voll bin. Verdammte Kacke, Alder! Verdammte Kacke, Alder! Verdammte Kacke, Alder! Das ist Schlüsselchaos! Ja, zwei Minuten. Ja, ganz kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Ja, ich hab' grad kurz, ich bin kurz im Stress. Kleinen Moment. Was? So absurd! Was? So absurd! Ich kenne das Gefäß der Liebe, ich kenne das Gefäß der Liebe. Ja. Sind sie das Gefäß der Liebe oder nur ein gewisser Teil von ihnen? Werner, komm mal Stückchen. Das wäre wichtig. Ich bin das Gefäß Gottes. Erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat. Mhm. Aber möglicherweise könnte es gleich Probleme zwischen deinem Chef und dem Herrn von der Kirche geben. Ja, ja. Wäre so gut, wenn du das Geschäft separat abschließen könntest. Mit dem? Ja, können, kriegen wir vielleicht hin, kriegen wir vielleicht hin. Vielleicht, dass du sowas sagst wie, ja hier, kommen sie mal mit, ich zeig ihnen mal ein paar Sachen, Modelle oder so. Keine Ahnung, du machst das schon, ist dein Job. Ja, okay, wir gucken mal. Ja. Das ist richtig. Was genau hätten sie? Hätten sie gerne sowas gepanzertes? Haben sie viele Feinde? Oder auch so ein. Ja. Das ist gut. Wo das Volk mich sehen kann, das ist gut. Das ist wunderschön, was sie hier haben. Denn ich bin mir sicher, ein Mann, ein Mann Gottes mit ihrer eigenen Religion werden sie wahrscheinlich viele Millionen verdienen. Deswegen können sie sich sowas lustig machen. Weil sie sind ja auf jeden Fall besser da, also sie stehen ja besser da als ihre Jünger. Mein lieber Herr, verwechseln Sie etwas. Wir müssen bedenken, das ist ein erstklassiges Modell. Wir brauchen uns auch mit Kaviar und sowas, alles drum und dran. Kaviar, weil es ein Auto ist, oder wie? Nee, 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 aber wir können natürlich, also wir füllen für unsere VIP-Gäste auch den Kühlschrank mit Kaviar und allem, was dazugehört, wenn sie ein Fahrzeug bei uns kaufen. Aber nur für die Reichen. Mein lieber Sohn, mein lieber Sohn, ich glaube, ich muss sie noch einmal ganz von vorne abholen. Ich bin kein reicher Mann, im materiellen und weltlichen Sinne. Diesen Ding habe ich vor langer Zeit abgeschworen, als ich das Gefäß Gottes wurde. Die einzige Währung, in der ich zählen kann und zahlen kann, das ist Liebe und Licht. Und davon habe ich unendlich viel zu geben, da bin ich wirklich der reichste Mensch der Welt. Doch wenn es um weltliche Güter geht, dann bin ich selbstverständlich auf die Großzügigkeit der Menschen um mich herum angewiesen, die die Liebe und das Licht erfahren wollen. Ich habe aber auch 35 Scrap. 35. Sehen Sie, links neben mir steht Kay. Das ist ein Opa, kennen Sie. Rechts neben mir steht Werner. Die Jüngsten müssen bezahlt werden. Mit Liebe. Jungs, wollt ihr mit Liebe bezahlt werden? Ja, also her nicht. Von Liebe kann ich mir auch nicht in Wahl vorschlagen. Der Mann der Welt ist doch die ärmste Sau ohne Liebe. Das ist richtig, aber der Wind ist kein Hunger. Haben Sie Hunger? Da kann ich Ihnen helfen. Ich habe immer Hunger. Nehmen Sie diesen Leib Gottes in sich auf und stillen Sie Ihren Hunger, auch dass Sie satt sind. Pater, wissen Sie was? Das war sehr lecker Chef, das war sehr lecker. Wir unterstützen natürlich Ihre Arbeit und dementsprechend kriegen Sie ein Fahrzeug von uns gestellt. Kostenfrei. Werner, mach mein Auto fertig. Ja, 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 ja. Chef ist schon fertig. Also ich habe... Ja, ja, ja. Also ich habe eins hinten auf die Hebebühne gefahren schon. Das ist mein Auto. Das ist nicht dein Auto. Chef, willst du wirklich deine Besitztümer in Anspruch nehmen, anstatt Licht und Liebe zu unterstützen? Ich unterstütze in diesem Auto super viel Licht und Liebe, deswegen habe ich da zwei Becken drin. Also ich habe da schon was vorbereitet hinten auf der Hebebühne. Das heißt, wir brauchen zwei von den Liebesmobilen. Ja? Ja, genau. Wenn nämlich der Pater Franks ein Auto bekommt, mit zwei Betten, kann er super viel Liebe verbreiten im Dorf. Oder Licht. Liebe und Licht. Mit zwei Falschkeits des Herrn. Hab ich gerade Bumsmobil gesagt? Ich weiß nicht, was du meinst. Liebesmobil. Da klinge ich noch meine flichigen Ohren. Ja, so ein Bumsmobil, so wie dieses... Wo ist es denn? Ach ja, genau, wie dieses hier. Ja, das hätte ich auch gern. Ich mache ein Praktikum bei der Kirche ab morgen. Können wir da ein zweites noch dazugeben? So ein Gestelltes? Ja. Wenn sie doch morgen ein Praktikum machen, dann fahren sie doch eh erstmal nur hinten mit, oder nicht? Ne, ne, es gibt da glaube ich viel zu tun für viele Personen. Das heißt, du wirst ganz viel Liebe erfahren, wenn du hinten mitfährst. Ja. Er wird viel fahren, wenn er fährt. Und Liebe auch. Ja, also da kannst du mal jemanden mitnehmen hinten. Und Liebe machen. Selbstverständlich. Überall, wo ich hingehe oder fahre, wird die Liebe mit an Bord sein. Aber wissen Sie was, werte Herren? Ich bin so gerührt, dass Gottes Wirken durch sie dazu führt, dass Liebe und Licht in diesem Dorf verbreitet werden und die Menschen erreicht. Sie sollen auf die Liste der Heiligen gesetzt werden, welche auf dem Heiligen Pergament in der großen Kathedrale des Glücks ausgeschnallt sind. Ihre Namen werden ewig sein. Klingt ja ganz gut. Hurra. Bin ich damit für meine Sünden freigesprochen jetzt? Ja, oder? Für alle Sünden, die sie bis jetzt begangen haben, ist der Freispruch erfolgt. Perfekt. Ja, danke. Neue Sünden, allerdings, müssen natürlich auch neu vergeben werden, das ist ja ganz klar. Verstehe. Wenn man leer ausgeht... Wie? Warte. Was meinen Sie mit leer ausgeht? Ja, ich war frei von Sünden. Also habe ich im Prinzip nichts gewonnen. Es ist doch kein Gewinn, seine Sünden loszuwerden. Wenn Sie... Kennen Sie das alte Gleichnis von den zwei Brüdern und dem Vater? Natürlich nicht. Dann hören Sie zu. Es war einmal ein Vater, der hatte zwei Söhne. Der ältere Sohn ging einst fort, weil er die Welt kennenlernen wollte. Und der jüngere Sohn blieb zu Hause am Hof und schuftete und schuftete und schuftete, damit seine Familie genug zu essen hatte. Doch immer hatten sie wenig und immer waren sie hungrig. Eines Tages nach vielen Jahren, da kehrte der ältere Sohn zurück. Und der Vater war so glücklich, ihn zu sehen, dass er das fetteste und einzige Schwein schlachtete und ein riesiges Fest zu Ehren seines ältesten Sohnes gab. Und dann, als das Fest fast vorbei war, da kam sein jüngerer Sohn. Und er war voller Wut und Zorn und Eifersucht und er sprach zum Vater. Ich habe mein Leben lang für dich gearbeitet. Nie hast du mir ein Fest oder ein Schwein geopfert. Ich fühle mich so ungerecht behandelt. Da sprach der Vater. Mein Sohn, ich habe dich nie geliebt. Jetzt ist es raus. Verschwinde von hier. Jetzt zu meinem älteren Sohn, das brauche ich dich nicht mehr. Und er verstieß seinen jüngeren Sohn. Verstehen Sie die Geschichte? Ja, tolle Geschichte. Woran? Wo ist mein Schwein? Jungs, K. Werner, macht das Auto fertig und geht aufs Haus. Wir brauchen nur eine Sache, aber das müssen alle Kunden machen, lieber Pater Frank Noster. Dadurch, dass unsere Fahrzeuge nur mit Blei freilaufen, alles andere, Diesel und so, das macht die Fahrzeuge kaputt. Brauchen wir von Ihnen nochmal eine Einverständniserklärung, dass Sie diese Fahrzeuge auch nur bleifrei einfüllen. Deswegen wäre es gut, wenn Sie kurz auf Band sprechen, dass Sie bleifrei tanken. Ist das in Ordnung für Sie? Das ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt? Jetzt. Hallo, mein Name ist Pater Noster. Und ich tanke bleifrei. Bleifrei für die Umwelt und die Liebe und das Licht. Gott empfiehlt, bleifrei. Bleifrei. Einfach toll. Das ergibt. Vielen Dank, das war perfekt. Danke sehr. Das war sehr toll, Herr Noster. Ja, Jungs, macht mal das Auto fertig. Okay, bereitest du die Wohnmobile vor? Praktikant mitkommen. Wo ist die Hebebühne? Wo ist die Hebebühne? Die ist immer noch hinten. Das Auto steht schon da. Wir brauchen nur diese Wohnmobil-Teile da. Okay. Ja, Alter, das war ja... Siehst du? Und deswegen ist er der Chef. Oh ja. Das war genial. Jetzt haben wir den voll in unserer Tasche. Er hat gesagt, Gott empfiehlt Bleifrei. 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 Frau. Ja, bald haben wir alle. Unsere Propaganda wird überwältigend sein. Wie sieht's denn aus mit den Teilen? Wir müssen das noch auf Band aufnehmen. Ich bin am Bau. Und siehst du das nicht? Ich habe kurz gedacht, du hast eine kurze Pause gemacht. Nein. Natürlich nicht. Achso, ja, Building Decay, weil er glaube ich ein paar Sachen rausgenommen hat gerade. Oh, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir sollten das bei jedem Auto so machen. Es ist gezeichnet. Also immer, wenn jemand ein Auto kauft, dann musst du so einen Sprach-Teats abgeben. Das ist richtig. Was brauchtest du nochmal für Teile für das Auto? Eigentlich brauche ich nur ein Wohnmobil-Teil. Und vielleicht einen Motor. Oder noch eine Sitzkabine. Ich weiß nicht. Je nachdem wie du willst. Dann baue ich vielleicht die ganze Zeit das Falsche. Aber sag's keinem. Ja, kein Problem. Wie lief der Auto, dass der Köcher so? Ja. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Ich hab's immer noch nicht gemacht. Unsere Kasse eigentlich. Jetzt, neuerdings. Äh, die Kasse ist größtenteils immer noch... Oh. Also die Kasse ist größtenteils immer noch drüben, glaube ich. Wo macht die Kasse? Oh. 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 Da. Äh. Das ist alles? Äh, ja. Oh. 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 oder nicht habe ich nicht wir bräuchten mal kurz das auto hier geschäftiges treiben wir sind dann ein paar komplikationen geraten und wir bräuchten das auto kurz die schlüssel muss ich dafür warten ja 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 ich will schon bin dabei der chef der drinnen kommt heraus wir brauchen das ja 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 hier ist der schlüssel da auf die bühne damit doch ein stück doch stück doch stück und los nächsten rein immer die teile aus der kammer raus alles raus beim wohnwagen wo ist das zeug das zeug drin oder das zeug raus irgendwo ist das zeug drin ich weiß nicht wo hier soll es leer eigentlich wegen dem field vielleicht da muss irgendwo muss da was sein wo der chef sein scheiß drin reinpackt wo tut er das rein ich habe alles rausgenommen eigentlich ich habe es hier warte hat ein schmuddelfach gemacht schmuddelfach gemacht so fahr raus die kiste hebt den scheiß auf ich komme sofort wieder die ganze schlüssel ich weiß immer nicht wo hier der richtige ist aber egal wir wollen sind sowieso gleich nicht mehr es ist doch dunkel schon wieder ich habe meine mütze nicht mehr ja das ist echt insane die engel sind richtig krass ja bist du hier jo 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 bin da gebe darüber ja warte ich hole gerade quasi licht ja los muss auf die bühne los los und das liegt immer noch um die scheiße nicht auf ich habe keinen platz mehr das ist nicht der falsche ich dachte nur zehn auf der bühne haben das reicht für den fahrer hast du einen schlüssel dafür also ich habe einen schlüssel ja ja ich mach ich hab einen ich hab schon passt ich hab doch hat er uns liebe gegeben doch die menschen die konnten mit diesem geschenk nicht umgehen und sie verbrauchten diese liebe so wie ein auto was volle pulle über das gelände fährt und dabei einen überdurchschnittlichen benzinverbrauch entschuldigen sie einen überdurchschnittlichen bleifrei verbrauch an den tag legt ihre kann so wie dieses auto falsch gefahren so viel bleifrei verbraucht so verbraucht der mensch zu viel liebe wenn er nicht geführt wird und den umgang mit der liebe das ist das was ich euch lehren will verstehen sie helfen wir ihnen dabei denn hier genau vor ihnen steht das bums mobil 9000 und da können sie unfassbar viel liebe drin verbreiten das ist jetzt erst das bums mobil 2 was 9 9000 sie haben sich selbst übertroffen das ist das bums mobil 1 verdienst da drüben kommen wir kurz hier über bitte wer der edu p ich schraube direkt oh mein gott nichts passiert was tun sie fertig ich habe gerade gereicht welches jetzt wir haben zwei einmal für den warte mal die schlüssel sind nicht keine schriftzug ich habe sehr papa ich habe die schlüssel dingen sehen sie ohne mich werden sie kommt aufgeschmissen ich sehe ich sehe ich sehe hier aber da sind wir da sind wir da sind wir sehr ähnlich sie haben ihre schäfchen die sie ins trockene führen müssen und ich habe meine mitarbeiter die ich ins trockene führen muss verstehen sie ich muss sie genauso instruieren wie sie ihre ich sehe wir beide ähnlich ja das verbindet uns ich möchte mich ganz herzlich bedanken und das mindeste was ich tun kann ist sie noch ein bisschen liebe zu geben denn ich bin das gefäß was von gott aufgefüllt wurde mit licht und mit liebe und durch meine hände sollen die pipelines der dicke sud des lichts und der liebe zu euch hinfließen euren leib hinein und eure seele benetzen und euch mit freude und licht und liebe aufhören so dass er immer den weg findet zum gott armen und des bleifreis nicht vergessen in die kisten kommt nur bleifrei rein selbstverständlich das werde ich respektieren ich schau mal unter die haube habe dennoch so schlüssel für den anderen wagen hier also das auto gesagt du hast ja auch gesagt ja gut du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt ich werde sie weiter empfehlen möge bleifrei mit ihnen sein gute fahrt und immer schön bleifrei sein ich möchte jemanden umfahren kommen sie lachsmann vielen dank für das auto lachsmann ich ruf dich gleich noch mal an ich habe ein problem werner ich habe ja noch mal ein anderes auto hier kannst du vielleicht das wohnmobil mitfahren und ich fahr dich zurück hier wieder ah ja mach ich machen wir machen ich leg den schlüssel hin jungen sich gleich wieder da ausgezeichnete arbeit er war ja ich brauche kurz nicht hier nochmal kurz ja das problem ist ich habe so viele schlüssel weil ich hier den ganzen schlüsselbund gerade habe das unbeschöpftet scheiße wir sehen uns mal scheiße jo Tacken Sie Blei frei, seien Sie kein Landei, auch geeignet für Drugsbein. Und mit diesem Slogan steh ich für die Firma. Äh, fahre ich richtig? Wagwan Criminale! Könnten Sie mir einen Gefallen tun und mich mitnehmen, Blitz? Äh, ja klar, wo müssen Sie denn hin? Oh, ich muss aber in die Richtung, tue mir leid. Ich muss in die andere Richtung. Na gut, dann steig schnell rein und ich fahr dich schnell zum Supermarkt. Okay, okay. Ja, du mein Mann. Gute Mann. Los geht's, mein Bruder. Hey, Lachsie! Uh, das ist Wunmo. Lachsie, ich fahr kurz in den Fremden hier zum Supermarkt. Ich komm gleich. Ey, fühlt mich gut zum Supermarkt, alles gut, Juh? Okay. Juh, da gut Mann, Juh? Juh, da gut Mann. Was machen Sie denn hier? Da gut Mann. Brauchen Sie eine Hose? Warte Mann. Uh, uh, uh. Ich möchte ein bisschen einkaufen. Wissen Sie? Und ich möchte ein bisschen Shaka Shaka machen. Oh ja, das klingt gut. Das mach ich auch immer. Okay, Sir. Okay, Wundlof, mein Bruder. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wundlof. Wundlof, mein Bruder. Wundlof. 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 Wie viel Tank habe ich eigentlich hier drin? Oh oh. Scheiße. Okay, wir haben ein kleines Problem. Hey, don't you have a way. Don't be a liar. Ja, wir haben ein kleines Problem. Ich hab kein Benzin mehr. Was für ein Problem? Und dann sind Sie gerade genauso unbedeutend geworden wie Sie fühlen. Ich möchte mit Ihnen nichts mehr zu tun haben, Söh. Das ist ja unverschämt. Mit mir an, mich wieder zurückzufahren. Und kommen jetzt hier und sagen, kein Sprit mehr. What the fuck are you doing? Are you mad? Wenn Sie ganz kurz Zeit haben, hol ich was. Ich bin sofort wieder da. Okay, bitte beeilen Sie sich. Ja, ja, ja. Bevor die Frühstück zu Hause sein. Es hat mich schon kurz gewundert, dass es auf einmal ausging, obwohl ich noch nicht ausgestiegen bin. Ich bin ja hier am Straßenrand, was? Ich bin ja hier am Straßenrand, was? Scheiße, ich muss mir mal die Nummer vom Lachsmann unbedingt einspeichern. Warte mal, ich rufe immer mal einen Chef an hier. Ich will hier extra laufen. Hallo? Äh, Chef, ich bin's, äh, Werner, der Praktikant. Ja, klar. Ja, Werner, was geht ab? Ähm, ich sollte ja das Auto vom Lachs hier nach Hause fahren. Das Problem ist, ich hab keinen Sprit mehr und bin hier beim Supermarkt gestrandet. Kannst du mir was vorbeibringen? Ich hab kein Auto mehr, um was vorbeizubringen. Du hast kein Bleifrei mehr? Nee, ich hab keinen Bleifrei mehr. Scheiße. Supermarkt. Äh, der hier direkt um die Ecke. Sonst komm ich einfach raus. Ich lauf einfach. Sonst komm ich einfach raus. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach. Okay. Äh, das ist einmal ein Getue. Tust du dir an? Was meinst du denn damit, Christ? Oh, moin, helllichen. Wir sind ja hier. SSP, alles gut. Alles nur Roleplay. Wenn du jetzt meinst, dass er so unfreundlich war. Alles gut. Ich bin ein Praktikant. Ich bin ein dummer Werkstattspraktikant. Äh, nicht, dass alle Werkstattspraktikanten, äh, dumm wären. Ähm, aber ich bin einfach ein sehr dummer Werkstattspraktikant, der Autos für 15 Scrap verkauft. So was ich gemeint. Okay, alles klar. Okay, okay, okay. Oh Gott, ich sterbe! Hä? 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 Oh Gott, ich verhungere! Ich verhungere! Äh, Kay? Haben wir noch irgendwo Sprit? Ich verhungere! Bisschen! Bisschen! Was? Hä, was war da mit meinem Auto gemacht? Hey Kay, was machst du da? Das war ein Ausstellungsstück. Ja, wir müssen schnell einen neuen Camper bauen, bevor der Chef merkt, dass wir seinen verhökert haben. Aber was ist denn mit... Achso. Und ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Wo haben wir denn noch Sprit? Weißt du das? Okay, ich habe es gefunden. Ja, okay, okay, alles klar, alles klar. Da habe ich es, da habe ich es. Weil ohne Emote ist es manchmal so schwer zu erkennen. Habe ich es falsch verstanden. Oh, da hast du ja nur noch Glück. Ja, auf jeden Fall, ey. Das ist bestimmt auch ein Glück, der ist garantiert weg. Ah, ich warte kurz. Kann ich den Lachs hier auch gleich so erzählen. Mal kurz warten. Meine Bitte, ey. Ich bin gespannt, ob er noch da ist. Steht er da? Ja, der schiebt schon. Oh, mein Gott. Oh, ich habe es geschafft. Ich bin wieder da. Oh, Mr. Canister. Entschuldigung, Sie wiederzusehen. Ich habe ein Canister dabei. Haben Sie da beide Canister, Mr. Pew? Ja, du bist drin. Oh, du bist ein guter Mann. Okay, let's go. Let's ride. Komm, open the door. Okay, I'm inside. Ich bin einmal durch die komplette Wüste gelaufen. Da war ein Skorpion und eine Rattelschlange. Ich bin aber sehr gut ausgewicht. Oh, hat er Sie gestochen? Ja, nee, zum Glück nicht. Habe ich das Skorpion Sie angegriffen, Mr.? Nee, nee. Oh, das ist gut. Und dann, äh, naja, ich weiß nicht. Also da hinten, wir wohnen da so ein bisschen in der Nähe. Und wir hatten zum Glück noch ein bisschen Sprit. Was war denn das? Oh, Sue, ich habe auszusehen die Scheibe kaputt gemacht. Na, das müssen Sie aber gleich dem Lachsmann erklären. Entschuldigung. Oh, hier stehen bleiben. Please stop the car. Stop the car right now. Ist das Ihr Helikopter? Dankeschön, Sue. Ich lebe hier. Ach so. Oh, der Helikopter. Ich werde mal ein bisschen fliegen gehen. Viel Spaß. Wunsch, 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 wunsch. Oh, tut mir leid. Was denn? Hey, Mr., ich habe einen Plan. Wir nehmen Ihr Fuel und fliegen mit dem Helikopter. Meinen Sie, das haut hin? Gucken Sie. Ist das Ihr Helikopter? Ja. Oh, je, so groß. Ich habe nur kein Benzin. Ja, ja, klar. Deswegen laufe ich auch. Eine kleine Fahrt, machen wir. Warte, ich packe das Auto kurz. Okay. Okay, let's go. Ja, machen Sie Ihren Finger weg von der Helikopter. Please make your finger weg von der Helikopter. Hallo. Oh, you're a bad man. You're a real bad man. Wir können in allem bezahlen. Spread den Schädel. What the fuck is going on over there? Können wir los? We start reading. Warte, komm mit. Hey, open the door. What the fuck is going on over there? Excuse me, warum sind Sie nackt? Und kommen Sie in meine Büro rein? Sargent, ich wollte nur... Oh, what the fuck is she doing? Wollen Sie diese Lady etwa belästigen? Oh, no, sir. I'm a good man. I'm not a bad man. Put the way, you gun. Es ist alles in Ordnung. Es wird hier nichts passieren. Niemand wird Sie kontaktieren oder aggressieren. Oh, gut, my brother. Ich wollte nur mal vorbeischauen, was Sie hier machen, Lady. Oh, spread love to the city, no bloody ghetto, my brother. Ja, okay, very good day, bye-bye. Du musst die Tür zumachen. Okay, wir sollten gehen hier. Oh, wir können die Tür zumachen. Die sind ganz schön aggressiv. Yeah, leave the door open. Okay, go. Ich bin noch nie mit dem Helicopter geflogen. Oh, gut, wir schaffen das. Äh, soll ich fliegen? Yeah, pack den Puh rein und dann fliegt los, let's go. Vertrauen Sie mir? No? Vertrauen Sie mir? Oh, wir sind fliegen. Wir sind fliegen so hart. Wir sind fliegen. Oh, mein Gott. Oh, Flaha. Come on, you have to get hart. Ich habe mich jetzt einfach drauf eingelassen. Das war's super. Du bist ein Gubbler-Pilot. Oh, danke. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Du, musst du weitermachen. Oh, ich habe keine Ahnung. Wir genießen die Aussicht. Fliege ein Stück nach vorne. Oh, ich glaube, wir werden geschossen. Ich muss dir was verraten. Der Helikopter war nicht vor mir. Wie bitte? I'm a liar. Oh, mein Gott. Der Helikopter war nicht vor mir. Was mache ich denn jetzt? I'm a liar. Oh, du darfst jetzt nicht zurückfliegen. Hier werden uns töten. Dieser Badmann durch den Big Gun. Hilfe. Du, Flabäck. Du, Flabäck, you want to kill us? Du, Lady, me kill us. Flabäck, wir müssen ein neues Leben beginnen. Ganz weit weg. Nur du und ich. Wir werden uns lieben und respektieren, aber wir Brüder. Okay? Okay, okay. Ich fliege einfach dem Sonnenaufgang entgegen. Okay, genau so machen wir. Wir können ja vielleicht auch im Restaurant was essen gehen. Oh, guck mal, da ist ein Haus. Ja, hier rechts unten ist was. Sieht aus wie ein Restaurant oder ein Hotel. Auf der richtigen Seite. Ja, warte, ich glaube, das ist hier vorne, oder? Oh, look at the open open open. Ah! Okay, I think we fucked up big time this time. Ah, mir geht's nicht so gut. Kannst du mir helfen? Oh! Oh, nein. Nein. Oh, Gott, jetzt sind die ganzen Schlüssel da. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, jetzt ist da etwas Schreckliches passiert. Wer da, was passiert? Ich weiß nicht. Was denn? Also, so ein Fremder, ich habe den zum Supermarkt gefahren und dann, also, da habe ich das Sprit geholt und dann sind wir in die Stadt gefahren und der hat gemeint, oh, da steht so ein Helikopter. Und dann sind wir mit seinem Helikopter losgeflogen und dann ist der Helikopter auf einmal verschwunden. Und du? Ja, jetzt bin ich da hinten irgendwo gestorben und da liegen einfach alle Schlüssel von allen Autos. Kannst mich da hinfahren? Okay, spring rein, ich fahre nicht hin. Ähm. Wieso hast du alle Schlüssel von deinen Autos dabei? Äh, erfrag nicht. Wir müssen da ungefähr zu Suukis Restaurant und dann so ein bisschen rechts davon eigentlich im freien Feld. Mich wundert's was. Ich habe halt extra noch mal laut gesprochen, dass wir den Helikopter nehmen und etc. Mich hat's ein bisschen gewundert, dass der General das nicht gehört hat oder nichts dazu gesagt hat. Ja, hier gerade eigentlich auch so, hier so ein bisschen gerade außen. Und dahinter, hinter dem Hügel ist es schon fast. Ja, gleich hier unten ist es. Ja, da unten in der, da genau da unten ist es hier irgendwo. Äh, hier drüben, hier drüben, ja. Oh. Hier ist ja ein Unglück passiert. Äh, hä, wieso habe ich Kassel? Hm, ich habe irgendwie das Gefühl, das war gar nicht so ein Helikopter. Soll ich mal nach Hause? Ja, ähm, du müsstest mich in die Stadt fahren. Da ist noch das Auto vom Lachsmann, das müsst ich ihm nur vorbeibringen. Äh, dazu der City Hall, da steht das Auto. Ich rufe mal kurz einen Lachsmann an. Ja. Ich habe kaum noch Bleifrei, ich muss noch ein bisschen Bleifrei abholen, dann können wir da hin. Ja, ich hätte auch noch Notfalls ein bisschen Bleifrei. Ja, wir haben zu Hause noch ein bisschen Bleifrei, glaube ich. Aber okay, komm, wir fahren in der Stadt, finden wir glaube ich auch noch ein bisschen Bleifrei. Ja, also ich habe auf jeden Fall genug. Was ist denn die Telefonnummer schon wieder? Moin, hier ist Werner, hier rechts oder tut mir leid. Das hier? Ja, danke. Warte, ich bringe dir noch ein, warte, äh, Lachsmann, sorry, ich rufe dich gleich nochmal an. Lass dich mal rein, sind ich noch meine Klamotten in dem Ding drin? Lass dich mal rein. Äh, nee, das wird rausgenommen. Hallo? Wir haben alles rausgenommen, das steht bei der Himmelbühne, glaube ich. Also habt ihr ausgepackt, ja? Ja, okay, muss ich das nochmal holen. Äh, hallo? Hallo. So, ey. Bist ihr, wo der Mystery-Mann ist? Warte kurz, kipp dir kurz deinen Sprit, ich muss weiter. Oh ja, hast du was? Nee, ich habe noch keinen Mystery-Mann gesehen, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht, leider. Kein Mr. X? Nee, auch kein Mr. X, leider. Darf ich bei dir mitfahren in deinem weißen Van? Äh, ja, kannst du gerne machen, warte, steig einfach ein. Gibt es Schoki drin? Äh, nee, hier gibt es keine Schoko, wo ist denn hin? Ich witte gerne zum Mystery-Mann. Äh, da kann ich dir aber leider nicht helfen. Egal, ich fahr einfach mit im weißen Van. Ja, äh, schön, sehr schön gesungen hast du vorhin. Oder fast schon gerappt. Da, danke schön. Du warst der Werner, ne? Ja, genau. Der süßte Werner. Oh, danke. Und du machst, du machst, du machst Autos. Ja, genau. Und dann gehen die so richtig ab. Wie kann man sich in die Garage stellen? Das war ein tolles Abenteuer. Oh Gott, jetzt ist so viel passiert, Lachsmann. Ich muss gleich mit dir reden. Äh, tschüss. Okay, also, warte. Das ist gerade ganz schlecht. Hey, Lachsmann. Aber okay. Okay, du kannst aber auch erstmal deine... Ja, was denn? Warte, oh Gott, hallo. Hallo, hallo. Lachsmann, hast du Bock auf einen Ausflug? Äh, was ist denn für ein Ausflug? So, mit Waffen und Piu-Piu. Piu-Piu-Piu-Piu. Bis denn, bum-bum-peng, Piu-Piu. Ich dachte, der Lachsmann ist Pazifik. Ist er nicht Pazifik? Ja, ja. Das hat mich schon lange abgelegt, junge Frau. Die sind ja so ein Ding, die müssen sich halt beseitigen. Und das geht auch nicht anders. Also, noch ein bisschen Ausflug zu wird. Cool. Habt ihr da Lust? Na, aber wo geht's denn genau hin? Ich muss ja ein paar Details wissen. Ich lass mich doch hier nicht auf den Himmelskommando fahrt ein. Ich hab schon keine Ahnung. Na, aufs Cargo. Genau. Aufs Cargo? Wie kommen wir denn da alle hin? Na ja. Also, Moment mal. Wissen Sie noch die Boote, mit denen wir vorhin auf die Events-Insel gefahren sind? Die sind da noch. Ich weiß nicht, ob man die benutzen kann. Oh. Ja. Ja, die können wir schon benutzen. Denk ich mal. Das kann ich nicht. Ich bin vorbereitet. Jederzeit. Also, ich hab schon mal ein paar. Okay, dann können wir mein Auto erstmal wegstellen. Äh, ja, warte. Ja, wer hat denn noch Schuss übrig ein bisschen? Dann mach ich noch ein paar Syringes und so. Hier hinten rum. Ich hab alles dabei. Komm, da neben mein anderes Auto. Einmal ganz außen rum. Achso. Ja. So, du willst jetzt direkt los wieder erstmal. Was ist los? Ich muss möglicherweise hier noch jemanden eine Geschichte erzählen. Achso, ja. Dann wäre ich gleich bereit, aber ich weiß nicht, wie ich denen vertrauen kann, da gerade. Also, sind die kompetent? Diese Person dann im Anzug, ich weiß ja nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kenn die nicht, glaube ich. Warte, kenn ich die? Wen meinst du? Ja, da stand doch eine mit so einem Anzug gerade unten. Also, mit so einer weiblichen Stimme. Ich weiß nicht, ob das eine Frau ist. Achso, die. Ich hab gedacht, die will mir doch den Ausflug. Kennst du die nicht? Ja, wir will sie auch. Und ich weiß nicht, ob ich da vertrauen kann. Nee, keine Ahnung. Aber mal ganz kurz. Magst du mir mal ganz kurz den Schlüssel geben, bevor wir das vergessen? Ja, klar. Moment, ich muss kurz die Schlüsse sortieren. So sieht also sortier mir aus, ich verstehe. Ja, ich muss jetzt den richtigen finden. Nee, der ist falsch. Meiner hat man nicht geschafft. Nee, der ist falsch. Nee, der war auch falsch. Nee, der war es auch nicht. Oh, da ist er. Warte, ich beschreibe ihn dir auch noch. Ja, ich schreibe Wohnmobil rein oder Lachsmobil. Lachsmobil wäre gut. Ja, habe ich gemacht. Hier. Hey, das sind meine Schlüssel. Moment, ich gucke, wie sie beschriftet sind. Fibamotor. Nee, das bist nicht du. Tanker, bist auch nicht du. Klausst du hier Schlüssel oder was? Nein, das sind die Schlüssel aus unserem Laden. Ich wollte auch nie immer mehrere Schlüssel herstellen für alle Autos, die wir verkaufen, damit ich die Notfalls mal zurückbringen kann und sie dann wieder teuer zu verkaufen. Danke. Verstehe. Aber du hast nicht noch zufällig hier einen Schlüssel von mir oder so dabei? Nicht, dass es am Ende des Tages heißt, hier, ich steige ins Auto rein und fahre weiter? Nein, nein, ich habe keinen mehr. Okay, cool. Dann glaube ich dir mal, Werner. Ja, also ich muss ganz kurz um mein Haus und überlege mir, was habe ich mitkommen. Okay, könnt ihr noch so zwei Minuten warten? Ja, ja, klar, ich warte. Versuch mal was über diese komische Anzugfrau auszufinden, und die ist irgendwie komisch. Und eigentlich wolltest du mir noch mehr erzählen, dass viel passiert ist. Ich weiß nicht. Ah, okay. Ich frage mal nach. Ja, wenn wir S&G-Budys hättet, könnten wir die craften. Wie schauen die aus? Sind das die braun? Sind die, nee, das sind die, die so rosa aussehen. Ich glaube, ich habe noch ein S&G-Buddy. Braucht ihr etwa Waffen? Aber ich kann halt nichts craften. Haben Sie denn welche? Oh ja, wir hatten sehr, sehr viele Waffen. Wir können da was verkaufen, notfalls. So, der Sohn, Sie gehören doch zu dem Herrn Waffelhändler, genau. Ich habe ja mit Ihrem Kollegen gesprochen. Oh, ich will waffeln. Das ist doch Ihr Kollege, genau. Ja, also, wenn Sie möchten... Der wollte mir ja eine AK für 300 oder so verkaufen. Da soll ich die jetzt mal abholen, schnell bei Ihnen. Ja, wir können das gerne zusammen machen, ja. Also, wenn Sie alle Waffen brauchen und ein bisschen Scrap haben, können wir bestimmt was für Sie basteln. Oh, das wäre wundervoll. Wo müssen wir denn da hin? Dann treffen wir uns alle bei Ihnen bei Best Kurs Custom. Ja, ganz, ganz kleinen Moment. Dann ruhe ich meinen Scrap noch von zu Hause. Ja, warte, ganz kurz, Moment. Ich rufe nur mal kurz an. Also, ich hätte hier das SMG-Body. Und wenn Sie das craften wollen, dann würde ich mir... Ja, moin. Okay, hier ist Werner, der Praktikant. Was ist los, Werner? Sag mal, kannst du ein paar Waffen basteln, die wir verkaufen können? Also, Waffeln? Ja, wenn ich wieder zu Hause bin. Äh, war ein bisschen ungefähr zu Hause wieder. Äh... Ich will jetzt nur sagen, ich bin gerade auf dem Eurig. Ah, okay. Also, wahrscheinlich so 20 Minuten dauert es wahrscheinlich schon noch, oder? Ich bin nicht genaueres weit. Okay, alles klar. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, alles klar. Gut, danke. Okay, man braucht vier Federn, ein SMG-Body. Ja? Äh, kriegt ihr das alleine hin, oder braucht ihr noch was? Wie, alleine? Sie wollten doch mitkommen. Achso, nee, ich dachte gerade, weil sie gerade dabei sind, Materialien zu sammeln, etc. Und es hat sich so angehört, als würden sie jetzt selber eine Waffe basteln. Nein, nein, wir wollen trotzdem Waffeln von Ihnen kaufen. Okay, ähm, also mein Kollege, der ist gerade noch unterwegs, der braucht wahrscheinlich so 15, 20 Minuten, bis er da ist, und dann kann er bestimmt noch mehr Waffeln basteln. Packen. Hm. Äh, wo ist denn Ihr Kollege unterwegs hin, wenn ich mal fragen darf? Doch nicht jetzt in eine bestimmte Richtung. Der ist gerade auf einem Eurig. Der besorgt gerade ein bisschen Diesel für uns. Ja, okay, dann können wir das ja kippen mit dem Cargo, weil dann wird er auch aufs Cargo gehen, weil das gerade am Eurig vorbeifährt. Ja, jetzt aber auch gleich hin. Nee, jetzt auf dem Kleinen, nicht auf dem Großen. Ja, aber das Boot, das Cargo fährt ja gleich am Kleinen vorbei, auch in den 10 Minuten. Ja, also ich weiß nicht, ob er da auch noch hin will, oder ob er erstmal die Waffen hinbauen würden. Da könnten wir vielleicht auch zusammen aufs Cargo danach. Das Cargo verschwindet irgendwann, wir müssen uns jetzt beeilen, wenn wir darauf wollen. Also ich könnte, wenn dann noch Waffen, die Sie anmieten können, das wären aber dann keine super guten Waffen vielleicht. Aber so MP5-mäßig haben wir bestimmt noch was da. Na, was? Ja, das würde auch gehen erstmal. Dann würde ich erstmal einen MP5 nehmen. Ja, okay, dann können Sie die ja mieten und dann, wenn mein Kollege wieder da ist, können Sie die richtig guten Waffen nehmen. So. Okay, wie viele MP5s haben Sie denn? Haben Sie für jeden eine, oder haben Sie, wie viele haben Sie? Also ich denke mal, wir haben bestimmt zwei, drei. Okay, dann fahren wir mal kurz dahin zu liegen, oder? Ja, ja. Können Sie mich mitnehmen? Wie viele Scraps? Soll ich Ihnen 300 Scraps erstmal mitbringen? Ja, ich kann Sie alle mitnehmen. Wollen Sie alle mitkommen? Sehr gut. Ja, denk schon. Was ist denn jetzt mit dem Lachsmann? Ich hätte nur 200 Scraps aktuell, aber ich habe SMG-Buddies. Moment, wo stehe ich denn? Den Lachsmann rufe ich sowieso noch mal an. Und was ist mit Pazzi? Er kann aus dem Viert gehen, wenn er nicht mit will. Er kann ruhig hierbleiben. Also es ist nicht so schlimm, wenn er nicht mitkommen ist. Wie sind wir denn mittlerweile jetzt? Die ganze Rascals Custom und Lachsmann und Pazzi und wir drei wollen vielleicht einen Familiengroßausflug machen? Mehr Gefühlen. Aber der Pazzi ist ja da. Ja. Er hat zu. Achso. Ja, der ist gerade in die Richtung gerannt, aber ich weiß nicht, wo er wohnt. So geradeaus. Zu A16 wissen wir. Der Pazzi fall? Oh, das ist mein Chef. Das rufen Sie vielleicht noch mal an. Warte, war das das? Können Sie den Anruf? Nee, das war mein Chef. Er schreckt doch geradeaus. Das war mein Chef, nee. Das war Herr Edo P. Sorry, sorry. Ja, die schauen blau aus. Ich sehe nur blau. Ja, ich bin blau. Fragen Sie, was machen Sie eigentlich in diesem Anzug? Ich kann nicht ohne den Anzug atmen, leider. Ich hatte mal einen Unfall auf der Space Station von der ESA, wo ich mal gearbeitet habe. Seitdem kann ich leider keinen Sauerstoff mehr atmen. Ui, passen Sie auf. Haben Sie jetzt so eine mechanische Lunge? Naja, nicht ganz. So ist in der Richtung. Ist denn Ihr Lachgetriebe noch funktional? Mein Lach, was? Na Ihr Lachgetriebe, dass Sie lachen können. Ja, ja, klar. Müsst wir nochmal hinzuliehen? Ja, links. Einfach links. Tut mir leid. Und dann einfach geradeaus, dann sehen Sie es. Vielleicht können Sie dann mal das Lachgetriebe testen. Na, erzählen Sie mal einen Witz. Ich bin ganz schlecht eine Witze erzählen. Habt Ihr einen auf Lager? Was ist das? Spongebob-Witz oder so? Äh, oh Gott. Jetzt gerate ich hier ganz schnell unter Druck. Ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Oh nein. Bitte nicht explodieren. Da hinten zum großen Gebäude. Das ist das neue Rust Coast Custom. Sehr gut. Genau, hier können Sie parken. Wer kommt? Äh, ich komm. Okay, du bist ja schon wieder da. Oh, mein Kollege ist schon wieder da. Dann kriegen Sie direkt die guten Waffen. Ja, ja, ja. Perfekt. Das ging ja fix. Was? Ich muss... Ja, oder wie gehen jetzt alle zusammen? Genau, fix. Ich muss noch mal kurz weg. Ah, beziehungsweise was brauchen Sie denn? Wie schnell brauchen Sie? Wollen Sie denn jetzt noch mit? Achso, Herr Parzi war mir hier. Herr Parzi. Ich hab mich vergessen. Ah, Lachs. Achso, wo ist denn der Lachsmann jetzt hin? Der ist doch weggerannt. Ja, doch, ich standen. Sie wollen nicht so machen. Der Lachs ist kurz, glaube ich, bei sich zu Hause oder im Salon oder er wollte noch mit jemandem reden. Ich brauche eine genaue Anzahl. Also, was genau wollen Sie denn haben? Also, ich hätte gerne eher eine AK, aber das habe ich auch mit Herrn Kai schon besprochen gehabt. Aber wenn Sie keine haben, ein bisschen... Also, eine AK brauchen wir schon mal. Wir hatten das ja schon besprochen. Ich hätte ein SMG-Buddy, da können Sie mir was draus basteln. Okay, ich habe nur ein Problem. Ich müsste vorher noch ganz dringend noch mal weg. Und ich brauche auch meinen Praktikanten dafür. Können Sie hier 10 Minuten warten und sich ein bisschen beschäftigen oder so? Na, wo wollen Sie denn hin? aber doch zufällig nicht mit einem Boot oder so, ne? Ja, aber mit einem Hubschrauber. Ich muss was holen. Was ist denn? Beide haben und gut. Ich bitte nicht mit Absicht so schnell wieder hingeholen. Oh, okay. Ach so, ich verstehe, okay. Ja, wir sind gleich wieder da. Bei Herrn Sohn, Sie haben mit uns eine Abmachung. Jetzt nicht irgendwie... Ja, 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 ich weiß Bescheid. Wir haben mal abgemacht. Und CSK erzeugen. Wir bleiben hier bis gleich. Um es zu verschnellern. Aber lass uns das raus. Gucken Sie sich die Autos an. Also, ja, gut. Zieh dir was an. Ach so, klein. Ja, okay. Sie können raus. Äh, ja, 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 ja. Äh, Moment. Oh Gott. Stress. Zieh dir mal über. Los, los. Okay, bin bereit. Schnell, Werner. Perfekt. Oh Gott, okay. Es ist so viel passiert. Es ist wirklich dunkel, ne? War klar. Ja, gar nicht. Er war alles da zu Hause. Naja, ich kenne das Problem. Darf ich mal fliegen? Ne, das nicht. Ah, okay, gut. Ne. Wir müssen da jetzt, äh, eine Improvisation starten. Mhm, okay. Ich muss was machen. Ich, äh, mal gucken, ob das hinhaut. Ja, also, die Gruppe da möchte auch gleich zum Cargo, nur dass wir Bescheid wissen. Nicht, dass wir das denen jetzt klauen. Ne, 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 alles gut. Okay, gut. Oh Gott, wir sind auch so... Ich wollte nur kurz zum Oil Rig und dann, äh, war blöd. Ja. Hier sind so viele verrückte Sachen passiert, als ich das Auto vom Lachsmann nur zum Lachsmann bringen wollte. Okay, was passiert? Also, ich glaub, ich hab den Helikopter vom General geklaut. Okay. Ja, also, ich hab so'n, ich hab so'n Mann auf der Straße getroffen und der wollte kurz zum Supermarkt und da hab ich ihn da hingefahren. Dann ist unser Sprit leer gegangen. Dann musste ich kurz Sprit holen, deswegen war ich nochmal kurz in der Base. Und dann sind wir in die Stadt gefahren und dann hat er gemeint, oh, da steht ja mein Helikopter. Und dann hab ich gesagt, oh cool. Und dann hat er mich gefragt, ob wir eine kleine Spritztür drehen wollen. Und dann, äh, bin ich mit eingestiegen und er hat mich fliegen lassen und dann bin ich ein bisschen rumgeflogen. Naja, und dann wurde auf uns geschossen und dann bin ich gestorben. Also, beziehungsweise oh, mächtig geworden. Das ist, ähm, natürlich blöd. Wie war's eigentlich mit dem großen Fliegen? Ja, ungefähr genauso, wie ich's gerade erzählt hab. Er wie Schweizer, meinerlichen. Und Lars, äh, Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen, vielen Dank. Sorry. Äh, ich danke dir. Ist die Wissenschaft noch da? Kannst du den da unten mal wegmachen? Wieder da. Kannst du den da unten mal töten? Direkt vor dir. Perfekt. Ja. Ja, hier sind immer noch die vom letzten Mal und die Heavies. Das ist das Problem. Ja, okay, alles klar. Also, einfach nach oben hin arbeiten und gut ist. Aber vorsichtig. Na Gott, hast du was zu essen dabei? Auch nicht, ich finde, du hast zu essen. Oh, oh. Äh, ich höre sehr viele Steps. Vorsicht, Vorsicht. Geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück. Ja, die kommen. Da kommt einiges. Da kommt sehr viel. Kannst du dir auf die schießen? Äh, ich bin gerade ins Wasser gefallen. Was? Ich bin ins Wasser gefallen. Bist du tot? Nee, 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 nee. Schön, 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 schön. Gut, gut, gut. Da kommt noch was. Alter, was war denn das? Sehr gut. Junge, 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 Junge. Die sind wild. Ja, da oben sind noch mehr. Ja. Junge, Junge, Junge. Aber die blauen sind nicht das Problem. Eher die anderen. Okay, bin wieder bereit. Okay, okay. Wir rücken langsam vor. Da kommt einer. Okay, gut, gut. Kommt schon wieder einer an der Hand. Ich muss mich heilen. Decken sie mich. Jo, kein Problem. Jawoll, ist schon da, Kontrolle. Perfekt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Au. Alter, da hoch. Was? Wo war der denn? Wo war der geschossen? Alles gut. Oben, eine Etage höher. Er loote du da mal. Ich gehe schon mal ein Stück. Die geht one on one mit Werner. Da kommen, glaube ich, schon wieder die nächsten. Ja, er kommt aus der Kette runter. Okay. Okay. Ich habe keine Spritzen mehr. Warte, ich habe zwei. Ich habe zwei hier. Vor dir. Vor dir. Okay. Also im besten Fall sind jetzt alle Heavys tot. Da standen halt oben vier Stück oder so auf einem Haufen. Und die haben mich dann ein bisschen lang gemacht, als ich da hochrennen wollte. Ich glaube, da müssen sie weg sein. Wir haben vier, glaube ich, gekillt. Also im besten Fall sind alle Heavys tot. Sieht gut aus, oder? Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Jo, ich glaube, jetzt haben wir alle. Fängt Werner. Okay, hier ist auch noch einer. Ich glaube, im Haus, oder? Im Raum ist noch einer drin. Oh Gott, da waren zwei. Ich bin deshalb ein. Also inne. wir müssen jetzt erstmal zurück und danach holen wir den rest ja alles klar die waffen für die dann machen wir den rest und das diesel brauchen wir vier fässer habe ich schon wieder kannst du den drop schon rufen und wenn wir wieder da sind kommt oder so da müssen wir das halt noch mal so machen wie jetzt das ist halt wieder anstrengend ach so von unten nach oben müssen ja okay wir gucken mal dass wir jetzt erst mal schnell nach hause kommen dass die ihr zeug für das schiff krieg hast du hier noch kommen soll noch mit hier da drinnen Wann zahlen die Leute denn eigentlich? Also für die AK 300 Scrap, das hattest du mit dir schon ausgemacht. Bei dem anderen weiß ich nicht. Okay, fährst du mit dem Boot? Ah ja, klar, mach ich. Hier, ich geb hier Lowgrade. Du bist gleich. Jo, bist gleich. Wow. Ja, ja, starving, die hydrating, oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Jetzt verhungere ich nochmal auf einem Weg, ey. Ja, das überleben wir easy peasy. Wir kommen da perfekt zu Hause an, sodass ich essen und trinken kann. Gar kein Problem. Noch ganz weit weg vom Stern. Hier, was zu essen noch gesammelt? Ja, ich hab noch Bandagen auf jeden Fall. Beim ganzen Töten kann man natürlich schon gar nicht ans Essen denken. So sieht es nämlich aus. Man kann ja an alles denken. So. Ey Lars, was habt ihr eigentlich gezockt? Es tut mir leid, dass ich gerade jetzt einfach null Zeit hatte. Es war jetzt irgendwie die ganze Zeit permanent Action und irgendwas ist passiert. Aber was ging bei euch? Ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich rufe sie gleich nochmal an. Ja alles klar. Verna schieß drauf. Verna schieß erstmal an. Gehe in der LK her und dann rufe ich sie nochmal an. Ja alles klar alles klar. Ja, ab in turm. ab in turm. Verna, ja 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 ja. Schnell. Lauf. Ich renne ich renne. Renn. Schnell nach. Hilfe. Au 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 au. Heil dich. Heil dich. Mich hat's erwischt Wat? Wat? Nein, ich hab mich verdrückt Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Och fuck, ey, jetzt bin ich hier unten Ey, warte, ich muss mich nochmal kurz umbringen lassen Dauerstress, ja Vor allem, ey, auch einfach Dauerstress Mit Kay Diesen scheiße Tech-Helikopter angreift Los ist es, also ohne Anzug hier Schneller, bringe ich jetzt mal schneller um Da wollte ich doch spawnen Ey, wieso bin ich denn Habe ich das nicht auch gerade eben schon gedrückt? Ey, Kay, hast du eine Waffe hier drinne Oder kann ich kurz rauslaufen? Ja, oben, oben Müssen schnell auf den schießen, damit er nicht resettet Der hat mich gekillt Ja, mich hat er auch gekillt Äh, wo sind denn Waffen? Hier Wir müssen hinterher, das kann doch nicht wahr sein, Mann Okay, nimm das Okay, dann kann ich auch meine Leiche looten schnell Ich bin jetzt sowieso weggeflogen Mach das, wir müssen hinterher, der ist fast kaputt Ja, scheiße Ich hate it Wir müssen doch noch die Waffen herstellen Das ist auch noch Ja, es ist wirklich einfach nur Dauerstress, ey Ja, es ist wirklich einfach nur Dauerstress Ähm Doktor Wir müssen uns beeilen Wir müssen zur Launchzeit Der fliegt schon wieder da oben rum So ein Scheiß Sind die Nummern immer anders, wenn man das Cindy neu aufnimmt? Ja, wir kommen, wir hatten hier ein kleines Internet mit so einem Helikopter Ähm, okay, ist schon da Ich bin auch sofort da Äh, tut mir leid, es sind wieder hier ein paar Sachen dazwischen gekommen, die nicht zu erwarten waren Aber wir sind da Äh, ja, aber ihr seid doch nicht da Ja, wir sind da Ja, doch, wir sind da Ja, doch, wir sind da Dankeschön für deinen Raid, ey, dankeschön Ey, es hat heute so viel Spaß gemacht wieder Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt als Praktikanten Das macht wirklich so viel Bock Doch, nix Wir haben auch wirklich einfach eine coole Mischung aus, ähm, halt einfach, äh, Ballern und RP Ey, das macht sehr viel Spaß, ey, vielen, vielen, vielen Dank Ich hoffe, du hattest auch einen geilen Tag heute Bitteschön Also, das sind 175 Soll ich Ihnen noch HQ geben? Ich hab jetzt nur 175, sonst geb ich Ihnen den Rest morgen Mischung aus Cars und Progress, ja, ey, gerade jetzt So viel Stress Ich hab gerade eben, obwohl ich sag das lieber nicht wegen Meter Aber bei mir war es gerade nur komplett crazy die letzten 30 Minuten Ich hab Ihnen zu viel gegeben Bitteschön Äh, möchtet ihr dann auch noch werfen? Äh, waffeln? Ach, fünf, ja Nee, aber Vielleicht Ach, Klaxi, da bist du ja auch wieder Also Ja, also vielleicht so ein paar Spritzen oder so wären auch ganz gut Also, ich bin ja hier nicht so fit, wenn du siehst, was ich meine Ja, was hast du denn so, äh, könntest du was bieten? Äh, ja Ich hätte 15 Scrap Äh, warte Äh, Pistol Ammo, rote Karte Ja, aber, ähm, sag das nicht im K Äh, hier Also Ja, nee Ja, ja, hau mal raus jetzt Wo wollten wir denn hin? Ja, hab ich nicht dabei, aber Also Okay, äh, gibst du das einfach später, okay? Wir haben gerade gesehen, das ist Cargo rausgeflungen Ja 30 am besten Bitte Wir kommen nicht, nein Bitte nicht Wir machen nichts Versprochen Nein, nein, nein Männer ehren wollen Wir versprechen Okay Menschen Menschen ehren wollen Danke Ja, das wird schon reichen, danke dir Ich gebe dir dann 30 Scrap Du findest da bestimmt auch sowieso nochmal spritzen Alles klar, danke dir Du bist für den Notfall, vielleicht brauche ich die gar nicht Ich kann die nachher wieder zurückgeben Ja, mal gucken Äh, rufst du mich an, wenn du wieder zurück bist? Da kommst du jetzt nicht mit, wie Wir sind gerade quasi noch auf einer Mission Ja, wir sind, ja, wir haben gerade nicht so wirklich Zeit Wir suchen gerade noch den Helikopter Nein, wir kommen nicht zum Oryk Helikopter? Viel Erfolg Äh, ja Der hat uns gerade in die Ohnmacht geschossen Und jetzt wollen wir uns rechnen an dem dopen Ding Wir sind gerade beim Oryk Wir müssen noch was anderes erledigen Wir kommen nicht Keine Sorge Na gut, Werner, dann mach das erstmal Oder brauchst du da Hilfe? Äh, nee, geh ruhig mit auf den Oryk Okay, danke dir, Werner Ich zeige mich später erkenntlich Wenn du verstehst, was ich meine Wannst du jetzt mit dem Loftnobil? Viel Spaß Ja, genau Viel Erfolg Ja, viel Erfolg euch, ciao Ja, danke Wollen wir zu den Booten fahren Und ein Boot von unten nehmen? Was vom Strand, wo wir vorhin waren Vom Event oder? Also hier steht sogar Wollen wir uns ein Boot kaufen Also hier steht sogar ein Boot Das könnt ihr auch gerne nehmen Das habe ich gerade hier hingefahren Wenn ihr es dann wieder da abstellt Wo steht denn das genau? Äh, hier Einfach um die Ecke Wo steht das genau? Äh, hier Da Davon steht's Ah, okay Super Äh, stellst uns einfach wieder dahin Wollen wir kurz warten Bis das hell wird Weil Jo, ich komme Sorry Okay, machen wir Danke Tschüss 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 Dankeschön Äh, wo bist du? Okay Okay, äh So, ich bin bereit Aber warte mal Nehmen wir jetzt das Boot Ich habe das Boot gerade kurz verliehen Äh, hoch Hoch, hoch, hoch Aber ich brauche Spritzen Ich brauche Spritzen Alter, was ein Stress Ich habe genug Komm Okay, ich komme Wir gehen Ah, fuck Komm ran hier Ich bin da Wo bin ich? Hoch, 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 hoch Wir haben keine Zeit Okay, sitze, sitze Go, go, go Der kommt genau in unsere Richtung Aber da ich weiß, dass er einen Arsch ist Der uns immer wieder verarscht Vertraue mir dem nicht Äh, du hast nicht zu mir Ich warst erst nochmal Nee Hier wird jetzt nichts gegessen Der fliegt zu Water Treatment Da werden wir gegen ihn kämpfen Okay, okay Oh, oh Da ist er ja schon Pass auf Wir müssen hier runter Es könnte eine Brunado werden Leuchte auf dem Boden So gut es geht Und rennen direkt in ein Haus Ja, ich sehe absolut gar nichts Direkt ins Haus laufen Okay Hier rein, hier rein Hier rein Bin da, bin da, bin da Ach, die kann man auch Okay, bin drin Ich sehe nichts Ja Licht an und auf ihn schießen Damit er hier bleibt Ich habe kein Licht Du bleibst hier drin Ich gehe in ein anderes Haus Ja, okay Ähm, wo bin ich? Ups Ich habe ein Foto gemacht Was ist das hier? Ah Äh Scheiße man Wieso ist es denn hier so dunkel? Okay Ist tot Und ich habe keine Spritzen Oh 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 Mann ey Okay Jetzt fährt er hier rüber Jetzt möchte ich wieder zurück Ich werde fucking wahnsinnig ey Au diese verdammten Spikes ey Der Heli fast down Ja ich bin auch down Vor allem sehe ich einfach nichts Kay macht das schon bestimmt Oh Gott ich glaube der blickt wieder hier rüber Äh Waffen 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 Hallo Ja Okay Junge Oh ich glaube er ist down Hast du ihn Werner? Ja ich glaube wir haben ihn down Perfekt Wunderbar Hei 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 Hallo hei 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 War das schon wieder Stress hier Okay Alle da? Okay Das war furchtbar Das war der schlimmste Heli der Welt Kannst du mal leuchten bitte Werner? Ich habe keine Lampe Passivall ist das hier unser Helikopter Ja Würden sie den bitte nicht looten Wäre nett Danke Wollte ihn nur leuchten alles gut Alles gut Danke Danke Okay Okay Ja jejeje Äi Ich seh nix Ich seh gar nichts Ich seh gar nichts Mann das ist alles so blockiert hier Ja, irgendwie. Oh Gott. Das ist ja... Jesus Christ! Ich geh kurz piggen, chat. Das ist ja... Alter Schwede, ey. Was ein fucking Fight, ey. Hallöchen, Sakara, moin, hallöchen. Und Nukilein, moin, moin, moin. Ey, Jesus Christ. Äh, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Loot? Ist da noch mein Loot? Oder weil ich jetzt zweimal gestorben ist, ist da alles weg? Nur hinten stehen Pinkelposten. Ja, einfach sterben. Wie schnell ertrinkt man denn auch, bitteschön, ey. Da, wo du gestorben bist, ja. Oh, die sind anscheinend mittlerweile mit weggefahren, ja. Das ist toll, was du verstehen. Okay. Oder bin ich schon wieder an irgendwas anderem gestorben? Kann ja nicht auch sein, ne. Oh, Junge, okay. Hast du schon was gelootet, äh, Werner? Nee, ich bin ja aber gestorben. Aber hier ist dein Zeug. Oh, hier war ein bisschen Loot. Ja, hier ist dein Zeug. Pass auf, du ertrinkst. Ja. Also eine Maske wäre nicht schlecht gewesen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Money rausgeholt, da. Bei deiner Seite. Äh, also, Werner, ich sag dir, wie es ist, ne. Wir werden hier am Laufelband verarscht. Ja, das Gefühl habe ich aber auch. Guck dir mal an, was da drin war. Hier. Das war's. Und das? Toll. Oh, der ist wieder der eine Typ, der vorhin da war und was wollte und dann waren die anderen alle da. Ja. Äh, hallo. Guten Tag. Moin, was brauchen Sie? Ich hoffe, ich störe nicht. Nee, also, nee, nee, uns geht's top hier. Wir hatten gerade einen kleinen Badespaß da vorne. Oh, das klingt sehr gut. Wer gehört in die Werkstatt hier? Ja, genau. Ja. Äh, sehen Sie gegenüber auf der anderen Seite dieses kleine, winzige Auto? Mhm, mhm. Ähm, könnten Sie das größer machen mit Ladefläche und so? Größer machen können wir nicht. Wir können nur austauschen. Ja, wir können es eben dann austauschen. Könnte man aus deinem 4-Sitzer ein 2-Sitzer mit Ladefläche machen? Aber das geht auch. Ja, das wäre möglich. Was würde das kosten? Der reine Umbau? Äh. Naja, so. Geht doch aufs Haus. Könnten Sie das jetzt machen? Na klar, geben Sie einen Schlüssel her. Ich fasse auf die Rampe. Mein Kollege baut Ihnen das und dann... Na, machen Sie das. Das ist noch gar kein Schach. Genau, das ist meine nächste Frage. Können Sie nur einen Schlüssel machen? Machen wir ihn auch. Sogar mit dem Satzschlüssel. Das haben wir doch noch nicht geklaut. Steigen Sie ruhig rein. Kommen Sie mit. Da drüben ist es leider noch... Da wird noch gebaut, leider. Wir müssen hier rüber. Ah, okay. Super. Super. So, können Sie einmal aussteigen. Sonst werden Sie gequetscht. So, mein Kollege kommt dann gleich mit den nötigen Teilen. Möchten Sie einen Kaffee so lange? Ja, vielen, vielen Dank. Oh, ja. Ein Kaffee geht immer. Ja, einen Moment. Oh Gott, wir haben hier gar nichts mehr. Also, Sie können sich hier... Wenn Sie möchten, Sie einen Kaffee hier direkt aus der Filtermaschine hier raus holen. Ich habe nur gerade leider keine Tassen. Wir sind gerade am umziehen. Ich fasse nicht einfach da drunter. Ja, genau. Super. Ja, vielen Dank. Es ist wirklich die ganze Zeit einfach nur genau das Gefühl. Hier ist ja auch noch ein Ding, ey. Oh Gott. Haben wir noch Metall hier? Ja, ich weiß nicht. Stift. Ja, fängt. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel dafür. Das ist schon in Ordnung. Dafür, dass ich Ihren Badespaß gestört habe. Sie haben gar nichts gestört. Dann lassen Sie mich mindestens kurz einen Blick unter die Haube werfen, wenn Sie schon so großzügig sind. Ja, geben Sie mir eine Sekunde. Geben Sie mir eine Sekunde. Ja, ja. Total. Ihr braucht mehr Personal. Oh Gott, er kommt schon wieder hier, Mann. Hallo, was machen Sie hier? Ja, genau Sie. Was ich hier mache? Ich bin auf Schoki-Jagd. Das hier, Privatgelände. Aber hier gibt es nur Autos. Was ist denn da ein Schokoriegel? Wo denn? Ich sehe keinen. Ja, kommen Sie noch mal her. Ach so. Einen Schokoriegel sehe ich da. Ja, genau. So runtergucken müssen Sie. Wo denn? Ich sehe immer noch keinen. Sie verarschen mich doch. Oh. Ja, da. Ah, es ist... Sie haben ja was fallen lassen. Nee, das lag da schon. Äh, möchten Sie zu überlichen einen Schokoriegel? Ich habe hier einen gefunden. Aber natürlich will ich Ihren Schokoriegel. Ja, gerne. Gar kein Problem. Das ist hier der... Lecker. Das ist der legendäre Kundenservice von Rust Coast Custom. Erzählen Sie es weiter. Hier kriegen Sie Schokoriegel. Oh, was machen Sie noch? So? Äh, also... Wir verkaufen Helikopter und Autos und Waffeln. Hier haben wir noch einen Extraschlüssel. Hier sind Sie in Ihren alten... Helikopter? Ja. Nein, wirklich? Ja doch, da oben steht einer. Sehen Sie den? Das ist unser bestes Modell. Das ist unser bestes Modell. Ja. Dann, ich will den. Aber denkt daran, nur bleibt er. Wie teuer. Ich glaube, momentan ist das noch unser Ausstellungsmodell. Das brauchen wir, glaube ich, gleich erst mal kurz selber. Aber wenn Sie vielleicht später oder morgen nochmal wiederkommen, können wir Ihnen einen besorgen. Ja, danke. Ja. Und wie teuer wäre das, wenn der dann da ist? Ja, ich fang mal ganz kurz. Perfekt. Okay, was kostet so ein Helikopter bei uns? Ja, aber Vorsicht mit dem Gaspedal. Ja, ich bin dazu. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüssi. Was werden wir für so ein Helikopter nehmen eigentlich, wenn wir einen hätten, dann auf Vorrat? Äh. Tausend Scrap. Okay, alles klar. Oh, Sie haben es hier schon gemütlich gemacht. Äh, also so ein Helikopter, wenn wir einen auf Vorrat haben, dann nehmen wir da 4.000 Scrap. Hier ist dann aber auch schon ganz gut gefüllt. Tausend Scrap? Ja, also wir müssen ja uns so... Also, das ist gar nicht so ungefährlich, die Teile zu besorgen, etc. Und dann müssen wir die Heria fliegen und dann noch zu ausstellen und sauber machen und reparieren und so. Aber kommen Sie, bei so einer Süßigkeit können Sie doch eine Ausnahme machen. Ich habe Ihnen doch auch Schucke geschenkt. Nee, nee. Die Schucke habe ich nicht gefunden und Ihnen gegeben. Ich meine... Nee. Doch, doch. Die habe ich da hingelegt. Oh mein Gott. Ähm, also, ich weiß es nicht. Vielleicht können wir 900 Scrap machen, aber ich glaube, viel weniger geht nicht. Weil die sind ganz schön teuer auch in der Anschaffung. Sonst machen wir noch ein Verlustgeschäft. Der, der, der Quack-Quack-Ente-Pilot, der, da kostet das nur 100. Äh... Das ist mehr als das Doppelte bei euch. Ah, ja, ich glaube, der nimmt die billigen Modelle aus China. Ehrlich gesagt. Nicht so wie unsere. Ja, aber die fliegen genauso. Ja, ja, ja. Ähm, ich müsste... Das kann ja was nicht stimmen. Ich muss leider ganz dringend los, äh, weil sonst nämlich, ähm, mein, mein altes Ich verschwindet. Sie müssen groß. Ja, ich muss ganz groß dahinter an dem Hügel, weil sonst fängt sie an zu stinken. Ja, dann raus damit. Ja, äh, es tut mir schrecklich leid, sie... Von Tusch, lassen Sie es raus. Tut mir leid. Ähm... Ich weiß ja, ich weiß gar nicht, was so ein Heli kostet eigentlich, wenn man den kauft. Ja, also die Sache ist halt, AKs können wir herstellen. Ähm... Minikopter 57, ja. Und die müssen wir halt kaufen. Ich glaube, wahrscheinlich, hier gibt es irgendwo eine Flugschule, ähm, der die, äh, Copter spawnen kann. Ähm, und deswegen sind die da so billig halt quasi. Also in der Theorie müssten wir die da auch wahrscheinlich einfach kaufen. Oder einen Verkaufen, wenn man sie überhaupt, wenn das überhaupt Sinn macht. Ja, ich glaube, es gibt, es gibt sowas wie eine Flugschule hier, äh, der die sich einfach spawnen lassen kann. Ich hoffe, meine Leiche verschwindet jetzt da nicht. Ja, 750, 850, irgendwie sowas kotzt es auf jeden Fall. Warum hat Edo eigentlich schon so früh Schluss gemacht? Was soll das? Warum ist der schon ins Bettchen gegangen? Ist es jetzt, war da nämlich geradet? Vor einer halben Stunde? Kurz nach zwei. Ah, Preise sehe ich auch so. Ja, okay. Oh, nee, ey, bitte. Okay. Ähm. Ähm. Ok? Wo bist du? Ah, hast du Platz im Inventar? Bisschen, ja. Da im Beutel ist noch ein bisschen was. Hier, jetzt bin ich voll. Ja, warte, ich kann noch ein bisschen, ja. Warte. Warte. Ah, warte, kannst du das hier auf die Waffen packen schon? Hä? Hä? Wieso? Achso, ja. Äh. Äh. Ich kann es selber machen. Ich habe hier noch eine Waffe. So, ich mach, mach. Die Muni ist egal, die Jacket ist tatsächlich mehr wie viel. Ja, hab ich. Ich verhunger. Äh, iss den Wurm. Okay, okay. Die Bille? Was? Ich weiß nicht. Let's go. Ich bin am verhungern. Aber, ähm. Du schaffst das. Ja. Ich schaff das. Man, ey. So ein Stress. Ich bin fertig. Ja. Ich bin da einfach nur fertig. Ja. Ich auch. Kann der. Nee. Alter, die letzte Stunde. What the fuck war hier los, ey. Furchtbar. Das kommt davon, wenn man so ein großes Gebäude hat, was Leute imposant finden oder so. Ah. Oh Gott. Perfekt. Ich bin vor allem wieder ausgefallen. Oh Mann. Oh, nee. Ich probiere mal zu essen. Und ich muss Maiko noch gleich anrufen. Hier im Kühlschrank. Ist ganz viel Essen. Ja, hier im Kühlschrank ist auch ganz viel Essen. So, alter Schwede, ey. Ach. Aber, werde ich noch mal das Scheiß wegbringen, ey. Was hab ich? Mein Schnauergewer. Starbucksgewehr? Nee, das Schnauergewehr. Hier. jetzt habe ich endlich meine taschenlampe auf der waffe perfekt hast du die lr aufgehoben die ich dir hingeschmissen ab ja ne ja hast du in der hand oder ja das sieht ja furchtbar aus das ist keine lr das m39 ok keine ahnung da liegt die da noch da muss man nur hin musste schluck trinken ach jesus christ lr ist die awp oder ne das ist ein ding und so oder lr beste waffe ok wir gehen jetzt noch mal ein bisschen scrap ranholen da muss irgendwo deine waffe liegen ich sortiere mal zum thema zeug aus ich glaube da ist jemand scheiße ich habe mein handy jetzt im chat ich habe dein handy ja es ist das ja ja das ist richtig super super ja 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 ich bin auch ein paar probleme ja 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 ich bin ja ja guck mal in den chat wo haben wir denn fuses werner hier drüben hier in der ganz rechts das alle ich glaube schon ich habe alle da reingemacht auf jeden fall nicht gewonnen hat okay dann lass uns mal rüber gehen gerade deine waffe holen und noch zeug und übrigens ganz wegen war meine wirne können deswegen wegen mir kannst du entspannt machen ich mache jetzt ich mache jetzt nur noch sich kann nicht mehr ich bin fertig ich halte mich ein bisschen zurück jetzt laufen wir rüber oder fliegen wir gehen wir laufen also damit meinte ich wegen mir gerne den werner ablegen für den rest abends morgens scheiß ich hab ne fuse vergessen yo sleeping potato dankeschön für fünf monate vielen vielen dank helle ich in tesau ist mein jajaja wir sind schon wieder was haben wir schon wieder ich weiß es gar nicht 14 stunden oder so ne nicht ganz 14 stunden gar nicht wenn man nicht mehr zwölf sind bei elf den ablegen frechheit ja ja ich gucke auf jeden fall gleich noch aber ich gucke gleich mal ob der laxi noch mal anruft ähm ich gehe mal stark von aus dass k gleich bei er macht dann auch danach und dann mal gucken wir mal mit dem laxi nach was es geht zusammen ansonsten mal auf feierabend ja mit k ist halt immer baller action ne aber halt auch schon einfach davor und auch einfach diese ganze zeit dass hier irgendwie kunden halt kamen wie viele autos wir haben wir haben so krass viele autos verkauft heute wir haben an laxi noch mal ein auto verkauft wir haben an äh parranosta quasi ein auto verkauft wir haben an turtle ein auto verkauft wir haben laxis auto noch mal umgebaut ähm wir haben an wen noch an holle haben wir glaube ich auch noch ein auto verkauft bei turtle muss ich eigentlich auch noch die scrap holen eigentlich muss ich bei turtle noch die 200 scrap holen oder warte mal war das heute und ich hol's morgen oder war es gestern und ich wollte es heute holen warte ich soll mich bei laxi entschuldigen wieso oder bei wem ja automatics wollte ich eigentlich auch noch besuchen ja ich weiß gar nicht ob der noch da ist obwohl der hat gemein der macht auch recht lange ne vielleicht kann ich da sogar noch hin zeit verfliegen ja das ist echt krass achso beim general ja aber in der theorie weiß ich nicht dass es der helikopter vom general ist also eigentlich weiß ich es nicht na hier ist die waffe äh ich hab die waffe gefunden wo hier liegt noch einer äh was ja hier lagen zwei okay nimm mit perfekt rute das mal ich hoffe er war's ja also er war's auf jeden fall rüber jetzt machen wir hier alle mitten in der nacht eurig hier kannst du noch looten die auch nicht egal so kollektiv mit gefühlt 30 leuten ja verrecken trotzdem alle ja finde ich gut wir haben halt nicht so viel erfahrung wie wir ja wir sind ja professionelle automechaniker genau mit waffeln und waffeln ja da fuck wir müssen nachher doch hier rüber ganz vergessen lol ok kannst du hier die red card noch einstecken die liegt da drinnen auf dem tisch und den den hebel mal umlegen der gegenüber ist jo dankeschön jetzt kommen wir nicht aus der tür raus hier die karte liegt auf dem tisch wie gesagt jo hab ich eigentlich habe ich schon gefragt wo der ganze loot hier ist und warum die immer hier waren jetzt weiß es ja eine typ hat uns übrigens für den auto umbau 400 scrap bezahlt noch noch geil ja schade ich bin hier nicht hin ja ja das ist wichtig das stimmt schon wir haben der edo hat jetzt die sprachaufnahme aufnahme vom priester also dem oberhaupt der heiligen hier auf der insel und von der kapitalistin was nahrungsverkauf angeht schlechthin körperreinigung ausgezeichnet war das eigentlich ne 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 der spielt auch mit aber ich weiß gar nicht genau was für ein charakter aber das war auf jeden Fall nicht ich bin gespannt was das so ergeben wird jo es hat sehr lange gedauert bis wir irgendwie auf den punkt gekommen sind in unserem besprechungsraum weil tatsächlich haben wir das ganze gestern geplant ja aber nur so im groben ihr habt ihr nebenbei noch geschrieben oder wie wir haben gestern abend noch nach dem stream uns über ein paar dinge unterhalten achso ne dass es doch mal eventuell cool wäre ja ne es kam mir nur von so vor als hättet ihr noch parallel geschrieben was ihr eigentlich sagen wollt oder ob edo gegessen hat eins von beiden oder beides achso ne ich weiß auch nicht also ich hab halt gewartet dass er anfängt aber irgendwie hab ich das gefühl gehabt im endeffekt er hat gewartet dass ich anfange ja ok und dann hat irgendwie keiner angefangen ich kann mir vorstellen dass er vielleicht parallel gegessen hatte da ja auch möglicher ja ja ich will Alter, ich ruf einfach an, ey. Muss ja nicht jetzt alles hier im Chat stehen. Ich muss gleich mal Maiko anrufen, der hat irgendwas gesagt vorhin, der will ein Auto kaufen, das war vor drei Stunden gefühlt. Ja, klar. Ruf ihn mal eben an. Mann, Alter, die sind kacken Nummern immer hier. Oh, das Runterscrollen ist so nervig. Äh, beim Design will ich auch gerne nochmal anrufen, ehrlich gesagt. Hm? Ist das hier nochmal nicht mehr, ist er mehr gestorben? WTF? 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 Ich hab da ein Schwein irgendwas angegriffen. Ich glaub, das Schwein hat ein Huhn gekillt. Oh, ab nach Hause. Plus 1000 Scrap. Das Rätsel ist Lösung. Äh, Maus gedrückt halten und runterziehen beim Scrollen im Telefon, alles klar. Und hast du vor, willst du helfen gehen oder wie oder wo? Ja, ja, klar. Ich will ja eventuell noch mit dem Laxi vielleicht was machen, ähm, und er ist ja da in der Gruppe. WTF? 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 Was ist mit dir? Bist du nicht müde? Naja, ich hab ja ein bisschen später angefangen dazu. Später da als ich. Aber dennoch. Ja, also es kommt mir jetzt drauf an, ey, ob da überhaupt noch was geht oder nicht. Dann sollst du mich ausschliessen. Können wir den versuchen, für die Hilfe, das Diesel abzuluchsen? Ja, können wir auf jeden Fall fragen, ja. Ich glaube, die sind alle gestorben. Weil, ähm, die haben keine Handys mehr. Ich hab versucht anzurufen. Ja, wir fliegen einfach mal hin. Äh, also sie kommt jetzt auf jeden Fall hier zu unserem Dingspunkt. Wer, wer, wer kommt? Hier unten. Serif. Doktor Oplüsening. Ah, okay. Ich glaube, die sollen wir rüberkriegen. Okay, okay, okay. Achso. Ja, dann müssen wir zwei Touren fliegen, ne? Ja. Oder mit dem Boot fahren. Ach ne, die haben unser Boot, ne? Jo. Okay. Also gibt's da nix mehr zu tun? Hallo! Na, ihr Nackten! Hallo! Kannst du einfach uns rüberfliegen? Selber nackt! Dann holen wir das Zeug zurück. Äh, ja, klar. Wir haben ja sogar zwei Helis. Äh, ich glaube... Äh... Ja, wo ist denn Kay jetzt drin? Eigentlich. Ja, aber ich kann nicht fliegen. Weiß ich nicht. Ja, also ich... Äh, wir sind absolute Profi-Piloten. Okay. Ich bring' euch morgen dann zu den Taxi-Service. Äh, habt ihr... Er braucht ihr... Willst du nicht mit? Holla, willst du nicht mit? Er fliegt dich. Äh, nö. Kay fliegt dich. Äh, nö. Kneche meine das passt schon. Also er bringt den... Der das Zeug zurück mit. Gut, dann... Äh, dann... Klängel morgen beim Bier. Dann... Dann soll ich die Sachen bei mir lagern von dir. Dann kommst du... Kannst du die abholen? Nö, Kneche macht das. Kneche hat das toll. Ach, Kneche? Okay. Okay. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss Holla. Tschau. Gute Nacht. Äh, sind da noch... Aber ein bisschen unkoordiniert das Ganze. Äh, sind da noch böse Wissenschaftler? Ne, wir haben die Heavys schon gekillt jetzt alle eigentlich. Also ich weiß nicht, ob die anderen beiden noch leben. Aber ich glaube schon. Äh, also sollen wir euch jetzt... Sollen wir euch rüberfliegen oder was? Ja, nur mich... Nur mich Holla geht ins Bett. Ich nehme ihre Sachen mit wieder. Also ich würde rüberfliegen. Okay. Ja, alles klar. Haben wir noch genug Sprit? Bitte? Also ich würde rüberfliegen, wenn du Schluss machen willst. Ich kann euch das auch... Ich bringe euch das auch alles wieder. Scrap und Sprit und alles morgen, okay? So, ne, ne, alles gut. Alles gut. Ne, sonst kannst du sie auch fliegen. Ist mir egal. Kein Problem. Ja, ich mach das gerne. Können wir noch so ein bisschen Zeug machen. Ja, dann mach das. Wenn irgendwas ist, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ne? Hast du noch Sprit? Dankeschön. Ich würde schwören. Ähm... Tja. Sekunde. Oh. Äh. Im Helium? Hoffentlich. Ich werde gleich mal noch ein bisschen Sprit besorgen. So, aufruhig. Hier ist noch 200 drin. Das ist ein bisschen wenig. Nicht. Scheiße. Ist das alles, was wir haben? Falls ja, dann wird das nicht reichen. Äh, ich hab ganz viel zu Hause. Ich kann euch morgen irgendwie 800 Sprit mitbringen. Oder wir holen kurz ein bisschen Sprit und dann fliegen wir rüber. Wo ist denn zu Hause? Ach so. Äh, da oben auf dem Hügel bei... Äh, V20 ungefähr. V20. Ja, dann fliegt doch, dann fliegt doch dahin, dafür reicht der Sprit noch von dem Hubschrauber. Dann tankt ihr da ein bisschen nach und dann... Ja. Alles klar. Okay. Ne. Okay, bis später. Ciao. Tschüss. Tschüss. Also nur so, ich bin nicht der erfahrenste Flieger, aber ich weiß wie man fliegt. Okay. Oh man, bei uns war ganz schön viel Action los. Das ist das Haus mit dem... Oh, sorry, jetzt hab ich genau angefangen als du angefangen hast. Oh, muss ich angefangen hast. Ach ja, genau. Oh, Entschuldigung. Äh, ja, ist viel los heute, ja. Ja. Oh, guck mal, da unten fährt schon ein Helikopter, der fliegt schon nicht mehr. Ja. Ja, stimmt. Das hat Kunca auch gedacht. Ach ne, ach, ich hab meinen Schlüssel nicht mit, ich hab Sprit im Auto, aber ich hab meine Schlüssel jetzt, der ist ja jetzt auf der Eurig. Äh, aber ich glaub an den Sprit kommst du, ne da kommst du auch nicht ran. Ja, das hier, da mit dem Schräghaus auf dem... Da rechts, 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 rechts. Oben auf dem Hügel, das mit dem Schrägdach. Das ist ja bei uns. Sie können auf der Garage landen. Oh, ey, 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 ey. Ja, landen sie auf der Garage da einfach am besten. Ich versuch's. Da ist ein Schwein. Oder daneben, wie sie möchten. Oh, da ist ein Schwein, Achtung. Oder hier, auf dem Hügel, hier. Alter, chat, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie ich gelangt bin? Richtig sanft. Ja, das ist Patti. Nice. Patti fährt mit dem Eli durch die Gegend. Kann Patti fliegen? Reichen ungefähr 400? Ja, das reicht bestimmt. Wir brauchen ein bisschen dann vielleicht nachher noch fürs Boot zurück, weil da war auch nicht so viel drüber. Da sitzt du im falschen Sitz? So. Ich glaub mit Shift-Taste hebst du mich ab und kannst damit fahren. Es hätte auch auf der Garage geklappt. Ja, ja. Aber ich wusste das da noch nicht. Wie? Ah, ich muss mal... Also entweder... Ich probier's gleich mal mit Shift aus. Ähm... Oder ich fuck den McKay. Der weiß das bestimmt. Äh, große Eurig. Große Eurig. Ach, zur Großen sogar. Ja, ja. Fliegen sie mal höher. Sie fliegen ziemlich tief, ne? Ja, ja, ja. Ja, war gerade ein kleiner Strömungsabriss. Bisschen mal nach rechts müssen. Oh, rechts und links, das ist auch immer so eine Sache. So, jetzt sind wir auf Kurs. Ja, jetzt ist geradeaus, genau. Jetzt ist geradeaus. Und was machen sie sonst auf der Insel? Ja, also ich... Normalerweise bin ich ja Psychiater und hab Patienten und so. Aber leider das Problem hier ist, dass alle verrückt sind. Und ich kann ja nicht alle behandeln. Also da würde ich ja gar keine Zeit mehr für irgendwas haben. Hm. Ja, verstehe. Und Sie so? Na ja, ich bin Praktikant und ich geb mein Bestes auch bei meinem Chef. Richtig viel Kohle zu scheffeln. Und er hat auch mal gemeint, dass... Also wenn er irgendwann mal fertig ist, hat er gemeint, weil ich bin sein bester Mitarbeiter, dass ich seine Werkstatt dann erbe. Und dann bin ich irgendwann der Chef. Dann ist das ja geil. Ja, ich vertraue... Aber wie viel älter ist denn Ihr Chef? Ich weiß nicht. Ich glaub, der ist zehn Jahre jünger als ich. Achso. Ja, dann müssen Sie ja... Dann haben Sie ja höchstens zehn Jahre ne... Oder ich sag mal so fünf bis zehn Jahre höchstens ne Werkstatt, wenn der nur zehn Jahre älter ist und nicht so kurz vor Ihnen ablebt. Ja, ich weiß nicht. Aber wenn ich richtig viel Kohle mache, dann geht er vielleicht schon früher in den Ruhestand oder so. Ja... Oder es passiert mal ein Unfall oder so, ne? Ja... Umso Gedanken, umso böse Gedanken, oder? Nee... Also dass Sie vielleicht mal aus Versehen gegen den Baum fahren, wenn Ihr Chef vorne sitzt. Nein, ich liebe meinen Chef. Das ist der beste Chef, den ich eh hatte. Okay, sehr gut. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass er mich angehört hat, um Sie zu testen. Mein Chef? Nein, war nur Spaß. Äh, soll ich da auf dem Helikopter-Landeplatz landen, da? Okay, jetzt gucken wir erstmal, ob irgendwo noch Heavis sind. Achtung! Nee, ist alles weg. Landen Sie ruhig, ja. Landen Sie ruhig. Oh, ich war hier noch nie. Ja, ist alles weg. Die sind da, die beiden. Ja. Ja, auf dem Helipad da einfach landen. Boah, sind Sie schon mal sanfter gelandet als so, Carlo? Perfekt! Sie können ja so gut fliegen, Sie müssen mir das mal beibringen. Ja, gerne. Dankeschön. Gerne, gerne. Hallo! Hallo! Und? Alles okay? Jo. Wo ist denn, äh, wo liegt denn... Ja, wo liegt denn... Wie bist du denn hergekommen, Parzi? Wir haben dich gesucht. Äh, geschwommen und dann wurde ich kurz noch abgeholt auf der Hälfte. Geschwommen? Hier, ich hab noch, äh... Oh, Loxi, hallo! Das ist eine Schießeisen, hab ich noch. Ey, Werner, bist du geflogen, sag mal? Aha, ja, ich bin geflogen. Die AK, die weiße bitte noch. Ja, die bekommst du auch. Ich hab das doch schon gesagt. Ja, ganz ruhig. Wenn sie noch was brauchen... Da ist noch... Da ist noch... Wir haben noch die... Fast das Ganze von dem Loot drin gelassen. Da war eine... Sniper drin. Da bei einer kleinen Flugstunde hab ich immer mal so ein bisschen geübt. Und, äh... Ja, das läuft richtig gut. Ja... Sehr großartig. Ich muss das auch noch mal ein bisschen üben. Ich, äh... Bin ein bisschen eingerostet. Ja, und wenn du willst, kannst du mal vorbeikommen und mit unserem Helikopter ein bisschen üben. So, ist schon offen. War was drin? Pass mal auf. Dann, äh... Wie ist das, äh... Du kommst her? Habt ihr alle Diesel-Faster mitgenommen? Ja... Wollt ihr was haben davon? Wollt ihr nichts? Ja... Wollt ihr noch was haben von den Sachen oder nicht? Ich guck mal. Oh, nee. Ich glaub wir brauchen nichts. Wo war's denn hier mit Schordi? Kommt der auch noch vorbei? Die liegt da ja auch noch um. Aua! Was war das denn? Hey, wo ist denn, ähm... Hä? Da fehlt nicht jemand? Achso, nee. Der ist ja da, ne? Der macht ein kleines Nickerchen. Der hat, äh... Spontanausfall. Achso. Da sind Sie hier oben durchgebrannt, könnte man sagen. Achso, haben Sie die Sachen von Holla, die soll ich ihr mitbringen? Und Andi Schotti wollte die mitbringen. Haben wir mit, haben wir mit. Haben wir mit. Okay. Jaaa... Wolltet ihr dann mit dem Boot zurückfahren, dann fliege ich mit zurück. Ja, können wir machen. Wo sollen wir das Boot denn hinbringen? Äh... Das gehört auch dem Herrn Berner hier, da direkt wieder da, wo wir es geholt, äh... wo wir es her haben. Jaaa... 24 müsste das sein, ne? Jaaa... Jaaa... Habt ihr noch ein bisschen Sprit, weil... Oder so, ja... Ich hab nur noch 85. Äh, warte, wir schauen mal. Ich glaube, wir können ein bisschen was entbären. Äh... Herr Dings hat noch Sprit, oder? Er hat doch welches gesammelt. Äh... 16 aber auch noch. Kriegen wir schon hin. Werner, passt bloß auf bei dieser Dame da. Die ist mir ein bisschen suspekt und unfreundlich. Also die, die du geflogen hast. Danke. Ja, kein Moment. Ähm... Ich weiß nicht, ich hab da eigentlich ein ganz nettes Gespräch mit dir gerade. Hm... Ich hab sie auch so ein bisschen ausgefragt, wie du gesagt hast. Ja, gerade wollten sie unbedingt... Ja... Und... Kam nichts mehr raus? Nein, ich weiß nicht. Sie hat gemeint, also... Sie hat gemeint, sie war eigentlich auf der ISS und so und ist abgestürzt. Und äh... Sie ist Psychiaterin. Und sie will hier den Leuten eigentlich auf der Insel helfen. Aber sie hat gemeint, das wären alle verrückt hier. Und sie könnte nicht allen helfen. Sie ist Psychiaterin? Ja. Pass auf. Eben wollte sie, dass wir in der Gruppe alle in einen Funk gehen. Ja, also verstehst du? In dem Gruppenfunk. Und dann haben wir ihr erklärt, dass es schwierig ist, weil wir in verschiedenen Gruppenfunken sind. Funktioniert nicht. Scheiße. Und äh... Und dann hat sie direkt rumgezickt und gemeint, naja, nee, dann fahren wir halt gar nicht. Wollt mit dem Auto abhauen? Dann hätt ihr uns da zuviert stehen lassen? Ja, und dann? Ja, und dann sind wir gelaufen und am Ende... Also die Straße gelaufen, weil wir halt dann nach Hause laufen mussten. Und dann kam sie doch an und hat gesagt, naja, gut, komm, wir gehen dann trotzdem. Hm, okay, komisch. Vielleicht hast du ja irgendwie so eine zwiegescheinende Persönlichkeit oder sowas. Und mal ist sie nett und mal ist sie irgendwie böse. Alles gut. Und die ist Psychiaterin? Ach du Scheiße. Ja, also ich weiß nicht, sie hat doch gemeint, das wären alle anderen verrückt. Was hab ich? Was? Hat gerade jemand meinen Namen genannt? Ja, also wie gesagt, wird gemeint, alle anderen verrückt. Haben Sie schon runtergekommen? Ja, ja, wir haben es aufgeteilt. Ja, wir sprühen, ich gehe jetzt runter. Alles klar, Laksim. Danke, wir haben noch eine Kriegsfest wieder. Telefonieren wir nochmal. Bis später, guten Flug. Ja, das war mein Sprit, Herr Laksimann kann sie mir wiedergeben dann. Ja, genau, geben Sie es einfach ihr. Alles klar, bis später. Jo, bis später. Wir telefonieren. Willst du gleich noch quatschen oder was? Ja, ja, können wir machen. Also wenn du noch Lust hast? Ja, ein bisschen. Okay, alles klar. Wir telefonieren. Dieselfässer, ja, ich wollte jetzt aber nicht nochmal nach Dieselfässer. Weil sie uns ja auch so viel Sprit gegeben hat. Und sie will uns ja auch noch so bezahlen. Wir hatten heute irgendwie auch nicht so gute Ausschlüge. Entweder ist mir was schief gegangen oder es war richtig schlechter Loot drin. Oh, warte ich gegen den Anruf. Ja, ich glaube hier Telefon klingelt, oder? Ja, ich kann nicht angehen. Ich habe meine Hand am Steuerknüppel. Warte, nicht, dass wir was vergessen oder so. Nee, ich glaube nicht. Aber vielleicht ruft auch Kamech an, ich weiß es nicht. Ja, okay. Nee, ich glaube, die haben ja jetzt Sprit, die können ja zurückfahren. Ja, egal. Ich würde nicht nochmal zurückfliegen, sonst haben wir nicht genug Sprit und stürzen ab. Ja, stimmt. Haben Sie recht. Wie viel Sprit haben Sie jetzt im Heli noch drin? Ja, wir haben noch über, also wir haben noch so 350, das reicht. Ah, okay. Ja, danke M2TP. Also es ist halt bei mir, also wie gesagt, ich habe... Ja, sie sind ja auch zu Ulrich, ne, zu anderen und das hat auch nicht so geklappt, hä? Ja, also K. Ja, also K. war da erst allein und hat gedacht, der kann mal wieder hier den Terminator raushauen, aber entschädigt es dann doch nicht so geklappt und der wurde erwischt. Und dann musste natürlich wieder Praktikant Werner hinretten. Ach so, also Herr K. wird auch manchmal erwischt. Ja, ja, der tut immer nur so. Herr K. ist ja bekannt auf der Insel. Für, für professionell, professionalen, äh, Eulrigger ist er ja. Professioneller Eulrigger. Ja? Der, der macht immer so auf hart und so, und so einen harten Kern, aber in Wirklichkeit ist der, das ist ein ganz softer Boy, sagen wir immer bei uns in der Werkstatt. Die Unternehmer meinen. Äh, äh, was sagen Sie, Entschuldigung, sagen Sie nochmal? Wie sagen wir mal? Können Sie im Dunkeln fliegen eigentlich? Äh, ja, ja, also, ja, ja. Also, wir sind ja fast schon bei der Stadt, da ist ja dann Licht. Soll ich die Map markieren? Ah, ich hab schon markiert, ich hab schon. Oh, nee, ich kann ja nicht markieren, wir sind gar nicht im Team. Ich hab schon markiert. Okay, sehr gar nicht im Team. Äh. Äh, ah ja, ist okay, ist auf jeden Fall so. Also, wie so ein, äh, wie so ein, äh, so ein Soft-Eis quasi. Mit so einer Schokoladenhülle. Also, weißt du, die Schokolade außen ist so ziemlich fest, aber innen ist er dann richtig soft, wie so ein Soft-Eis. Äh, also was ich sagen wollte ist, ähm, ich hab bei Battlefield 2 wahrscheinlich irgendwie um die 2000 Helikopterstunden. Äh, deswegen, ich, ich, das kommt mir ja ganz gut. Also, ich versteh halt, wie so ein Helikopter sich bewegt. Auch wenn das hier natürlich, ähm, manchmal ein bisschen schwerfälliger ist. Oh, ich glaub wir sind schon da, oder? Äh, ja, 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 ja. Äh, äh, ja. Äh, 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 äh. Moment, ist jetzt grad schwer zu sehen. Äh, äh. Sie können mich auch einfach in der Stadt runterlassen, dann lauf ich. Ach nee, ich muss noch zu Ihnen. Mein Auto steht da. Oh, 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 oh. Nein, ich muss zu Ihnen. Mein Auto. Nein. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ähm, ja, also wenn das Auto ja hier steht, vielleicht... ...kann ich das ja mitbringen? Warte, ist das ihr Auto quasi? Hey Kay, bist du da? Ist der Heli-Schütz-Rott? Ja, der ist der Mini-Schütz-Schrott. Wo ist denn Kay? Kay ist bestimmt mit dem anderen Heli weggeflogen, oder? Oh nein, ey, ich glaube jetzt habe ich hier kein Auto mehr. Wir haben bestimmt auch kein Benzin mehr. Oh no, ey. Jetzt geht alles schief heute, ey. Was ist da denn hinten? Eigentlich ist Kay denn. Wo ist der denn schon wieder hin, ey? Da im Dome. Warte mal, das ist doch Kay's Auto hier. Was ist denn da? Ist der noch ein Beziehung? Warte mal, dafür habe ich einen Schütz. Ähm, warte mal, ich glaube, hier hat mir noch Zeug drin. Oder auch nicht. Warte mal, hier ist ja irgendwo Kay's Kabel. Vielleicht gucken wir mal, ob in Kay's Auto noch Sprit ist. Vielleicht ist noch was in der Raffinerie. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Kay da alles mitgenommen hat. Ja, warte mal. Ich glaube, in Kay's Auto ist bestimmt noch ein bisschen das drin. Ja, guck mal. Das ist halt, also in Dunkeln fliegen ist halt schon, du kannst halt, du kannst halt nichts mehr einschätzen. Du kannst auch nicht mehr einschätzen, wie schnell du gerade irgendwie irgendwo hinfliegst, etc. Das ist mega schwer. Okay, irgendwie. Vielleicht hat er ja Sprit dabei. Ja. Es war mein erstes Mal. Nee, ich dachte halt, ich dachte einfach, ich hätte noch viel mehr Platz. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf einmal so schnell geworden bin. Aber dann war es schon zu spät. Warte mal, was zu essen, kurz. Aber wo ist denn ihr Auto? Ist nicht Holla mitgenommen? Also hier ist ja nur ein Pferd. Oder wo? Oder hat sie hier unten noch geparkt? Ah, hier unten hat sie geparkt. Das ist wahrscheinlich ihr Auto. Okay, wieder. Okay, hey. Schön, dass du da bist. Ja, ich hatte da so ein Problem bei so einem Landeanflug in der Stadt und es war sehr dunkel. Ich werde gleich abgeholt, aber. Schön. Wir müssen morgen vielleicht nochmal einen zweiten Helikopter holen. Zum Glück haben wir 400 Scrap für ein Auto bekommen. Das ist schon der halbe Heli. Was hast du denn nochmal? Ich war beim Dome und habe Lowgrade geholt. Ah, okay. Für Sprit. Bleib rein Sprit. Wir haben leider echt sehr wenig. Das ist ungeil. Okay. Ja, in deinem Auto war auch noch ein bisschen was drin. Okay. War das jetzt dein Plan? Naja, ich warte hier kurz. Ich warte hier einfach kurz, bis ich abgeholt werde und dann hole ich meinen Loot und so und dann ruhe ich wahrscheinlich nochmal einen Lachsmann an. Okay, cool, cool. Oder willst du irgendwie, hast du noch Bock auf einen Ausflug oder was? Also, ich muss wirklich nicht. Also, wenn du Feierabend machen willst, ist das okay. Also, schon, aber es wäre besser, Feierabend zu machen. Ja, ja, dann mach ruhig. Ich bin immer noch verwirrt. Was ist bei den Schlüsseln verschiedenlaufen? Ich bin immer noch verwirrt. Warte mal, ist jetzt eigentlich Edos Camper, der Camper vom... Was hat das da? Warte mal, komm, das ist ja auch Edos Camper hier. Das sehe ich an der ID hier schon. Ach Gott, der wird wieder hell, ey. Alter, wie schnell wächst denn der Korn? Die habe ich noch vorne erst angepflanzt hier. Stage dying. Hä? Okay, ich glaube, ich glaube, ich war schon tot. Oder ich habe es zu früh gehackt. Kein Plan. Das ist echt krass mit dem Low-Grade-Fuel, ey. Okay, wie viel wir da verbrauchen. Das ist schon echt nicht ohne. Nee, ach, die ist jetzt gerannt. Jesus Christ, Kay, Alter, danke schön, Mann. Hallechen, schönen guten Abend an euch. Moin, moin. Kay, vielen, vielen, vielen Dank für den Riesen-Raid. Moin, Hallechen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich von Kay mittlerweile. Ich bin Praktikant Werner. Und wir haben heute sehr viel Stress. Oh Gott, du bist wirklich hergelaufen. Ja, klar. Hier, du hast ja fünf Waffen mit. Was ist denn mit dir los? Hier. Äh, ach, du hast sogar alles mitgebracht. Ja, natürlich. Ist doch dein Zeug. Du bist ja verrückt. Äh, war noch was? Warte mal, ich gucke gerade. Äh, ich weiß es gar nicht. Hast du noch was? Nee, ich glaube nicht. Also, da waren noch Klamotten, die konnte ich nicht mitnehmen. Ähm, ach so, ach so. Ja, ich hole mich später einfach. Ich muss sowieso auch nochmal in die Stadt. Kein Problem. Okay. Äh, und Herr Lachs, wollen wir mit Ihnen jetzt nochmal los, oder was? Ähm, also ich werde Herrn Lachs, noch mal anrufen und fragen, was da los ist. Also, ob er noch Lust hat. Oh, warte, ich krieg schon. Oh, haben Sie mein Telefon? Okay. Oh, warte. Hallo? Jo, okay, mach das. Ich danke dir. Spreche ich hier mit einem Mitarbeiter von Rust Coast Customs? Äh, ja, da sind Sie richtig. Hervorragend. Äh, Chiba am Apparat. Äh, Werner, Praktikant. Ich habe heute ein Auto. Liefern Sie die auch? Praktikant. Äh, wohin denn? Äh, in die Stadt, Richtung Mall. Ein bisschen weiter. Ich bin jetzt hier vor dem Gebäude von Anwältin und Mediatorin Nisa. Ah, ja, ja, was bräuchten Sie denn für einen Wagen? So einen kleinen, schnellen oder einen langen, langsamen, schnellen? Das, das, das kommt ein bisschen drauf an, was das Teil kostet. Ich bin jetzt einmal die ganze Insel umrundet und ich habe kein einziges Autofrack gefunden. Ich bin ein bisschen, ein bisschen platz. Ja, alles klar. Also hier so einen kleinen, schnellen, hier so ein zweier Ding, kann ich Ihnen für 400 anbieten. Puh, das ist schon ziemlich laut, aber... Ja, das ist aber auch höchste und beste Qualität. Ich habe wohl offensichtlich keine andere Wahl. Höchste und beste Qualität, okay? Ja, ja. Ja, dann, äh, ich laufe Ihnen schon mal entgegen, wenn Sie mir den liefern würden, auch für diese 400 Scrap, dann wäre das natürlich eine feine Sache, dann würde ich jetzt unmittelbar zuschlagen. Ja, machen wir, machen wir. Wunderbar, dann bis gleich. Ich gehe mal Richtung Mall und warte da, weil ich muss eh noch ein bisschen Kohle aus dem Büro holen. Jo, alles klar, bis gleich. Perfekt, bis gleich, danke. Ähm, gut. Ähm, ja, so ein kleiner, schneller, für 400 würde ich sagen, äh. Okay, oder? Ist schon, ist schon, ist schon, okay. Dankeschön für die ganzen Follows, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Ähm, wir gucken auf jeden Fall, also wir machen das jetzt mal kurz mit dem Auto. Ja, ich glaube, ich habe genug Teile ohne Kay. Kay steht auch noch hier. Gerne! Äh, yo, Lachsi, du schon wieder? Na, warte, wo bist du? Brauchst du noch irgendwelche Teile? Ähm, ich muss jetzt... Machen wir mal was auf den Vorrat einfach. Ich muss kurz ein Auto ausliefern, aber das kriegen wir hin. Äh, Lachsi, komm mal rein einfach. Wo bist denn du? Ach, ah, moin, ihr seid ja schon wieder. Das Boot haben wir hinten wieder geparkt. Ah, ja, perfekt, dankeschön. Dankeschön, das Boot. Mit dem Auto ausliefern ist super. Ja, vielen Dank. Äh. Mit dem Ausliefern ist gut. Wer wollte denn mitfahren? Ich brauche ein Taxi. Ja, perfekt. Äh, ja, top, warte. Bekomme ich dafür eine SMG, oder bekomme ich dafür eine AK von dir? Kleinen Moment, ich brauche einen Schlüssel. Guck mal, hier, Werner. Äh, ja, 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 was? Hier. Ich mach mich dann schon mal auf den Weg. Oh, vielen Dank, das brauchen wir. Und geh mal. Oh, da ihre Sachen. Boing. Ähm, so, jetzt muss ich noch kurz gucken. Jo, Skipperu, dankeschön für den. Äh, 3, Cockpit, Cockpit, Motor. Ich glaube, das müsste das Richtige sein. Äh. Wenn ich gleich irgendwie... Und ihrer, dankeschön. ...einfallen sollte, einschlafen sollte, dann... Oh, Gott sei Dank, ey. Ja. Sag meiner Mama, ich hab sie gebliegt. Ich hab das Getriebeverkehrs. Das wird schon nicht passieren. Wie lange... Äh, verstellst du deine Stimme, oder hast du... Nein, 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 nein. Das ist meine ganz normale Stimme. Äh, ich verstell bei mir nichts. Bei mir ist alles... An mir ist alles echt. Beim großen Zombie. So, ich muss noch kurz... Komm, wir morgen, oder wir bereiten morgen für übermorgen vor? Musst du noch kurz ne Rechnung schreiben? Ne, wir haben heute... Wir haben heute für morgen vorbereitet. Vielleicht müssen wir noch die anderen davon auch... Verstehst du, das muss ja funktionieren. So, dann mal rein hier. Das sind wir ja nicht nur von uns abhängig. Also, der Schoddy, ne? Der könnte möglicherweise... Naja, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Gleich aus dem Auto flutschen. Ah, okay. Solange er nicht auf die Rückbank furzt, weil es ist hier ein Neuwagen und ich liefere den geradeaus an Kunden. Hier riecht es aber schon wie Furz. Ne, ne, ich habe das vorhin erst sauber gemacht. Ich habe das gesaugt. Gut gewiss. War der Elope mit der Suki hier wieder drin, oder was? Das könnte sein, dass die das immer heimlich machen. Ja, mein Mensch, das war ja noch ein ganz schönes Abenteuer jetzt am Abschluss. Ja, ich kann mich kaum halten. Ich muss morgen jetzt mal neue Autos suchen, ey. Das war gelogen. Die war nicht an. Aber ich würde das nicht verneinen, dass es gelogen war. Sagen Sie mal, Werner, machen Sie da auch ein bisschen Öl in den Motor rein? Der Tuck hat ja einen schönen. Ah, da sind Sie ja. Sie haben nicht mehr zufällig genug Platz, um im Winter am Hollers Sachen mitzunehmen. Ähm, das ist Ihr Auto, ich muss hier ein paar Leute mitnehmen noch. Aber kommen Sie mal mit. Also wirklich, ganz schlecht. Perfekt. Also, wir haben hier vier Plätze, vier Plätze frei. Äh, hinten noch einen extra Motor dann geschraubt, äh, für den extra Boost. Ähm. Hat der Verhandlungspartner. Okay. Äh, drin auch nur die besten Teile, alles topflit gemacht hier. Cool. Nicht schlecht. So, ich schreibe Ihnen. Danke. Danke. Ich schreibe Ihnen noch ganz kurz eine Rechnung. Hier die 400 Scrap. Ja. Das hat Style. Schön Spandauer Hardbass pumpen. Das fand ich jetzt auch ziemlich cool. Herr Männer. Ich würde das eigentlich auch haben. Äh, ich noch mal das letzte Stückchen. Ja, ja, ja. Ja. Falls ich... Äh, äh, äh. Soll ich Ihnen dann morgen meine 50 Scrap bringen, wegen dem Heating? Willi. Äh, 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 gute Nacht. Machen Sie, machen Sie... Nee, 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 nee. Nee, nein, alles gut. Ähm, machen Sie irgendwie 300 oder so. Das ist okay, dann für die, für die Arbeit. Ja, das tut mir so leid, dass Sie da gegen das Haus geflogen sind. Ja, kein Problem. Es war ein bisschen dunkel und da kam so eine Böe von links. Ja, da, ja, da war eine Böe, definitiv. Habe ich auch gemerkt, ja. Ja, also, äh, gar kein Problem. Ich muss mich kurz mitnehmen. Zu, zu... Wo fanden Sie hin? Ich muss noch das Pferd abholen. Äh, Herr Jiva, könnten wir ganz kurz wieder zurückfahren? Äh, gleich mit Ihrem Auto quasi? Ja, wenn Sie nicht zurück müssen, laufe ich. Ist auch okay. Ich kann auch laufen, wenn Sie nicht dahin fahren. Ich dachte nur, Sie fahren jetzt wieder dahin. Klar. Herr Jiva, fährte uns. Ich habe hier gerade das Auto ausgeliefert. So, einmal Ihre Rechnung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Herr Jiva, nur bleifrei tanken. Nichts anderes darf da rein. Nur bleifrei. Wiederholen Sie das bitte einmal? Nur, nur mit Blei tanken. Alles klar. Nein, 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 bleifrei. Nein, habe ich schon verstanden. Nur bleifrei tanken. Okay, gut. Alles klar. Äh, Lachsi, ich ruf dich gleich nochmal an. Hey, ich geh jetzt. Hey, ich glaube, das wird mir ein bisschen zu spät. Ja, okay. Alles klar, dann gute Nacht. Können wir jetzt abscheuen? Ja, bis später. Und sag mal, kennen wir uns nicht? Äh, möglich. Äh, so. Äh, so. Ey, sorry, Chat. Ähm, ich antworte euch gleich. Bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Bin Sie nicht dieser, äh, dieser Scharfschütze, dieser Shiva oder wie der heißt? Äh, ja, bitte, bitte, wenn, wenn es geht, Deutsch oder Englisch. Ähm, weil wir nicht wissen, was ihr auf welchen Sprachen dann schreibt. Ob es, äh, nett oder benahint gemeint ist oder irgendwas. Ich glaube, wir haben es gleich. Haben Sie was zu essen? Äh, ich hab leider nichts mit, aber im Kühlschrank kann ich Ihnen gleich was geben. Ah, Sie sind, äh, der, 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 der Fisch, äh, der Lachsmann. Ja, ja, genau, ich bin der Lachsmann. Weißt du nicht mehr. Bisschen Sprit raus. Ja. Das ist wirklich lange her. Naja, ich hab schon gesehen, du hast da dein Büro, ne? Ja, cool. Ja, aber das, äh, ich bin leider, äh, schwer beschäftigt. Ich wollte mir hier nochmal, äh, ein Standbein. Ich glaub, das war die Rechnung, die Sie gerade genommen haben. Ja, sofort, sofort. Aber, wie Sie hören können, bin ich auch schwer überarbeitet mit anderen Dingen. Wie drehen Sie die mal auf? Ähm, nun, keine Zeit für, fürs eigene Business. Vielen Dank. Ich verstehe. Vielen Dank. Ja, äh, äh, das hat mich gefreut, lieber. Wir sehen uns später. Ich muss jetzt erstmal los. Wir sehen uns. Oh, da ist Ihr Schlüssel? Oh, die sind ganz schön voll. Jiva, haben Sie was zu essen? Ich bin gleich tot. Leider nur rohes Fleisch. Jetzt müssen Sie schnell grillen. Ähm, bei uns sind nur gute Teile, so ne? Ja, ja. Fahr mal los, schnell. Moin, Herr Lilchen, meine Lieben. Ups. Äh, können Sie uns einmal zu, äh, Ruscos Custom fahren? Jep. Okay, einmal aufmachen. In der Mittelkonsole, das ist der Knopf. Ja, danke. Es kann sein, dass ich aber gleich rausfalle. Oh, aber bitte mit Musik. Oh, oh, oh. Äh. Können Sie uns liefern, nur wenn Sie zurückbringen, ja. Ja, also. Ja, er musste zumindest nicht hinlaufen. Das hätte länger gedauert, würde ich sagen. Sie schaffen das, halten Sie durch. Ja. Sie schaffen das. Ansonsten hole ich Sie gleich ab. Okay, dankeschön. Äh, es ist 9.41 Uhr und ich bin bereits schlafen. Geht ihr ins Bett, Edward? Oh, ihr habt... Nicht das Pferd überfahren. Okay, okay. Äh, komm, komm rein. In, 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 in. Ja. Ja. Ah. Oh Gott. Dankeschön. Dankeschön, Herr Praktikant. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Herr Retter. Danke, Herr Shiva, Sie können fahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Shiva. Sehr gerne. Hier noch eine Batterie für die schnelle Lieferung. Ich weiß nicht, ob Sie was damit anfangen können. Aber das Crep habe ich leider nicht mehr. Ja. Ja, danke. Und, äh, ja. Ich werde Ihrem, Ihrem Chef sagen, dass Sie ein guter Mitarbeiter sind. Oh, danke. Äh, falls Sie noch irgendwelche Veränderungen brauchen oder so, eine Ladefläche oder so, kommen Sie einfach noch mal vorbei, das machen wir Ihnen. Ja, da gibt's vielleicht noch einen schnelleren Motor. Äh, ein bisschen langsam, die Kerle. Ja, also, ich könnte Ihnen das Wendern nur nochmal austauschen. Komm mal los. Tschüss. 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 Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ähm, lass uns mal gucken. Ich glaube, das kriegen wir hin. Hä? Guten Tag. Lauf. Lauf. Von Ihrem Praktikanten. Und, äh, der schaut noch mal aber, was am Motor machen kann. Äh, können wir vielleicht da noch einen Motor drauf klatschen? Ich muss ja mal reingucken. Ja, klar. Ja, klar. Natürlich. Oh, ach so. Ah. Oh, ich glaube, ich hab was vergessen. Geben Sie mir nochmal den Schlüssel. Damit wir reingucken können. Selbstverständlich. Ah, ja, tut mir leid. Ich hab, ich hab was vergessen. Das tut mir leid. Hm? 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 Ähm, eventuell war der zweite Motor hier hinten noch nicht so ganz funktionsfähig. Ah, ja, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, äh, okay. Ich brauchte nochmal so ein Kupplungsding und ein Motording. Kupplungsding? Wie heißt das? Äh, Kühlstange. Ja. Moment. Fast ja nicht tiefer hat abgezogen, ja. So, jetzt fehlt nur noch, äh, jetzt fehlt nur noch gleich, äh, ein Teil fehlt noch. Zwei Teile. Und dann, dann könnt ihr noch mal so eine kurze Probefach machen und dann soll das laufen. Äh, ein Motorteil brauch ich noch. So, jetzt ist hier alles, jetzt ist alles Taco hier. So. Äh, machen Sie noch mal eine kurze Probefahrt. Vielen Dank. Alles klar. Äh, warte mal einen Moment, ich hau mal kurz hier gegen. Ja, ja, jetzt, gucken wir mal an. Ja, jawoll. Ja, jetzt gibt das doch richtig Gas, das Ding hier. Da ist er schon über einen Horizont hier. Äh, ich hab vergessen aus Versehen den zweiten Motor zu reparieren. Eventuell. Ja. 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 Du merkst schon, das hat jetzt ordentlich Zug. Die Bremsen ziehen nicht mehr so ganz. Aber ich glaub das liegt einfach an der Geschwindigkeit. Ja. Ich muss sagen, hervorragende Arbeit. Ich bin top zufrieden. Ihr Praktikant macht einen guten Job. Irgendwo müssen die PS auch rein. Mehr PS. Ja. Weniger Bremsen. Hm, hm, hm. Sehr gut. Verstehe, verstehe. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Auto. Und, äh, wehren Sie uns bald wieder, wenn Sie noch was brauchen. Vielen Dank. Und immer dran denken nur, bleib frei tanken. Werde nicht tun. Da darf nichts anderes rein. Alles klar. Merke ich mir. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay, ich müsste nochmal in die Stadt, ähm, meine Klamotten holen. Okay, nochmal ein bisschen poliert. Sehr cool. Jawohl. Na, dann vielen Dank. Viel Spaß damit. Ich bin überhaupt zufrieden. Ich werd's dir weiterempfehlen. Und, äh, schönen Abend. Gute Nacht. Oder einen schönen Tag. Nur bleib frei tanken, ne? Merke ich mir. Geht klar. Richtig. Also wenn das dein erstes RP ist, ich war bei Rust-Buds 2 und Sommerplatz dabei. Aber, ähm, ich bin kein, nicht RP, sehr RP-Fan. Ähm. Oh, dann schauen wir mal, ob wir's. Also ich müsste nochmal in die City, ähm, und meine Klamotten holen, meine Restlichen. Also in der Theorie nur, wenn du Bock hast, natürlich. Können wir dann nochmal einen Ausflug machen, weil Laxi ist auch schlafen gegangen. Aber nur, wenn du Bock hast. Ich muss mir jetzt erst nochmal was zu essen holen. Alles klar. Ähm, dann, ich hol kurz meine Sachen und du kannst ja überlegen. Weißt du, was ich heute gegessen hab? Was denn? Drei Duplo und ein Waifut. Ne Waifut reicht doch für zwei Tage, hab ich gehört. Hey, ich tu jetzt mal meine Klamotten, äh, du kannst dir ja überlegen. Und, also, wie gesagt, das ist gar kein Problem, wenn du keinen Bock hast. Ey, ich mach erstmal da. Ich hol mir mal eben was zu essen, dann schau mal. Boah. Ey, jo. 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 Ähm. Na, okay. Drei Duplo mehr als, ähm, Myko. Äh, ist Myko auch auf dem Server? Ich kenn, ich glaub ich kenn Myko tatsächlich gar nicht. Ähm. So. Dann fang ich nochmal kurz in die Stadt. Ja, ich hab heute ein Müsli und drei Brote gegessen. Ähm, also ich hab auch nicht unbedingt so viel mehr gesnackt als, äh, da geht okay. Aber ich bin das auch mehr oder weniger gewohnt. Wenn ich, ähm, streame, dann esse ich immer sehr wenig in der Regel. Oder ich bestell mir was. Eins von beiden. Aber, ja. Genau, ansonsten einfach, äh, gucken, dass man Metagaming, ähm, bitte nicht im, äh, in den Chat schreibt. Also, dass ihr mir Informationen gebt, äh, die ich nicht haben könnte. Und dementsprechend auch nicht danach Roleplay betreiben könnte. Aber ansonsten, ähm, ja, moin auf jeden Fall dann alle nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ähm, mir macht extrem viel Bock. Also, wir haben wirklich eine super coole Mischung, finde ich, bei uns im Team. Äh, mit Kay macht's halt mega Bock. So, äh, PvP und auf Ulrich und so. Weil der einfach einen krassen Plan hat. Allgemein vom ganzen Spiel einen krassen Plan hat. Und, äh, wir haben auch einfach super geile RP-Momente so zusammen. Einfach in unserer Crew und mit anderen Stadtbewohnern. Ich finde das natürlich sehr cool, dass wir das so ein bisschen versuchen zu erweitern. Ähm, mit dem Beleifrei im Herzen oder so. Wo bin ich denn gestorben? Irgendwas da oben. Ich kann noch mal kurz gucken... Ich weiß gar nicht, ob der noch wach ist, weil ich... Ich guck den gleich mal an. Äh, ich hoffe, ich hab hier das Haus nicht beschädigt oder so. Nicht drüben, wo ich gegengeflogen bin. Äh, Captain Myko... Ist es Myko oder Maiko eigentlich? Ist, ähm... Ein mega sympathischer Kerl, was sie mögen. Muss ich mal... Der streamt auch auf Twitch, geh ich mal davon aus. Ey, warte mal, bin ich dumm? Wo bin ich denn gegengeflogen, ey? Bin ich überhaupt auf dem Hügel irgendwo? Muss ich überhaupt auf dem Hügel? Äh, darf man Teilnehmer sagen oder nicht? Äh, wie meinst du das? Äh, kacke! Bin da unten gestorben. Ach, hier unten. Äh... Bin ich hier wirklich gegengeflogen? Gegen die Sonne? Aber da steht, the place you lost... Vielleicht ist der Loot schon weg. Aber es ist auch nicht so schlimm, waren nur noch Klamotten. Ich glaube, hier sind auch nur noch Pferde, oder? Keine... Keine mehr. Ah, ist nicht so schlimm. Ähm... Wie heißt du Ingame? Also, was steht für ein Name? Äh, über meinem Namen steht Werner und dann slash soon. Und... Achso, wer auf dem Server sind. Äh, du kannst... Also, ich... Also, meinst du jetzt, ob ich's dir sagen kann? Oder ob du's mir sagen kannst? Äh, du kannst, wenn... Es gibt ne Webseite... Äh, Rustplatz Rocket Beans vielleicht einfach mal googlen. Dann kommst du bestimmt hin. Äh, da kannst du gucken, wer... Wer drauf ist, wer online ist, etc. So... Echt dir? Ah, okay, alles klar. Äh, ne, bitte nicht. Also, wenn ich was mit wem machen will, dann rufe ich den einfach an. Dafür haben wir ja hier Handys. Ich bin mir nur nicht mehr sicher. Äh, ich gucke mal den Turtle kurz an. Ach sooo! Come on. Aha. Ihr habt was gelernt hier. Ich müsste auch... Also, ich hab... Ich hab ja noch ein bisschen was zu tun. Genau, bei Automatics müsste ich noch mal anrufen. Gut, dass ich jetzt schon mal ein Telefon hat. Den müsste ich noch anrufen. Äh, weil der soll Strom und Licht und so bei uns machen. Okay, Turtle seh ich gerade gar nicht. Vielleicht hab ich ihn mal übersehen. Ich fahrs mal zurück. Ähm, ich guck jetzt mal, ob Kay noch, äh, Bock hat überhaupt. Aber ich will jetzt auch nicht, dass er irgendwie wegen mir wach bleibt oder sowas. Ähm. Also, wenn er keinen Bock mehr hat, ist das voll in Ordnung. Ja, nicht schlimm. Was ich gestern bei DoomRust gesehen hab, ich will den Song von Toro machen. Ja, Toro und... Ey, vorhin einfach die Restaurantöffnung. Der Song von Baloui. Und von, äh... Von Toro. Einfach so krass gut, ey. Und von Suki. Es ist so verwirrend, dass da eine Lina ist. Und das. Ah, das war, das war, das war, das war Jiva. Ich erkenne da unsere Autos. Und morgen muss ich... Mal gucken, ob ich vielleicht morgen mit so einem Frühjahr rein starte. Ich muss halt einfach neue Autos hier ran bekommen. Ich muss mal ein bisschen scouten, wo noch Autofracks sind. Ich weiß, dass im Norden, glaub ich, noch eins ist. Aber ansonsten ist schon echt nicht mehr viel da, ey. Guck mal, wie unser, unser Laden hier schon ausverkauft ist, ey. Wir haben nur noch die zwei Autos, ey. Wir haben heute bestimmt vier, fünf Stück verkauft. Am besten mit zwei Leuten und Heli. So, ne, ja, das macht am meisten Sinn. Aber ich weiß nicht, ob da die Leute immer Bock drauf haben. Ich denk mal, Kay ist... Er ist noch online, ne? Vielleicht hat er sogar noch Bock. Der Praktikant arbeitet mehr an den Autos als... Ah ja, also ich sag mal so, also... Kay kümmert sich halt um alles drum herum, dass wir halt Materialien et cetera so haben. Ähm, ich meine, ich hab hier alles gebaut. Äh, ich hab quasi so gut wie alle Autos geholt. Ähm... Und... Edo P macht halt unseren Landsitz fertig. Äh, wo ist er denn eigentlich? Ähm... Ah, er ist ja unten drin. Ja, Kay ist der einzige, der alles gelernt hat. Ich hab nichts... Ich hab keine einzige Sache gelernt bisher. Ich kann gar nichts. Ich bin komplett darauf angewiesen, äh... Dass Kay quasi alles baut. Problem ist auch der begrenzte World Spawn. Das gibt nicht unendlich, äh... Dacht ihr mir auch schon. Äh, schreibst du eigentlich auch selbst Songs? Ich hab ganz... Also vor längerer Zeit hab ich Songs geschrieben. Äh, das ist aber alles sehr altes Zeug. Und das ist meistens nicht so wirklich fertig. Ähm... Äh, ich nehm's mir immer mal vor. Aber wie es halt so ist, ähm... Wär einfach keine Zeit oder kein Bock. Ähm, momentan bin ich halt so mit Arbeiten und Streamen recht gut ausgelastet, sagen wir es mal so. Aber vielleicht irgendwann mal wieder. Vielleicht hab ich mal wieder Bock. Vielleicht hab ich mal wieder Bock. Äh... Ich frag mal Kay. Ob er noch Bock hat. Wahrscheinlich am Futtern gerade nebenbei. Eher so, ähm... Jo oder no? Du kannst mir auch, äh, einfach später schreiben. Also wie gesagt, ey, wenn du müde bist und keinen Bock mehr hast, ne? Ist wirklich gar kein Problem. Kannst du einfach vor allem machen. Na? Ich war grad auf dem Desktop. Äh, ne, lass mal stecken. Ich wusste ja, ich bin raus für heute. Jo, alles klar. Kein Problem. Schöne gute Nacht. Ich sag mal bis morgen, ne? Jo, bis morgen. Ich glaub bis nachher, wie auch immer. Tschüssi. Äh... Jo, ich könnte jetzt wenn dann nochmal in die Stadt cruisen und gucken, ob da noch was geht. Aber es ist auch fucking vier Uhr schon wieder, ey. Arbeiten, sagst du was? Ich will auch mal wieder arbeiten gehen, aber hab Corona. Gute Besserung wieder schon mal Gaming. Ähm, ja, ich... Super. Also wirklich, bei mir hat's ewig lang gedauert. Äh, bis ich mal quasi jemanden in meiner näheren Umgebung hatte, der Corona bekommen hat. Und jetzt ist es quasi so, seit zwei Wochen so gefühlt einfach, jeden erwischt's nach und nach. Ähm, mich hat's bisher auch noch gar nicht erwischt. Und ich muss mich auch unbedingt nochmal impfen lassen. Also ich hab erst Johnson & Johnson bekommen. Und dann... Jetzt, äh... Im Dezember hatte ich dann... Äh... Hier, hier... Das... Das gute Zeug. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und da war es halt noch so, dass ich 2G plus bin. Also quasi dreifach geimpft. Und das wurde ja dann geändert. Und ich glaube, es wurde nochmal geändert. Ähm, aber es ist jetzt wieder drei Monate her und ich würde mich, glaub ich, nochmal impfen. Ähm, ich würde... Vielleicht eine Sache würde ich noch machen. Äh, bevor ich Schluss mache. Ich glaube, ich würde einfach nochmal losgehen, bisschen Scrap sammeln und einfach nochmal eine Karre suchen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass im Norden noch eine ist. Ähm, dann können wir da einfach langlatschen. Wir haben leider kein Pferd mehr. Ich überlege gerade, wo noch ein... Ne, ich glaube, wir haben kein Pferd mehr. Äh, dann sammeln wir auch nochmal ein bisschen Scrap. Schluss machen mit euch, ja. Ich weiß doch, dass ihr alle, ähm, in Kay verliebt seid. Äh, wir haben 2000 Scrap. Holy moly, geil. Dass ihr doch, äh, alle zutiefst in Kay verliebt seid. Und da will ich auch nicht dazwischen pumpen. So, äh, die Kampen mache ich ja auch nicht wirklich. So, das... Äh, ich kenne privat niemanden, der Covid hat. Äh, die Edu-Bard-Frage könntest du noch beantworten. Warte, was für eine Edu-Bard-Frage? Warte, fuck. Jetzt habe ich fast die Autoteile vergessen. Und Sprit bräuchte ich auch. So, oh, oh. Ne, oder? Jetzt die ganzen geilen Schrottteile? Oder habe ich mir die in der extra Kiste geparkt? Oh, oh. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch genug Autoteile haben hier. Äh, notfalls kann ich die erstmal hier rausbauen. Das geht ja. Hm, eh, eh, eh. Davon bräuchte 2, davon bräuchte 2, davon bräuchte ich 1, davon bräuchte ich 1... 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 78 78 Sprit Ich guck mal ganz kurz Ob er noch was hat So Uff ich wollte gerade bannen Bist du bei Kmod? Warte mal Essen und Trinken hab ich Ob Eduard bei euch im Team ist? Achso ne 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 Gibt's noch nen Edu Bard? Gibt's noch nen extra Typen? Schon seit fast 3 Jahren Oder so Ne geil So ich glaub jetzt Ah ok Alphamod In this case Number 1 mod Nice Ja was würden wir nur ohne euch mods tun ne? Wir könnten immer so dumme Spacken in unsere Chat kommen und uns als hässlich bezeichnen Dabei sind wir alle wunderschön Da ging das nicht immer schneller mit den Dingern? Ich hab gedacht das sind die mega krassen Dinger die alles so ultra schnell kaputt hauen Achso Wenn ihr übrigens so Tipps zu Spielmechaniken habt oder sowas Äh Das könnt ihr gerne bei mir immer raus machen Ich hab so gut wie keine Ahnung von diesem Spiel Also wenn ich mal dumme Sachen mache oder Sachen übersehe oder so Äh nur raus damit Ich hab absolut null Probleme mit Backseat Gaming Liebe Backseat Gaming Das ist die Tage schlimm wegen den Drop-Pattern Ja 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 Also ich hab schon Also viele sind mal reingekommen wegen auch Äh Drops und sowas Aber eigentlich sind Also viele sagen dann mal Hallo oder so Aber sind eigentlich super nett immer Also Ah ist auch nicht schlimm Der Morgenstern ist besser für Schilder Das Ding was hast du das besser für Pässer Ah Also hätte ich mir eins von beiden mitnehmen sollen Ja dann scheiß auf die Schilder Aber ich muss schon sagen also mir macht Rust auch echt so Ähm so also beim Rust bei 2 war ich auch dabei Und da hab ich ähm Halt mehr oder weniger nur alleine gespielt Und nur RP gemacht So eigentlich quasi mehr oder weniger nur Hauptsache bin ich gestorben oder so Und das war's Aber es macht schon echt Bock auch so In Richtung PvP und PvE zu spielen Äh wird jetzt versuchen zu schlafen Falls es mir mein Körper erlaubt wünscht dir Und dem Chat noch einen Chin-Stream Bin im nächsten Steam Stay wieder dabei Gaming schlaf gut Und wie gesagt gute Besserung Äh ich hoffe es ist bald bei dir vorbei Ähm ja ich kann auch kurz sagen Ähm wie gesagt Wow what the fuck Das ist ja schon direkt eins Das ging viel zu schnell Da kann ich ja gleich noch ein zweites holen Ähm also normalerweise bei mir im Stream mache ich viel Musik Ähm ich weiß nicht ob ihr das Spiel kennt das nennt sich Rocksmith Und da fliegen quasi die Tabs auf einen zu Also es ist quasi wie Guitar Hero Könnt ihr euch vorstellen Äh nur halt mit richtigen Instrumenten Ich spiel's auf Gitarre Äh Bass und Schlagzeug Und äh ja dann kann man sich bei mir Songs wünschen Ähm und es gibt ungefähr 60.000 Songs zur Auswahl Ähm also es gibt eigentlich also für jedes Genre Für jeden Geschmack Ähm ist eigentlich was dabei was man sich wünschen kann Und ich mach das immer Donnerstags und Samstags Und dann haben wir eigentlich immer ne ganz geile Zeit Ähm machen wir ein bisschen Party Geile Musik Ähm also das geilste daran ist eigentlich Also für mich ist es mittlerweile das geilste daran Dass ich so unfassbar viel neue Musik kennen lehre Also wenn ihr zum Beispiel auch irgendwie das Problem habt Dass ihr sagt alter ich hör seit 10 Jahren nur noch die gleiche Musik Ich hör nur noch irgendwie seit es rausgekommen ist Ähm hier wie heißt der Song Jetzt hab ich's vergessen Na toll Jo moin heliche Lachsi Hallo Werner Jetzt hat der Lachsmann zwei Autos für insgesamt 15 Scrap bekommen Ja Das ist ähm ja der Chef ne Wenn der Chef erstmal selber Hand anlegt dann Gibt's äh halt Dann werden zwei Autos für nichts verkauft Ich seh dich immer nur in Edos Rumble Stream Edos Rumble Streams sind auch einfach Also Ohne Spaß Ich also immer wenn ich kann schalte ich da ein Das ist einfach mega Das ist einfach so gemütlich bei Edo Rumble zu gucken Ähm mega geile Streams Aber ja genau Ähm ich mach ähm viel Musik Und Jo Äh das ist auf jeden Fall mein Main Content hier Jetzt ähm zum Rustplatz machen wir halt äh sehr viel Rust Ich guck mal Also ich hab schon eigentlich vor Donnerstag und Samstag Musik zu machen Äh weil ich Mir macht es halt einfach mega viel Spaß Ähm mal gucken Fühle ich guck meistens die VEDs Ja also ich bin Also ich bin ja bei vielen Also in der Rocket Beans Bubble Äh bin ich ja so ziemlich Auch bei jedem Moderator da Boing Und äh gucke Passe auch die Chats auf Und deswegen das ist bei mir auch Also wenn die online sind Das ist bei mir auch immer wenig Zeit für andere Streams Aber Edo läuft bei mir eigentlich immer Ey TVX Gaming Dankeschön Ey TXB Gaming Dankeschön für den Satz Vielen vielen Dank Und gute Nacht Und Digga Moinerlichen Warum bist du noch wach um vier? Ich weiß nicht ob du noch wach bist oder wieder wach Ist bei dir auch immer so ne Sache So geil Okay Lass ein Heißluftballon So Autos können nur an der Straße spawnen ne? In der Nähe von Straßen Und das ist nicht ein Heißluftballon Da drüben ist Militärgelände ne? Schöne Herr Schede Dankeschön für den Gift Vielen, vielen Dank Unde Lin Ich muss aber sagen Das hier auch kuschelig ist Oh, dankeschön Dankeschön So danach Ähm Gerade jetzt Durch die Connections halt über Edo Jetzt mit Kay und so Und mit Radler Das ist einfach Ähm Also ich komme halt auch so Also ich komme halt auch so Oh geil Guck mal Chad Wir haben hier sogar so ein Hype Train Der fährt immer Der kommt immer angefahren Und dann könnt ihr einsteigen wenn ihr wollt Und M2ReP Dankeschön für den Gifted an Lachsie Vielen, vielen Dank Äh Yo Montana Of course I hope you can enjoy them Und ähm Ja also Halt gerade jetzt über Edo Mit Kay und mit Radler Und mit Suki und so Das ist halt sehr 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 cool Und ich freue mich auch schon mega auf die Twitchcon Äh das wird bestimmt sau nice Und das ist für mich auch recht Ich sag mal recht neu halt jetzt so Mit dem Mit dem Twitchconnecting Game Ich glaube auch Vor allem vor dem Rustplatz War das gerade in der deutschen Bubble Sehr sehr üblich dass jeder so seinen Scheiß gemacht hat Und seitdem geht halt super viel Einfach so In Beziehung einfach auch rein Sehr sehr cool Ja bei Louie Insane Mega gut Mega mega gut Äh I played PvE Äh 2 in Spanish Uh Like PvE Much more Uh For the content Yeah Uh So this is like A PvE PvP Uh But mostly in roleplay server Uh Yeah So We We do like Oh Like probably the most is we are doing is uh Roleplay Uh And afterwards we are doing a lot of PvE But mostly just to farm mods Uh materials Du kommst online und gratulierst mir ja Siehst du wie es mich ignoriert Oh alles Gute ja wie schweißt Ich würde jetzt sogar fast noch einen Song spielen Aber dafür ist es noch ein bisschen spät Und bis Rocksmith gestartet ist dauert es wieder 200 Jahre Das auf jeden Fall Das auf jeden Fall Violet Das auf jeden Fall Ähm Also ich meine wenn man einfach mal sich umguckt Äh wie viele deutsche Streamer es gibt Und wie wenig ich davon kenne Aber es ist halt jetzt schon so ein kleiner Haufen so und man kennt sich untereinander Man kennt eigentlich die meisten oder fast alle Namen Das ist halt einfach super cool Aber ja klar das ist immer noch eine kleine Bubble innerhalb einer riesigen Bubble Äh An Twitch Streamern Äh 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 Durch Rust Bloods Äh Hat Kay erst Edu Radler Juli Gippi und alle anderen kennengelernt Bin ich echt Okay Werde ich hier doch noch sterben eventuell Ähm Mir fällt nämlich auf dass ich keine Munition mehr habe jetzt Naja wir werden hier schon gleich irgendwo einen Fakt finden noch Ähm Na was ist da für ein Haus Wer hat denn hier sein Haus hingebaut Vielleicht so ein Anfangshaus oder so Zum Starten Äh Zum Beispiel so mit Juli und Gippi und so Und mit Dalo habe ich so persönlich noch nicht so viel zu tun Äh Finde ich auch schade aber es ist halt dann auch irgendwie Es ist dann auch irgendwie halt komisch einfach irgendwie anzukommen und zu sagen Hey hallo Äh Bitte spielt mit mir oder so Das muss ich da halt schon irgendwie ergeben Und wenn nicht ist auch nicht schlimm Obwohl mit Gippi und Juli war ich auch eigentlich äh ja auf dem Sombolplatz auch recht viel unterwegs Über Radler Und Schobi Das ist auch sowieso mega schade dass Schobi Äh nicht dabei sein kann Äh nicht dabei sein kann Sonst sein So Hüzi Dalo ich bin der Sun Wollen wir spielen Lass spielen mit mir Schobi wollte so gerne dabei sein Ja na klar Na klar Das hätte ja auch einfach super Also das hätte ja Perfekt gepasst Boing Boing Geil Tomaten Äh Kartoffeln Boing 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 Na, wie gefällt die Karre? Hast du schon nen Unfall gebaut? Kann ich sowas eigentlich... Äh, moin moin, meine Lieben. Schönen guten Namen. Äh, an alle von Jiva. Ich bin der Sue und ich bin der Praktikant der Werner. Äh, ich hab Jiva gerade das Auto geliefert. Und ja, ich bin jetzt schon wieder auf der Suche nach neuen, äh, Autowracks hier. Und da haben wir auch gerade eins gefunden. Okay. Und, äh, denn wir haben heute bestimmt vier oder fünf Autos oder so verkauft. Und ja, wir brauchen neue Autos. Wir brauchen neue Karren und darum kümmere ich mich gerade noch. Denn, äh, sind wir mal ehrlich, die anderen, die hier bei mir arbeiten, so, um Autos kümmern und so, nicht so wirklich. Unfall kam nach drei Sekunden und wollte direkt springen. Hahaha, nice. So muss es sein. Äh, ja, moin, meine Lieben. Hallrichen. Äh, dankeschön auch für die Follows hier reinkommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, und Jiva auch vielen, vielen Dank, äh, für deine Arbeit, die du ja parallel die ganze Zeit machst. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist echt, also, es läuft einfach auch alles so gut. Ähm, keine, keine Lags oder sowas. Es läuft alles wunderbar. Zumindest ich persönlich hatte auch noch nicht einmal Irrger mit irgendeinem anderen Spieler wegen RP oder sowas, weil er irgendwie ja Scheiße gebaut hat. Ähm, es ist wirklich supergut. Ähm, ja, ansonsten zu mir, ähm, einmal kurz, ich hab's gerade eben schon erzählt. Äh, normalerweise bin ich gar nicht so der krasse Gamer. Ähm, bei mir gibt's, ähm, eigentlich fast nur Musik als Content. Manchmal spiel ich auch so ein bisschen Rimworld und sowas. Äh, und eifere dem guten Edo P nach in seinen Skills. Aber es klappt noch nicht so ganz gut. Genau, deswegen gibt's bei mir eigentlich Musik. Ähm, ich spiel Gitarre, Schlagzeug und Bass. Und man kann sich bei mir Songs wünschen. Ich hab so ungefähr 60.000 Songs in meinem Repertoire. Ähm, und kann man sich bei mir Songs wünschen und ich, ähm, spiel die gegen Request. Joa, äh, das läuft bei mir meistens. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt mal auf einen Musikstreamer oder sowas, äh, dann lasst gerne mal ein Follow da. Schaut mal rein, Donnerstags oder Samstags machen wir mal die ganze Nacht durch. Und, äh, würd mich freuen. Mich freuen. Denn das Geilste ist daran immer, neue Musik kennenzulernen. Bass, du bekommst also alle Damen. Ja, also ich, das Problem ist, ich spiel auch Gitarre und Schlagzeug. Scroaty, das, äh, negiert sich dann wieder, leider automatisch. Und deswegen bekomm ich dann mehr oder weniger wieder einfach gar keine Damen. Äh, der Bass ist nicht stark genug. Sehr. Achso, und Jeeva, es könnte natürlich daran liegen, dass, äh, du allgemein einfach keine Wracks mehr findest. Weil, eventuell, ich schon so ein paar Mal meine Runden, meine Kreise drehen kann. So, ich hab ja schon ein paar Kreise gedreht. Und ein paar Wracks zusammengesucht. Äh, das könnte eventuell in mir liegen. So, hab ja schon gedacht, ja. So, ich bring mal hier kurz das ganze Zeug wieder weg. Dass ich wieder mehr Platz hab. Aber ich mach erstmal alles in die Müllkiste. Äh, ja, ansonsten, ich bin auch bei, äh, Rust Coast Custom. Also, wir bauen die Autos hier für den Server. Äh, präparieren sie. Und kümmern uns darum, dass alle hier einen fahrbaren Untersatz haben. So. Ich würd sagen, einen Wrack gönne ich mir noch. Ah, jetzt wird's dunkel, ne? Warte mal. Äh, ich mach mal kurz eine andere Waffe. Ich würd sagen, einen Wrack holen wir uns noch ran. So. Munition soll ich auch noch mitnehmen. So. Und essen ist cool, trinken ist cool. So. Tudu. Äh, dankeschön für den Halbschein-Chat. Vielen, vielen Dank. Ja, wo, wir, ja, wir, wir leben ja leider von den Wracks. So ist es leider. und wir haben auch wichtige Aufgaben zu erledigen auf dem Server wichtig ist auf jeden Fall immer bleifrei zu tanken ich bräuchte auch mal so ein Tape wie Edo ehrlich gesagt das wäre eigentlich ganz geil Jeeva hast du schon eine Gruppe eigentlich? also nur so weil wir haben schon ein paar Ausfälle zu beklagen warte ich mach das im Game einfach das ist ja Quatsch jetzt hier einfach bleifrei tanken und dann neuen Besitzer mit Blei vollpumpen so sieht es aus ja da oben müsste ich jetzt alles abgegrast haben also morgen muss ich mich also morgen muss ich mich auf jeden Fall mal darum kümmern dass wir geile Schilder bekommen ja direkt einfach Meta im Chat ja ich bin auch richtig gut ich muss jedenfalls in die Hia Jeeva vielen vielen Dank für dein Raid schlaf gut und danke für die ganze Arbeit die du parallel machst was würde ich jetzt sagen genau morgen muss ich mich um Licht und Strom und sowas mal kümmern da muss ich mal den Automatics anfragen und dann würde ich noch hier bei Sherry Design fragen ob die uns ein paar schöne Schilder machen kann also wir brauchen ja zumindest mal so ein Schild wo drauf steht wer wir sind vorne am Eingang und halt Werbung bei uns und in der Stadt wäre Werbung halt mal geil mit Telefonnummer am besten und dem Ort wo wir sind weil ich glaube auch wenn wir schon doch recht bekannt sind wissen immer noch viele nicht wo wir sind hat jemand einen Clip vom Hedi Absturz ja es gibt auf jeden Fall einen Clip vom Hedi Absturz wurde vorhin gepostet äh dankeschön für die Follows vielen vielen Dank danke 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 wo ist eigentlich der Burgerladen hab erst gestern nach bei Doom und Twitter gesehen das Schild war mega äh der Burgerladen ist warte ich kann es dir sogar so zeigen auf der Karte äh der Burgerladen ist am Eingang der Stadt also ich würde sagen so ungefähr da ist der äh die französische Akzentschildermacherin hat Edo wegen Schildern angezapiert kommt seit Jahr das kann ich mir vorstellen äh ich könnte wenn dann mal Doom fragen ob er halt Bock hat was zu machen äh aber das wäre auch rein theoretisch ein Meta weil ich glaube eigentlich macht er keine Schilder und eigentlich obwohl ich kann ihn einfach mal fragen doch doch ich kann ihn ja nicht mehr fragen ich meine ich hab ja das Schild gesehen ich kann ja fragen wer das gemacht hat aber dann sagt er was selber ich kann ja fragen ob er Bock hat noch ein Schild zu machen oder ich kann auch noch Holla fragen Holla hat auch ein mega geiles Schild äh für Dalo gemacht hey Sunny Jellichen moin moin so ähm ähm ich bin hier schon mal lang gelaufen hab nach Autos gesucht ich glaube ich würde hier mal absuchen der Clipper ja also ich bin das war tatsächlich das war tatsächlich mein allererster richtiger Helikopterflug eigentlich also na gut ich bin einmal halt von der Bandit Base zu uns geflogen aber das war eigentlich der erste Flug äh zu Eurig und dann in der Stadt landen und ja ja soviel zu 2000 Stunden Battlefield 2 Helikopter fliegen ne und dann im Dunkeln hör dich doch zeig dich du Schwein ach ach scheiße auf die Fässer Alter das dauert jetzt zu lange im Dunkeln ich seh einfach nichts die Nacht ist es ist einfach so crazy dunkel ey auf jeden andere hätten es wie früher verbockt ja naja wir werden morgen einen neuen gönnen ich muss mal bei der Flugstuhle anrufen ob die den eventuell sogar günstiger haben ob die da einen geilen Deal haben wie Helis dann müssen wir nicht so viel bezahlen im Battlefield ist das irgendwie wie Autofahren ja also kommt drauf an also ich meine ich hab da also ich bin damals ah da ist das noch da hier sind zwei Frecker ah shit ey okay da müssen wir noch beide holen Chad also ich kann jetzt nicht einen Fack sehen und das andere zurücklassen äh äh hallo ich bin hier gerade dabei neue Autos zu sammeln und so ich bin hier gerade so ziemlich im nichts aber ich hab gerade eins gefunden und fahr jetzt wieder zurück also wenn sie möchten können wir noch was noch ein Ausflug machen oder so ich bin noch dabei ach so wo wollen sie denn hin was heißen sie denn so in Main sozusagen äh ich weiß es gar nicht also ich kenne mich gar nicht so gut aus ehrlich gesagt ich würde mich da einfach ihnen anschließen wenn die Autosucht kickt naja ein Ausflug zu zweit bei Nacht äh also wir können gerne was machen aber wir äh ich will ja nicht dass sie jetzt sozusagen wenn wir was versuchen und dann klappt das nicht und nachher verbraten wir ihren Heli oder so dann ist ihr Chef vielleicht sauer ach äh der verzeiht mir alles der liebt mich so ne Liebe ist das ich verstehe ich verstehe ja wir soll sowas ja nicht verurteilen aber ich mag ich find das gut dass die beiden sozusagen out of the closet sind und so ja 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 also der kommt also der der kommt mit mir mal ins Büro also der will immer dass ich in sein Büro komme und dann erzählt er irgendwie mal von dem großen Turm und sowas naja was erzählt er mal dass er einen großen Turm hat wow ach jetzt schon wieder die Kacke ich glaube man kann nur zwei Minuten telefonieren aber dann ist immer RIP ich hoffe sie ruft mich gleich nochmal an sonst rufe ich zurück ich hoffe sie sucht mich gerade im Telefonbuch ich gucke sie mal an sie denkt bestimmt dass ich aufgelegt habe ich glaube sie hat ich weiß gar nicht was sie noch hat ich habe mich gerade weg gedrückt weißt du wer das ist äh nee nee ich weiß es nicht tatsächlich äh Mr. Positive please write in English or German I can't understand uh uh your language I'm sorry your language I'm sorry yeah I'm sorry I'm sorry I'm not able to read it nein nein falscher Knopf ich wollte schon wieder die Handbremse drücken bleib da warte mal ja warte mal das war ich hab schon richtig angeruft oder äh drop should be enabled here there should be äh dein Mod würde eventuell ja 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 ach alles gut wenn's n also ich weiß es nicht soll ich es äh ist es dringend das zu löschen ansonsten könnt ihr einfach ein Boot zum markieren warte mal oder doch 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 das war schon sie die mir angerufen hat ne jetzt müsste ich ja oh da steht ein Pferd alter Chad guck dir das an ey das ist Arbeit hier das ist noch richtige Handarbeit äh ich meine braucht ihr nicht viel Brennstoff für den Betrieb für den Betrieb von was soll ich äh ich kann dir gerade nicht ganz folgen jetzt werde ich einfach weggedrückt oder was was Yo Basti ich hoffe sie ich hoffe sie hat es jetzt nicht wirklich falsch verstanden weil sobald ich weiß nach zwei Minuten äh wird halt einmal die Verbindung abgebrochen äh ich hoffe wirklich nicht dass sie denkt ich hätte sie weggedrückt oder so äh 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 im Internet jo Fipsi moinellichen okay ich probiere es jetzt noch einmal ja aber es hat es war schon sie oder sie hat auch gesagt äh Doktor äh 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 du weißt wegen dem Decay der Autos Bescheid ne was für ein Decay der Autos sounded like you were talking backwards in English I wish I could to be honest aber warte müssen die warte mal wissen die irgendwo stehen oder was oder wie oder was mit den Autos ich muss gleich auf die Arbeit scheiße ja aber dafür hast du dann ja auch schon quasi fast wieder Feierabend äh äh kurz noch einmal die gehen schneller kaputt und noch freien ah ist klar ja ich hatte jetzt keine Lust die noch hier hier rein zu fahren ich stell die einfach erstmal in die die halten schon durch ich repariere die jetzt einmal und dann passt das schon äh äh der Chat ist so friedlich und sobald jemand äh greifst du ein äh achso ja Abby Schweiz ich sag das einfach nur den Leuten äh damit sie einfach direkt Bescheid wissen äh dass ich es nicht 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 dass ich es halt nicht lesen kann also es geht mir gar nicht also ich würde nie jemanden einfach instant jemanden bannen oder sowas ähm was mir nur oftmals wichtig ist weil ich es nicht identifizieren kann ob das jetzt eine nette oder bösartige Nachricht ist dass die Nachrichten erstmal nicht im Chat stehen bleiben und ich erwarte von meinen Moderatoren in der Regel nicht ähm dass sie dann jede Nachricht in der Kirillisch oder sonstiges in den Übersetzer reinschmeißen äh und prüfen ob das ähm so ist oder eben nicht so ist ach shit die haben auch alle keinen Schlüssel ne die haben zumindest alle erstmal keine Teile das Rutsch war zumindest nicht bösartig ja also wie gesagt das ähm ich weiß nicht ob ich jetzt einmal mal in die Stadt kurz nochmal fahr ich fahr ich fahr ja ich fahr kurz in die Stadt wb wo ist alles gut alles gut nicht schlimm boing hey handy mangel dankeschön für dein Prime 4v du weißt aber immer noch nicht wer dich angerufen hat ja ich ich bin verwirrt ich fahr einfach nochmal in die Stadt aber ich bin auch verwirrt dass ich nicht nochmal zurückgerufen werde tatsächlich aber ich bin mir ziemlich sicher dass es die Frau Doktor war aber ich glaube das war auch ihr ihre Stimme aber das war wirklich wer ganz anderes das ich kann es also es macht für mich gerade nicht Sinn dass es mich mir anders noch anrufen ach das war die nein das war doch nicht die Schokinahme oder ne 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 neeres nein 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 auf keinen Fall Kein Weg. Kein Weg, was das hier schon gemacht wird. Ich fahr mal in die City, vielleicht kann ich noch gehen. Ja, es ist ein Streaming-Server, Mr.Potitiv. Also, es ist kein freer Access zu allen Leuten. Ich weiß ja auch, dass sie da oben wohnen. Vielleicht kann ich da tatsächlich noch vorbeigucken. Okay, ich glaube, wir sind wirklich einmal auch die letzte Bastion hier. Ich glaube, da ist tatsächlich die Schokodame nochmal. Ich mach nochmal kurz hier hoch. Hat das getäuscht oder war das Tor noch offen? Ich bin sehr gut darin tatsächlich, Türen und Toren offen zu lassen. Also, es könnte gut sein, ja. Ich mach mal kurz hier. Ich glaube, das ist die Base. Ja, ja, da bin ich gelandet. Hallo? Noch jemand da? Noch jemand wach? Ja, ja, ja. Das wird nichts mehr. Ah, schade, ey. Schade, schade, schade. Ich hätte gerne noch mit dir irgendwas gemacht. Warte mal nicht, dass das jetzt ihr Heli ist oder so. Oh, da oben fliegt aber ja. Ah, da würden sie hier landen. Es ist ja auch ein PVE. Es ist ja meistens die Rolle-Player. Und es ist ja meistens eine Kampf gegen Pigs. Ich bin ehrlich gesagt. In dieser Zeit werde ich Deutsch lernen. Haben Sie Fragen? Just ask in Englisch. Ja, so ist es meistens ein Roleplay, mit ein bisschen PvE und auch ein paar PvP. Es ist eine Custom-Map. Auf hier ist es Kill-On-Side. Ich denke, diese zwei Zonen sind bereits. Aber es ist nicht viel PvP. Jeder möchte einfach etwas Spaß. Wir haben eine Salon, eine Detektiv. Wir haben wahrscheinlich etwas wie eine Polizei. Wie lange werden Sie streamen? Also, ich werde schon seit 30 Stunden streamen. Also, ich werde nicht lange streamen. Wahrscheinlich etwa eine Stunde. Ich denke, ich werde jetzt zurück fahren. und ich werde noch ein anderes Auto bekommen. Ich denke, ich werde noch ein paar Mal sehen. Äh... Ich muss mal herausfinden... Ähm... Weil mich nervt das jetzt mega. Weil ich hoffe wirklich nicht, dass sie... Dass sie das jetzt falsch verstanden hat. Dass sie irgendwie aufgelegt habe oder so. Das würde mich mega nerven. Äh... Also, es ärgert mich jetzt schon die ganze Zeit. Ich hätte einfach direkt zurück rufen sollen. Äh... Ich dachte, sie ruft einfach nochmal zurück. Warte mal. Ist doch noch eine Karre? Ne, ne? Ne, ne, ne. Geht's nicht mehr. Ups. Schon wieder ein Schwein. Da hab ich mir noch falsch genug gedrückt. Äh... Könntest du im Global Chat noch nachfragen? Ähm... Kann man das geschrieben haben? Ja... Ich bin immer... Also, ich bin nicht so der Fan davon, äh... Sachen über den Global, ähm... Irgendwie abzumachen. Ich meine, es ist jetzt klar. Es ist jetzt, äh... Fast 5 Uhr. Und es würde wahrscheinlich niemand sowas sagen. Ähm... Aber ich mag das, wenn es so... Und auf persönlicher Ebene passiert. Ich glaube, sie hat Internetprobleme. Okay, okay. Das kann natürlich auch sein, ja. Äh... Rust in Osteuropa. Russland sehr beliebt. Da kommen die Event-Drops hast. Aber verstehen nicht, wer... Warte, warte. Äh... Verstehen nicht, wer Nachrichten fremder Sprache sind. Ah, okay, okay. Kann man Gitarren kaufen? Das kann ich leider auch nicht beantworten. Ja, vielleicht hab ich das Tor ja aufgelassen. Okay, ähm... So, wir holen jetzt noch das Autofrack da oben. Ups. Dann haben wir für morgen auf jeden Fall wieder Karren hier am Start. Essen, trinken, alles gut. Ja. Äh... Jo, Life of Brian, moin Hallöchen. Ich hab dich vorhin schon gelesen, aber dann vergessen Hallo zu sagen. Äh... Wusstest du nicht, wie du dazu stehst, wenn man weitergibt, dass das Internet abgeschmiert ist? Ah, okay. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so krass Metagaming ist, weil das ist... Wenn technisch irgendwas schief läuft, ist das halt immer doof. Äh... Aber dann bin ich beruhigt, dass die mir nicht böse ist. Ähm... Dass die Verbindung abgebrochen ist. Wann fährst du die Wagen nicht rein? Äh... Das... Ja... Also, kann ich vielleicht gleich noch machen. Aber eigentlich ist da nicht wirklich noch genug Platz. Und in der Werkstatt sollen ja dann noch die Hoch- und Runterdinger rein. Ich würde den Clip mit dem hier nicht so feiern, wenn du nicht eine Minute vorher über einen Kutscherwitz genannt hast. Ja, vor allem, ich kenn... Ich kenn... Also, ich weiß nicht... Kutscher... Ich hab das... Das war ja, ich glaube, Season 1 vorwiegend. Und da hab ich das gar nicht so mitbekommen. Sie ist nicht mehr online. Ja, okay, gut. Kann ich verstehen, dass sie auch nicht nochmal online kommt. Bau halt den Schrottplatz, ja. Ja, also ich sag mal so, wir haben... Also, jetzt mit den ganzen neuen Wracks, das ist auch wieder so ein bisschen... Ludorf-Feeling auf jeden Fall. Eigentlich irgendwo das. Die zwei Minuten sind normal. Ja, ich glaube, das war einfach ein sehr ungünstiger Zufall komplett. Dass der Call geendet hat und dass die dann Internetprobleme hat. Und ich nicht direkt zurückgerufen hat. Oh, guck mal, da ist schon wieder ein Pferd. Geil, Alter. Ich kann das Pferd nehmen und hin... hin... hinreiten. Äh, baut euch noch Halle? Ja, Xolagotsch. Die Halle haben wir ja. Die Halle haben wir ja. Die Halle haben wir ja. Wir brauchen da nur noch die... Die Dingsbumsies halt. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Hebebühne. Ja, danke. Hey, Vivi. Hellenchen. Moin, Moin. Äh, komm ich hier runter? Ja. Komm ich da hoch? Ich bin hier schon mal runtergeritten auf jeden Fall. Ich könnte vielleicht noch mal beim Dom vorbei. Und dann noch mal kurz looten. Wenn ich jetzt schon ein Pferd habe. Ähm, für... Wir brauchen halt Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. Warte mal. Warte mal. Ich hab schon gedacht, da stehen noch mal zwei. Oh, jetzt sind das eine hier noch. Okay. Hier ist das Auto. Einmal eine Werkstatt und ein Showroom. Das haben wir schon. Haben wir tatsächlich rum, Pally. Ähm, wir haben rechts quasi einen Showroom. Da stehen zwei Autos vorne. Zwei Autos stehen sogar schon noch drinnen. Und da kann noch ein drittes rein. Und links ist die große Werkstatt. Ähm, haben wir tatsächlich so geplant. Ich könnte auch... Ich hab auch sogar Bock da auf das zu machen. Weil das bestimmt einfach cool aussieht. Äh, dass ich noch oben drauf vielleicht noch so zwei Autos oder so parke. Äh, ja. Ich hab das Metall nicht zurück gemacht. Danke für den, äh, Hinweis. Showroom, Werkstatt und eine Hallefüll gefunden. Okay. Ey. Warte mal. Ne, das ist die Ranch hier. Bis dahin zum Dom, ne. Ich war da noch nie tatsächlich. Also ich bin mal gespannt. Okay, der Bär hat auch keinen Bock. Na gut. Ich bin mal gespannt, ob ich da überhaupt so looten kann. Das ist keine... Ich kann da mit Waffe notfalls, ne. Ich werd da nicht weggeballert oder so, wenn ich da mit Waffe rumlaufe. So. Jo, Digga. Schlaf gut. Danke, dass du noch mal da warst. Jetzt macht, ey. Rust macht auch Spaß, wenn man so nebenbei so ein bisschen mit dem Chat labern kann. Ähm, weil gerade wenn man natürlich AP macht, ist es immer sehr, sehr, sehr schwer parallel auf dem Chat zu achten. Was ist schon mal oben auf dem Dom? Nope. Ich hab, äh, ich war da noch gar nicht. Ich war da noch nie. Muss man da hoch oder gibt's da unten Loot? Ah, okay, dann sind wir sogar PvP-Zone. Aber ich geh einfach mal davon aus, dass hier niemand mehr ist. Ah ja, guck mal, hier gibt's die ganzen... Ah, okay, geil. Hier der ganze Öl hier. Öl, 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 Öl. Öl? Der kleine Haufen da war's jetzt oder was? Ich hab gedacht, davon gibt's so fünf Haufen hier oder so. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ja, Gott, der ganze Schweinebanne! Mieses Schwein! Ich hab' ich bloß weg. Losse wuß, der. Äh, kann ich hier hoch? Muss ich hier hoch? Sollte ich hier hoch? Oder war es das schon mit dem Loot? Öl gehst du lieber zum Haber. Ganz oben ist der Öl. Nee, nee, nee. Man fährt das gar nicht weg. Warte mal, kann ich da nicht da rüber? Nee. Ähm. Da beim Gerüst hoch und oben ist der schon Loot. Alles klar, okay. Nur mal kurz noch ein Video. Ah, okay, okay. Ich seh schon. Ja, ich werd hier noch zum richtigen Profi. Boah, ich auch schon immer haben. Einfaches woanders, ja. Rohre, wo ich hoch kann. Aber der hat hier nebenbei eine Leiter hochgebaut. Da drüben wahrscheinlich, ne? Ja, ich seh's schon. So, Peter. Du bleibst kurz da, wo du bist. Ich bin gleich wieder da. Äh, falls ich runterfallen sollte. Dann hebst du mich wieder auf, okay? Ach, geht's noch rein. Ah, ihr seid noch rein. Okay. Äh, Hamburger. Ich wünsche, ich würde, äh, ich könnte einen haben jetzt. Das wäre gut. To be honest. Äh, hier noch? Darüber? Darüber ist er richtig? Ah, okay. Alles klar. Serifil, gar kein Problem. Alles gut, alles gut. Ich hatte schon Angst, dass du mir böse warst, weil, ähm, das Gespräch abgebrochen ist. Äh, alles gut, passiert. Gar kein Problem. Heilige, meine Liebe. Äh, der Flug. Auch wenn er schlecht geendet hat, hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Oh. Wohnt man sowas? Es ist sehr viel... Na, okay. Hey, Ax. Hallo. Man muss auch immer alles mal testen hier. Ist hier oben schon wieder ein Wolf oder was? Ey, Peter, bist du das schon? Äh, macht er so Lärm. Hast du das All weggeschmissen? Hab ich? Oh, nö, ich bin ja nur noch dumm, ey. Fuck, ey. Wenn ich mein Chat nicht hätte, wirklich, ohne Spaß. Äh, vielen, vielen Dank. Hallo, eine andere Person, die nur Englisch in der Chat spricht. Äh, ich glaube, es gibt ein paar mehr. At dem Moment, zumindest. Äh, so you'll probably find another one who's, uh, talking English with you. Äh, how many hours do you have? I have, I have probably a huge amount of around, like, 50 hours. Oh, warte mal, wo geht's? Nee. Wir haben die Züge nicht da. Äh, so I'm a completely, I'm, I'm a newbie, uh, in Rust. So, if you expect any great gameplay, any great PvE rates or something like that, or PvP, um, yeah, uh, you will be disappointed for sure. I'm just looting some, uh, oil here. For our, um, car mechanic house. So, yeah. Wait. I'm running in circuits. Uh, if Dome has, uh, jump, you should definitely practice it somewhere else before you do Dome. Ah, I guess I got a jump. Uh. Okay, okay, okay. I never did it before. Andere Richtung? Muss ich nicht da rüberspringen? Ja, auf das oberste Rohr. Oder muss ich da drüben machen? Well, jump to the left side. Okay, okay. So, like, there. Easy, pd. Okay. Easy. Is it, like, a ladder down? Oh, Jesus Christ. Easy, Dota. Yeah. Okay. Dome, da warst du heute auch. Ja, ich hab da immer nur, ähm, ich hab da immer nur gesehen, wie Kay und so dahin geflogen sind, aber ich war eigentlich selber noch nie. Und ich dachte mir, weil ich sowieso gerade jetzt in der Nähe war noch mal, mach ich das hier noch mal schnell. Hope you have a bridge here. Uh, you mean this one? By the way, du springst im Stehen mit Sprinten genauso weit, wie, als wenn du Anlauf nimmst. Alles klar, okay, okay. Das ist gut zu wissen. Äh, werf den Hammer. Ja, ja, ja. Okay, genau. Da war ein Hardjump da, an ein Servers. Aber ich denke, sie hat es mit dem Bridge. Ah, ja. Ja, das ist nicht ein Hardcore Server. Also, ähm, ich denke, es ist wirklich, wirklich freundlich zu, äh, Newbies, äh, playing Rust the first time or second or third time. So, we did it! We're on top! Gimme loot! Where is it? Okay, das kann ich auch nicht. Okay, das Holz soll ich nicht anders wegschmeißen, das kann ich auch nicht. Äh, das ist auch nicht schlecht, das kann ich auch nicht. Nee, okay, aber Platz. Ja, ja, ja. Den kann ich auch noch mitnehmen. Hm, ja, gut, die... Findet man sowieso überall. Ja, okay. You have two cleavers, ah, yeah, true. Yeah, but I don't need the pinoculars as well, so. So, I gotta jump down now. Da sind noch zwei Dieselfässer. Ah, da. Nice! Diesel! Eine grüne Kiste auf einer Strebe. Ah! Oh Gott, alter, wenn die jetzt runtergefallen wären. Äh, auf einer Strebe oben noch eine grüne Kiste oder schon weiter unten? Chipper sehen. Go the same way you came up. All right, all right. Uh, did I miss something? Like a... Uh... Uh... Uh, wait, let me check a second. Mm... My drops are working. All right, all right. So, um... Chifon, maybe you refresh the stream? No, I don't. Do you mean... Mine work? All right, all right. Okay. So, I guess it's, uh, not the problem on my end. Chifon. Okay. Hier soll noch irgendwo eine grüne Kiste sein, oder wie? Denk, Jedi. Mir fehlt nur noch der General-Drop. Okay. Yeah, it's fun, actually. Uh, oh, sorry, Goat, you need, uh, you need to get a permit. Wait a second. I'll give you one. Uh, permit. Ah, words, kannst du auch einfach ausruhen, Zeichen, Permit, und dann den, äh, Usernamen da hinten. Dann, äh, kannst du jemandem quasi erlauben, einen Link zu posten. Oder du postest ihn selber. Äh, bist schon zu weit. Hinter dir. Okay, jetzt fahr ich wahrscheinlich runter. Yeah, I missed the fourth one. Hier lang? Where is it? Da, ah, da. Okay, okay, okay. We can do this. No problem. I'm a pro. Laptop ist sehr gut. Nice. Okay, alles klar. Jetzt kann uns quasi nichts mehr passieren. Außer ein sehr schneller Weg hinunter. Alter, ich schwitze richtig. Guck mal, guck mal. Uh, ah, thank you, Vibe. Uh, I already asked myself, uh, because I saw it by another streamer, who did it? Ah, wait, jump in. Jesus Christ. Okay, I saw it, uh, I would make it. Okay. I think that was really close. You crouched. Did I? Yeah, maybe I pressed the wrong button. Can I go? Yeah, I can go down here, right? That's the super nice shortcut. Uh, thanks, chat, for the help to clear my first dome. Hey, Fanticano, uh, please write in English or German, uh, so I can read the message. I'm sorry, I'm not able, uh, to read other languages. Uh, so, where's my horse? Uh, own Rocket War. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Okay. Got another one with him. GG. Yeah, 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 RB Schweiz. Uh, I don't know what Monuments do you know. I don't know any Monuments. That was my first. Uh, like I said, I, I just played, like, Rust, uh, in roleplay. So, I never did any PvE or PvP, uh, myself. Um, usually some, some pros come with me and tell me where to jump, where to go, what to do. Uh, this is the first time I'm, like, running around on myself. I need to learn German. Most people I watch are German. Uh, do you watch them because, like, uh, for the drops at the moment? Uh, do you just, like, to watch German streamers? Wait. Yeah, I'm right. Du brauchst Green Card und du für you. Ist das, äh, ich weiß nicht, ob wir eine Green Card haben, ne? Muss ich kurz gucken gleich. Komm, da hinten ist auch ein Auto. Das ist weiter weg als das andere. Uh, I don't normally watch Twitch, uh, so, yeah, for the drops. Came for the drops, stayed for the content. Dick Haas, thank you so much. Okay, uh, yeah. Let's go. Hmm. Ulrich. Ja, ich weiß nicht, ich alleine... Also, hey, hier steht auch noch... Warte mal. Ist das eine große Ladefläche hier? Was ist denn das? Komm... Das ist ein Vierer, ne? Warte mal, ich muss mir überlegen. Ich glaube, wir haben... Ja, ich glaube, ich nehme den Vierer mit. Ich glaube, ich habe keinen Vierer mehr. Also, ich glaube, wir haben keinen Vierer mehr da. Okay. So, in this case, it's a special event by some German streamers. So, the big one is RocketBeansTV and Bonjour. And they do this event in co-op with, in cooperation with Twitch. And, yeah, we basically got asked because we were, there were like two similar events before. It's called Rustplatz and it's a German, German Rust event where only streamers are on the server and get to participate. So, yeah, we basically got asked. And the, and RocketBeansTV and Bonjour just asked, like Twitch, if it's possible, if they could enable drops with face punch. And they made these skins for you. So, to participate here, you got to be a German streamer. How much longer are you gonna stream? So, yeah, I think we're gonna go to the harbor now and do the puzzle there. Uh, I probably will get another car from there. So, maybe like half an hour now. I really like the concept of, uh, drops, like watching streams and, uh, getting skins. You don't have to pay for anything. That's really great. Oh, we hit the 10,000 followers. Holy moly. 10,000 followers. Thank you for all the followers. And thank you for the ganzen followers. Vielen, vielen, vielen Dank. Uh, so, um, basically, um, so, for all the international viewers at the moment, uh, watching, uh, basically, I'm a, I'm a musician guy. Um, that's my main content on my stream. I play music. Um, so, people can request songs on guitar, bass, and drums. Uh, and, yeah. So, that's my main content. You will not get a lot of rust here, uh, after this week. Uh, I'm gonna be honest with you. So, if you are here for rust, uh, Uh, yeah. There will probably later in the year another event. Uh, maybe I'm gonna play with, uh, some friends, some rust. But I, I can't promise you. So, but if you, uh, if you like music, Um, yeah. Maybe then, uh, You could watch me next week, uh, next week Thursday or Saturday. Um, yeah. Uh, but thank you so much. I'm better than y'all. I'm rich. Uh, congratulations, Philz. I'm, I'm really happy for you. So, uh, I'm not really rich. I wish I would be. Um, but yeah. Uh, great for you, of course. Uh, so, this is our car shop. Uh, can show you around a little bit at least. Uh, enough, enough, enough. Like, no. Ich glaube, er meint reich ein Kanalpunkten. Uh, uh, I am Amy. If you are rich in, uh, channel points, Uh, congratulations as well. Das Öl könnte ich direkt mal in der Refinery machen, auf jeden Fall. Oh, es reicht mal. Ja, hier rein. Das brauche ich alles. Brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Okay. Uh, hey, Reddack, hello. Uh, do you know how to hover loot? Ah, yeah. Oh, I mean, you just told me, right? Ah, okay. All right. All right. Yeah, now I do. Okay. Yeah, so this is our little car shop. We need, uh, I'm sorry. I don't know the English word. Um, so where you can put the cars on and work on them. They will be here. We got really, really fancy garage doors. Uh, this will be the showroom. So two cars are already here. Uh, and we will probably build some boats over there later. Uh, and on the top. Yeah. We will probably sell some, uh, helicopters here as well. We just got one at the moment. Car lift. Ah, thank you so very much. Yeah. Uh, maybe make some barbecue. Uh, and my boss. Uh, so my boss. Uh, his office is down there and he will get his special lift. Uh, to get to the, uh, chopper. Uh, if he's in a hurry. And yeah, these are all the cars I just got here. Uh, we will repair them and pimp them. And then sell them to the people. Do you play guitar? Yeah, I do. So, um, yeah, wait, wait a second. I can probably show you, uh, my room. Uh, and then we will go to the harbor. Wait a second. Yeah, so, uh, there are some guitars, uh, back there. And I can show you my drum set as well. Uh, because the camera is. Yeah, yeah, some more guitars, my drum set, uh, my orange amp, my piano. Yeah. So, I'm doing a lot of music here. Uh, basically, my complete simmer is just, uh, my, my room is full of instruments. Uh, there's not much more. And my, my bed. Okay, uh, back to the game. Uh, you have an electric guitar? Yeah, I do. I have a, uh, a Paul Reed Smith, a custom one. Uh, I got a Fender. Uh, I get a Schecter. Uh, I got a Vintage. Uh, I got two bass. Uh, one acoustic. I got a chord. Um, yeah. And a drum set. So. Okay, um, Bier. Okay, warte a minute. We have to eat something. My Zimmerman. Hey, Frossi. Moin, herrlichen. How do you say hi? Uh, how are you in German? I already told you. Hi, wie geht's dir? Uh, can you tap Polythea Goat? I love this song. I love, uh, I love Polythea. But it is hard as fuck to play. Uh, it's much too hard for me. So, I guess I'm, I'm a mediocre, uh, guitar player. Um, I'm okay, but I'm not that great. But Polythea is just out of this world. Uh, Tim Hansen is... I love the sound. It's, it's just amazing. Do you make songs in English or German? Uh, I did, uh, I did make some songs in English. Uh, but they're, uh, they are actually really old. So, um, yeah, they are not worth showing. Ah, wait, uh, yeah, now I remember where I got the word. Uh, can you play a song from Nirvana? Yeah, I probably, I can probably play all songs from Nirvana, to be honest. Uh, I love the band. It's really great music. But it's not, instrumentally, it's not that hard. Uh, where can I buy it? No, I don't have a rocket, uh, in the league. I don't have one. So, I'm not a professional musician. Um, I play, I'm playing guitar since I'm 13 years, 13 years old, yeah, 13. So, I'm now, now I'm 30. Um, I started playing drums, like, a year ago. Uh, and playing bass, like, two years ago. Playing piano, like, five or six years ago. Uh, yeah. Ah, whatever, alpha, yeah. I get it. It's, uh, really smart, but next time. Um, I started guitar one year ago. Nice, 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 nice. Yeah, it's, it's never too late to start playing an instrument. It's, I mean, it's really hard. It's, uh, it's some kind frustrating. Um, but, yeah, if you, if you, if you keep it up, if you're practicing, um, you can, you can actually, like, learn every instrument on every, um, on every age. If you use your middle mouse button on the crew, it will split it. All right, okay. I will probably forget it until tomorrow, but maybe, maybe I won't. I play the sax and bass, nice. Oh my god, saxophone is such an insane. I love the instrument. It's, it's out of this world. Um, so, my mother actually, um, like, she heard me talking about, uh, wanting to play saxophone on the stream. Uh, and she was, like, on Christmas, like, if you ever want to really practice this, if you want to buy one, just hit me up. Uh, and we'll, uh, I will give you a saxophone. Some of the money for it, like, not all of it. But, yeah, saxophone, it's, it's not easy to practice because it's really loud. And, yeah. Um, I got neighbors, like, all around me. Uh, let's not, uh, yeah. I hear you guys talking about instruments, and I just want to say I started playing the drums around half a year ago. Nice stuff, yeah. So, I'm playing, like, probably half a year more than you. Um, but drums, it's, when you start playing drums, so, at least for me, it was like it. Um, I started to listen to the, all the songs completely different. Like, completely different. I guess, that's, if you start to play any instrument, you actually start to pay more attention to the instruments. Uh, but when I played drums, like, all I was listening to, uh, with the drums. Oh, look. Drumset nicht laut. Ich hab tatsächlich ein E-Drumset. Und das ist auch nicht leise. Aber es ist okay. Ich sag mal so, ähm, ich hab mit meinen Nachbarn gesprochen und so. Und ich hab Absprachen, wann und wie und so. Aber, ja. Oh, hallo, guten Abend. Sind auch noch wach. Hallo? Hallo? Ach, Werner. Ja, moin. Ey, Suki, das war eine super Restauranteröffnung. Jetzt hat richtig viel Spaß gemacht. Oh, dankeschön, danke, danke. Aber das wäre niemals, äh, so erfolgreich gewesen, ähm, ohne mein Team, natürlich. Warte mal. Ich glaub, den kenn ich sogar. Hey, hey, hey. Warte mal. Ich glaub, der hat mich mal verarscht. Hä? Ja, ist verarscht. Ja, wieso? Ich glaub, der Typ da, der, irgendwie hat mich an den Supermarkt angerufen und hat gesagt, er hätte eine Geisel oder so und er müsste sofort ein bisschen Geld vorbeibringen. Also, also, Scrap und so. Und dann bin ich, bin ich hingegangen und dann war er da und hat gemeint, ja, ja, gibts mir einfach, er ruft seinen Kumpel an und der bringt gleich die Geisel vorbei. Und dann hat er mich einfach sitzen lassen. Okay. Warte mal, ich klär das gleich mal mit ihm hier. Halt, stopp. Nee, das ist ja später ein anderer. Neben mir? Nee, nee, der nicht. Ja, das ist, das ist mein Praktikant, der, ähm, Buddy. Habt ihr jetzt noch die ganze Zeit hier aufgeräumt, oder was? Oh, moin. Ja, natürlich, ich wüsste ja, was für ein Chaos das hier ist. Ja. Na ja, ich will euch nicht länger stören, ähm, ich mach mich nochmal auf den Weg hier zum Hafen und sowas und ich will doch nochmal ein bisschen loot. Okay, mach nicht zu lang, es ist schon spät, ne? Ja, macht's gut, viel Spaß noch. Ist einer von euch überhaupt noch da? Nee, die sind schon alle schlafen gegangen. Ich brauche doch ein Auto. Ich wurde ein Auto versprochen. Äh, wie lange bist du denn noch da? Ein bisschen. Äh, ich rufe dich an, ja, wenn ich wieder zurück bin. Okay. Äh, was hast du gesagt, ja, ich bin sorry, wie, äh, wir spielen ein paar, äh, Roleplayern auf dem Server, so, ähm, Like, ich bin Werner, äh, und mein Job, like, ich bin, ähm, Okay, Chat, was heißt Praktikant auf Englisch? Like, Internship ist Azubi, ne? Äh, Trainie, Appendance, Trainie, ja, so, Ich bin Trainie, ich glaube, das ist, äh, Right Word, ähm, On the Car Shop, äh, und ja. Äh, ich, äh, Just, äh, sie war asking for a car, Äh, und ich werde wahrscheinlich Sell one to her later, äh, When I'm back, äh, From the Harbour. Hier, wir gehen, hey. Let's do some PvP, ja, ich bin sorry, There are probably, like, Ten players left on the server, There won't be any PvP anymore, Uh, for today, Dexter. Ähm, There, there isn't much PvP on the server. Can you play more Rust in Streamland? We'd love to watch it and see you get better. Uh, yeah, maybe I will hit, uh, Some people up, I know some people, uh, Other streamers, uh, that are playing Rust regularly. Uh, maybe, maybe I will do. Like, I never imagined that there are Rust Uh, that the Rust community is This big. But I really like it. Um, yeah. Some awesome people in my chat. Uh, it's really nice, uh, Chatting with you. Jesus. Holy moly, I'm almost dead. What the fuck? Van against the wolf, yeah. Okay. Okay. I've given up, uh, 1.5k hours in my life To this game. Yeah, if you enjoy it, It doesn't matter How much time You give up. If you enjoy it And you've got fun. That's all that matters. I've invested so much time In playing instruments Or playing other games. Uh, but as long as you enjoy it, It doesn't matter. Like, start on my auto. Das können wir dann gleich mit, uh, Zurücknehmen. Um, You look like Thomas Miller. I actually heard that, uh, Before. Like, just Two or three times In my life. Um, I wouldn't agree To be honest, Except my hair maybe Looks a little bit Like his. Uh, But I guess Our faces are not That similar. But maybe there are. Okay, um, Ich habe kein Plan vom Harbour. Es ist dunkel. Und, okay, I'ma gucken. Uh, so, What Do I actually have to do here? I have absolutely no clue. This is the first time I'm here. Um, So, I guess there's Some loot somewhere. And I maybe got to jump somewhere. Go to the center. Okay, okay. Uh, if you want to play And don't have anybody play with, I'm always down to play. Um, yeah. So, I, Um, Thank you for the Angebot. Uh, thank you for Uh, thank you for The offer. Ah, yeah, yeah. Um, Maybe I will. So, If I really don't have anyone to play And I'm craving for Uh, some A Rust gameplay. Yeah, maybe I will hit you up. Let's do Aine Oh, nein! Ich habe noch Oh, no. I forgot my green Card. Am I able to find someone? Something here? Oh, God, I'm so fucking stupid. Oh, wait a second. Let me Call one. 8k hours in the game. Still having a blast. There's nothing better You can ask for. Mmm. And a fuse as well. Yeah. Jesus Christ. A chat. You let me down To be honest. I walked away From the base Without a green card And without a fuse And you let me. So It's for sure Not my fault. I'm just a streamer. Uh Okay, Wait a second. Also I think I'm still Warren No Wo ist der denn? Bin ich dumm? Mmm. Mmh, mmh, mmh. Müsste das Restaurant sein, oder? Oder Suki halt irgendwas. I told you to go back for crude. Yeah, to be God damn it. Yeah, well. Okay. So, ah, yeah. Uh Yeah, we need a green card for that, right? Would I watermelon? Ah, watermelon. Yeah, yeah, yeah. Yeah, wait a second. Let me call someone. Maybe Uh, we can trade the car Uh, for the stuff. Let me check. Eh? Wenn ich dumm raussebezine Uh, dies Apple Thank you so much for this Go straight. Yeah, wait a second. He's Disney. Uh, probably my favorite at the moment Um, is Uh, progressive metal So, like periphery Um, Harken Leprous Um, spirit box Uh, all kind of that stuff So Um Yeah Uh, there's a fuse box And inside the channel is a switch Alright, alright, okay So, okay We will do it We got a car Uh, up there We will get the car We will go back to base Uh, we will get Uh, we will get A green card If there is one I hope so And a fuse And then We will do harbor Uh, yeah Alpha, I don't have a green card And I don't have a fuse Uh, I need it, right You pass it Yeah, yeah, alright I, I think I know where it is And on the other hand Is it again hell Uh, gas station You can get a green card Water may be a fuse Okay Gas station Ah, here Yeah, that's on the way We can check it Uh, water is one fuse One blue card Yo, ayua Schlaf gut Danke, dass du da warst Gute Nacht Tankstelle beruhigende green card Ja, okay So I do need a green card, right Not a blue card Uh, you get the blue from harbor Ah, alright, alright Yeah, that's good We can use it tomorrow So One of my teammates He's like He's He's really grinding rust Uh, like Probably Like a lot of you guys Uh, with thousands of arrows in it Uh And he's basically The guy who Uh, tells us everything About everything When we got a question About anything In the game Um He probably Can talk Uh, tell us everything Are you going to stream tomorrow? Yeah I will I will go Uh I will I will be streaming tomorrow again Um Uh Maybe a little bit earlier Like Uh Than today Um So I think The latest I will go Online Would be A 16 PM Here in Germany Um So I don't know What the time is for you Like Around 12 hours ago Like Almost 13 or 14 hours Okay There's a card Uh Maybe a fuse Somewhere here Uh I boot I boot Lexa Please Write in English In German I'm sorry I can't Can't understand It Du kannst da auch runter Ja, das hab ich schon mal gesehen Das ist diese Höhle Ich glaube, dass ich keine Fuse dran habe Fuse kann auch am Hafen liegen Wir haben auf jeden Fall eine Fuse zu Hause Ich fahr glaube ich kurz nach Hause Oh Da war so ein Da war auch so ein Computer dabei Hey Bruna Ja, you forgot the green box Ja Ah, sorry I got it Wait I missed another one Did I miss another one Wait 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 It's outside Oh There's one In the card room Ah Alright 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 Ah Alright Alright Okay A roof as well Okay Wait Hold Oh There's a fuse Nice Perfect Okay Where do I get on Ah Wait I can't I thought I could Clamp them How do I get up there Go to harbor Yeah That he had a yellow ladder inside the room Yeah But it's probably Like not Really great loot up there Right Let's go to the harbor Okay Neben dem Cartoon Der hinterraum Da ist ein Aufgang Ah Alles klar Im Cardroom Auch noch Okay Erstmal Schredder in die Fuse Ja genau Sometimes Military Crates Up there Okay Alright Ich rede jetzt so viel gerade im Englisch, weil einfach sehr, sehr viel internationales Publikum gerade da ist. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Das nächste Mal, keine Bange, da wird wahrscheinlich alles wieder sehr deutsch ablaufen. Go to the Red Roof Bank. Bin ein Stück sauer. Das dachte ich mir schon schweizig. Great accent, uh, thank you, oh, thank you. So, sometimes I'm missing some words, um, but yeah, it's, uh, since, like, Corona, there's not really, there are not really much possibilities for me to speak English, uh, with other people. Um, so, basically I'm just watching some films or series in English, uh, that's where I get my, uh, vocabulary. Uh, I have to go to bed now, have a good rest of your stream. Wipe, thank you so much for watching, uh, and thank you for your kind words, uh, have a great, have a great night. Uh, is English an easy language to learn? Yeah, yeah, it is. Uh, so, in Germany, like, every, every child learns English from, I guess, if you're, like, 12 or 13 years old, you learn English, you start to learn English. Uh, probably a lot of kids, uh, learn it even earlier. Um, so, it's, it's not hard to learn. Okay, I'm too fat. Aber ich fühle mich beleidigt, wenn du auch mal meine Sprache sprichst. Aber du fühlst dich dann, okay, wait, we need a fuse, probably where the cable is going, right? Ah, ja, weh. Okay. So, now we gotta turn it on. Uh, wait, did I turn it on? Oh, wait, did I have to press the button? Oh, yeah. I'm so smart. I'm so smart. Okay. Uh, ah. Nice. Nice, nice, nice. Okay, we got a blue card. Thanks, crap. And someone is having a good life here. With all that toilet paper. It's probably worth more, uh, than me. Uh, if you think back at the beginning of Corona, everybody wants, like, some toilet paper. Uh, okay, uh, so, if there are anything else to loot here. Uh, some important, uh, parts of the harbor, I gotta loot. Uh, there are no crates, uh, okay. Okay, I guess the other one is probably similar. War das jetzt ja oder nein, versetzt auf Schweizerdeutsch? Äh, ich hab, ich hab, ich hab, ich musste erstmal rausfinden, was für eine Sprache. Äh, jetzt weiß ich's anscheinend, dass es Schweizerdeutsch ist. Ähm, okay, there's nothing here. Aber ich, ich weiß nicht. Da, das ist, das ist sehr, sehr schwer, glaub ich. Okay, uh, recycler's to your right, next platform. Over there. Yeah, I'm not even sure if I need it right now. This one in the supermarket, uh, close to our base. But, let's go over here. Ah, there it is, yeah, okay. Yeah, I got some stuff, but I think I will do it later, tomorrow. But, no, I know it. The container? Which container? It's hard, it's so hard to tell, uh, which like, which things you can go into, which are open, which are closed. Uh, sometimes there are doors you can open. With some random levers. I never see. Alright. Uh, the FE puzzle is cool, but there are three scientists there, normally. Yeah, I get that's, to be honest, not a problem. Um, for my shooting skills. Do you know why Rust didn't give drops to any American streamers? Uh, so, the drops you can get here, um, they are part of a, of a German event. Uh, it's called Rust-Platz. Uh, so, this is why, uh, they are exclusively, um, for German streamers. Um, it's a cooperation, uh, with Twitch, uh, FacePunch, RocketBeansTV, and Wondra. Uh, two pretty big, uh, German, uh, Twitch-Channel. Uh, that's why. Uh, irgendwann kannst du alles, uh, weißt du, was auf- und kaputt geht. Ja, vor allem auch mit diesen Keycarts und sowas. Ich hab nie gedacht, wofür die guter sind. Uh, jetzt, uh, verstehe ich, also, so langsam, äh, löst sich das Puzzle. Yeah, maybe I should go to the recycler. Uh, I'm sorry, uh, I speak enough in, uh, Spanish to understand the question, but I'm not able to, to talk Spanish. I'm sorry, Dickinson. So, please, uh, talk in German or in English. Uh, so I can understand you. Um, actually, I had some, uh, Spanish lessons, uh, when I was in school, like, for, uh, three years. But, I'm completely honest, I don't know anything anymore. I forgot everything. Uh, to be honest, I never really learned a lot of Spanish in the three years. um, yeah. It's only a question, Dickinson, please don't, uh, take it in a bad manner. Um, we are deleting, uh, the questions in different languages. I can't speak, uh, because sometimes we don't know what people are writing. If it's bad stuff, um, or if it's alright. So, we are just, uh, deleting them. Hey, Swiss. Hey, Gojo. Gojo. Okay, I think we got the most loot from here. I think it's fine. We got the card. We got some loot. We got the blue card. We can use tomorrow. So, I think we can go back. You can go back to it. You can go back to it. It's not a mess of loot. That's what I've noticed. It's basically more or less just for the blue card, or? Have you the night streamed? Yeah, I started at 16. I started at 16. I started at 16. Pipiwasser. Good name. Okay, where would I use the blue card? Just, like, just, if there, just if there would be more time, I would stream. Uh, Flugplatz. water treatment, uh, Flugplatz. Okay, I mean, the water treatment is, like, right around our corner. Train yard. One fuse, one blue card for water treatment. Lots of food. Yeah, lots of loot. Not food, yeah. Ah, die, die Fuse. Ja, ich habe eine Zuhause auf jeden Fall. Äh, hallo, Praktikant Werner hier? Hallo? Hallo? Leben Sie noch? Sind Sie noch wach? Ja, mir geht's gut. Und Ihnen? Leben Sie noch? Ja, kann man vorbeikommen auf ein Abenteuer? Auf ein Zocker dieses Abenteuer? Ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt wahrscheinlich noch eine kleine Sache machen bei mir in der Nähe und ich glaube, dann ist bei mir auch her, Schlafenszeit. Vielleicht ganz viel Milch oder Wasser trinken oder so. Ich glaube, da kannst du dann gar nichts mehr schlafen, wenn ich dir was vorsinge. Äh, 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 ich glaube, ich kann nicht mal beim Reden einen Ton halten. Äh, kann ich mal lieber Sandmann-Sing? Ähm, aah, also, ich, ich kümmere mich erstmal noch mal kurz um meine Sachen, die ich noch machen muss und ich rufe dann nochmal an, ja? Okay. Okay. Aber nicht an Lügen, ne? Ne, 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 ich rufe dann nochmal an. Okay, ich rufe dann gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, so, this was another, uh, streamer. Äh, she's obviously, like, playing. Um, maybe young, sweet girl, uh, who wants some chocolate. and get a, get a good night song from me. So, uh, but first we're gonna do the water treatment. Uh, get another fuse. Uh, and maybe if we go to water treatment, we can get another car from, uh, the north. Come on. Okay, so, water treatment. So, is it like green, blue, red? If there, are there other cards after red cards? Or is like red card the best card? Okay, ich guck jetzt noch mal ganz kurz in meinem dummen Telefonbuch, ob ich Suki finde. Guck mal, bitte jetzt hier mit. Kann ja nicht wahr sein, dass Suki hier keine Telefonnummer hat. vorher räumst du deine Taschen auf. Ja, ja, okay, okay, okay. Alter, die haben einfach, die haben keine Nummer. Ich muss doch noch mal vorbeifahren. Vielleicht, vielleicht bastel ich hier einfach gleich ein Auto. Ich muss hier mal ihren Namen verraten. Ah, ja, 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 ich erinnere mich, dass sie da was gesagt hat, aber ich weiß nicht mehr, was. Was gezeichnet. Wo haben wir denn Springs und so was? Was ist das hier nicht so, na, ich dachte. Ähm. Er ist im Telefonbuch ganz anders. Wieso denn? da weiß auch niemand, wer sie anrufen soll? Wieso habe ich so viele Boden? Ah, wait, you can, ah, you can, you can use a card like two times, ah, right. why are they all only playing PVE? so, so, we are mostly playing roleplay, we are playing some PVE and some PVP sometimes, um, you need a few, thank you so much. um, 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 but yeah, indeed, there isn't a lot of PVP, um, it's mostly roleplay, here. Uh, we, fuses, we got them back here. um, so, um, so, maybe we prepare, yeah, let's prepare a car for our customer. Oh, wait, no, 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 we do it later. Or we will ask her what car she wants. This is high long, this is, um, oh, it's very good. You need a fuse and a card. Yeah, I do have a blue card and a fuse. So, this should be fine. So, now we go, uh, put some more crude oil in it and stack it in a smarter way. Okay. Now we have two stacks, but we haven't any wood anymore. Okay. Nimm Shopee mit. Shopee, 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 Shopee. Ich glaube, ich habe gar keine Schuhe hier. Ich glaube, ich habe gerade alle weggegessen, to be honest. Da ist keine Locked Crate gerade, oder? Schau mal auf der Karte. Nee. Wäre das gut oder schlecht? Warte mal, bringt mir das nur was, wenn da eine Locked Crate ist? Mit der, mit der Keycard? Warte, die Dame. Ah, ja, ich glaube, ich gucke mal kurz. Ich glaube, wir haben nichts mehr Dame. How are the enemies? I remember Halloween, they spawned in Zombies. They were powerful. Uh, I guess here are just, like, pigs, wolves, uh, and some scientists. Uh, we'll shoot at you. Hallo, Werner, pack die Kante. Hallo, ist jemand? Ist das ein Klingelstreich? Das ist aber nicht sehr witzig. Ich kling jetzt auf. Oder sie sagen was. Mie zu schwein. Okay, ich glaube, ich bin pranked. Ähm. Äh, äh. I don't think we have any more chocolate here. Werner, Praktikant. Werner, Praktikant hier? Hallo. Ah, hallo. Hier spricht die süße, erwachsene Schale. Kann ich Ihnen einen Gute-Nacht-Song singen? Oh, Sie möchten mir einen Gute-Nacht-Song singen? Ja, ich habe gerade mir die Schoki eingeworfen und jetzt bin ich hier ein bisschen gewachsen. Aha. Auch an Erfahrungen. Ähm. Und an Erlebnissen. Äh, wie viel, wie viel Zeit haben Sie denn noch? Ja, also, ja, solange wir Sie Zeit haben. Wie lange denn? Äh, also ich müsste jetzt erstmal nochmal, also ich müsste mal kurz wohin und was machen und dann hätte ich nochmal Zeit. Aber vielleicht auch nur kurz, aber es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay. Weil ich muss hier, ich muss hier noch Autos besorgen für meinen Chef. Kannst du mir eine Zeit? Kannst du mir, äh, können Sie mir eine Zeit nennen? Mmh, also ich denke mal so, also ich denke mal so 20 Minuten oder eine halbe Stunde wird es bestimmt noch dauern. Okay, dann ruf ich nochmal an, ne? Ja, okay. Auch wenn wir, dass die Schoki da nicht nach, äh, nachlässt. Oh. Ja, hoffentlich nicht. Okay. Okay, bis später. 30 Minuten. Okay. Pirofen, hey. Nimm sie einfach mit. Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt da Lust drauf hat, mit mir hier rumzufu- beziehungsweise ich will auch außerdem hinlaufen, äh, weil ich noch das Auto holen will. Ich weiß nicht, ob sie da, äh, ich weiß nicht, ob sie da, warte mal, was ist denn jetzt? Das Auto? Wait. Oh. Ähm. Ja, also, ja, das ist jetzt halt, das ist halt einfach gerade so eine, das ist einfach keine, keine RP Situationsstimmungsdinge, das was ich halt einfach gerade nebenbei mache. Und mir gefällt, mir gefällt es auch einfach gerade ganz gut, dass ich einfach viel mit dem Chat auch quatschen kann, weil ich den ganzen Tag eigentlich nicht mit dem Chat gequatscht hab. Wie lange will ich streamen für? Ähm, so, ich würde probably, ähm, stream, okay, an hour ago, ich sag, ich würde einfach nur halve an hour, äh, so, jetzt würde ich sagen, ähm, Maximum an hour, Maximum. Ähm, so, ich bin schon schon streaming für, ich denke, 14h jetzt, so, ich glaube, es wird nicht mehr länger als das. Ähm, so, okay, back to business, ähm, ich kann meine Blue Card und die Water Treatment mit Abuse, right? Uh, there doesn't have to be a Locked Crater or anything. All right, all right. Okay, I will, uh, afterwards, I will try to find another streamer in the context book, and we'll get her, her car. I hope so, at least. Okay, but just to let you know, you've been streaming for seven hours and 22 minutes. Yeah, I had a, I had a disconnection, because I'm below my desk, there are the power switches for my streaming PC and some, there are a lot of power switches and like seven hours ago and 22 minutes, I hit a power switch and it turned my PC off, so the stream went offline and it doesn't count anymore. That's 14 hours. Okay, so this building I already learned. Thanks to my colleagues. Hydrate. Yeah. Ah, oh my god. Did I just found the fuse? I'm so smart. I didn't even know that. I just went there to look. It's inside it. So, there is gonna, probably gonna be there, there's gonna be a cable somewhere. Ah, yeah, there it is. And I probably just gotta follow the cable to get to the cart. I just follow the cable when I will get there. Yeah. Because the fuse is burning. Yeah, that was a very fresh fuse. Yeah, definitely. Wait, I'm gonna be able to get to the cable? Oh god. Oh god. Where do I have to go? Where do I have to go? Wait. No way. Really? Come on. I mean, I, 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 the fuse popped out. I mean, I wasn't like, really slow. I mean, I wasn't super fast, but, the monuments are on cycles, all right. Yeah, so, do I have, wait, do I need another fuse now? It should be on the floor. Okay, I checked if there's another fuse. Okay. wait, there's one. Okay. Okay, okay, let's go. Run, 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 run. Run, 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 max adventure time. Ja, auf jeden, auf jeden, Mango. Ein bisschen, wie man vielleicht sehen kann. Card is ready. Ah, we did it. We did it. Okay. So, there is a red card, right? Nice. Uh... Ah, ah, yeah. Uh... I don't think I see it. Hmm... Do I need a concrete barrier for anything or a ladder? Not really, I guess. Wait. Yeah, there's a switch, right? Uh, there's a jump maze too there if you're good at jumping. So, I don't think I'm good at jumping. Um... But I think we can try. I mean, it's not too high here. Would I die if I fall? I don't think I need a ladder. Um... It takes about 40 to 60 damage of any fall. Yeah, okay. So, we got like four, uh, injury... Wait, injections? Syringe! Yeah, medical syringe. That's what I mean. So, I guess we would survive it. Yeah, so let's try. Okay. We try the, uh, jump puzzle. Then, we get the car from the north. Then, uh... I will talk to the owner of the restaurant for the car. And then, I will call the girl that just called us for a good night. Yeah, I'm not sure. Superbite, I think we got enough weapons. Uh... And my teammate that's good enough in creating, like, an AK rifle. And I myself got an M39. I think weapons aren't really a problem. Have we got the materials? Okay, uh... Uh... Okay, this could be the jumping pummel? Or, like, back there. Mm-hmm-hmm. Okay, let me take one scrunch. Straight back. Go ahead, right. Ah, yeah, okay. Okay. So... There's a ladder. But it goes nowhere, I think. That's great. Another crate. Um... I mean, let's... Let me... Let me check it. Let's... Is this a jumping puzzle? Probably, yeah. Okay. Nothing there. So, where do you all come from? Uh... Just write in the chat. Okay. I never... Oh. Florida. Nice. Oh, we got some chocolate. Uh... Don't really need the water. And another fuse. Uh... I think we got enough cable. Florida. Hawaii. Hawaii. Oh, my God. I wish... I will be able... Someday to... Travel to Hawaii. Hawaii. Or... Just to... To North America. To USA. That would be great. Okay. Where... Where is it starting? Ha. Düsseldorf. 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 We can do that. Okay. Okay. Uh... Uh... Yeah. Yo, cut. Germany. Nordrhein-Westfalen. Uh... North Carolina. Nice. Goddammit! Oh, holy moly. Okay. That's... That takes a lot of damage. Jesus Christ. Uh... Okay, okay, okay. Now... I gotta concentrate. I gotta concentrate. So, should I just go to the edge, and then jump straight forward, or should I take some... Uh... Some... Some sprinting time. A duck to the edge. Okay. Like this, and then jump. Osnabrück. Uh... Um... It's people not... Not for... Not for long now. Like an hour. Spring and jump, bro. Okay, Rubens. I'm sorry. I'm just fishing for tips here. So I can say, like... The fold from the chat, not mine. Look up. Ah. Ah. Okay, okay, okay. Okay. Is this even possible? Not for me. Not for me. Um... Yeah, I think I can, like, fall two times. Then we probably have to go back. You did the hardest part, yeah. Uh... The next one looks some... Like a little bit hard to me, to be honest. Oh. Okay. I landed quite softly this time. I used a hilly to get up there. Yeah, okay. I mean, we got a hilly on the base, to be honest. But, I mean, at least one time you get to do it, like you're supposed to do it. There's a thing about the second one. Yeah, yeah. So I... I get to jump there, like, not... Okay, and that wasn't the smartest move. Um... Yeah... I think I will survive one more, maybe. Uh, how much more will you stream? Like, just an hour. Pile a cat. Don't jump to the middle. To the edge, or... Up to the left, or to the right? Well... Good that there's a bandage. Um... It was just waiting. Oh. Maybe it can heal up again. Oh, no. Okay. Oh, wait. Ah! Okay, okay, okay. Let's go. You gotta kind of jump around it. Alright. Yeah, I'm sorry. So, if you didn't notice by now, I'm completely newbie on this game. So, that's the first time. I try in this jump puzzle, and I never really did any... any jumping puzzles before. Just the one in the dome. Oh, yeah. Yeah. We were all there once. Yeah, too. True, true. Been playing for three years, and I've never made it. Ah! How do I get the Tommy skin from the event? I'm not sure... Is there a gun skin? From the drops? Crouch jump. Color TV, I think. I think I tried it again like the last time. Yes. Okay, 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 okay. Okay, okay. Should I jump like there? So it's... lower? Or should I jump there? Wait, there's... Should I go over there? Or just in the middle? Jump normally. Middle. Jump towards the middle. Okay, 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 okay. We got it. We got it. Let's go. Yes. Ah! Okay, come on. Just concentrate. Okay. Then jump on this, and up. Right? Yeah. Okay, okay, okay. Don't fall. Oh, Jesus Christ. Yeah, we did it! With the last attempt. Ah-ha! Nice. Ah-ha-ha-ha! And we get a leather head. Nice. And an SMG body. Ah... Yeah, I don't need water. I don't need that one. Okay. Ooh! I dropped tuna candy. That's even better. Ah, there was a big leather, right? Somewhere. Where I could get down, yeah. I've never done this in my 1,000 hours of playing. I always fall. Yeah, I think, I mean, sometimes it's much easier if you have some people in the chat that can help you. I mean, the last... just now, I just asked the chat where to jump and what to look for. And I think these are small tips that will help you to do it probably the next time you try it as well. Use space to climb down letters faster. All right. Okay. I think I will take all of these things home with the car, yeah. Tap it. All right. recommendation only up to there when you see more than three military boxes. All right, yeah. Yeah, you can check it from the other towers, right? Would you recommend just to do a dome if you irgendwann P4P talk to you? I always second guess myself and my hands get so sweaty. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I feel that one. For sure the sweaty hands. You don't want to be climbing slow when someone's shitting at you. Yeah, it's so now almost nobody is on the server left. So that's not the problem. And just as I say, it's not a lot of P4P here. Is it Battle Royale? Venus of Monherlchen? No. It's more survival on the server. So we will get another car from back here. I spotted earlier. And then we will go back to the base. So if you... I'm not sure what you want to tell me with that. Maybe... Maybe your cat is on your keyboard or something like that. I would feel that. Oh. Okay. Got this car. Yo, Sonolan. Good morning, Elichen. Kill the chicken. No. No, I leave the chicken. I leave the chicken. I was there like... Wait. Can I get something good from the chicken? We leave the chicken alone today. Food, but you have to... Yeah, okay. But we got enough food back in the base. Who else here for the drops? Probably some people. Like one or two, I guess, are here for the drops. Maybe some more. Yeah, I don't crash. Yeah, I will drive carefully. Those damn things chase me all the time. That's why I said kill chicken. so you got some some bad memories with the chickens. In the city can I use the skins on the console nutzen? Oh, das kann ich dir nix sagen, aber bestimmt. Da standen eben... In der Stadt standen eben zwei. Okay, I think my boss will be proud tomorrow. I think they will be really, really proud for the cost. I got them. I will probably don't get any paychecks. I have links hinter dem Fahrzeug um dass du einen Schnecker gemacht hast. Okay, ich werde sowieso gleich nochmal vorbei. Okay, warte mal. So, for the last time now, I will check my contacts, my directory and check every name who could be the one that wants to get a car. Okay, Tommy Thunder weiß ich ja, ist G. Money, Jingle Brian, nein. Jacqueline, nein. Kroll, nein. Wanda, nein. Cherry, nein. Giggles, nein. Schamane, nein. Anwälte, nein. Nein, 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 nein. Hä? Das war doch nicht schon die ganze Zeit da. Hallo, ist da jemand? Ja. Praktikant Werner hier von Rust Custom Custom Shops. Ich rufe nochmal an wegen Ihrem Auto. Haben Sie da noch Interesse? Ja. Können Sie das Bühne nochmal wiederholen? Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich glaube, da war eine kleine Störung. Ich habe absolut nicht verstanden. Ich habe auch nicht mal einen Hauch eine Ahnung, was da gesagt wurde. Beziehungsweise gesungen wurde. Au, au, au! Gott damn it! Ich rieche in diese Spike-Tridge wie jedes Mal ich da gehe. Ich rieche in diese fucking Spike-Trips. Äh, I'm... Will she come here? Ja, better spikes are not a landmark. Schießt ja einfach kaputt. Ja, aber mittlerweile ist es irgendwie auch halt schon so ein Running-Gag geworden, ne? Das war halt auch Sagen. So, ein bisschen was nehme ich mit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihr jetzt ein Auto vorbeibringen soll. Hey Potato, good night. Thank you for watching. Äh, ich habe absolut gar keinen Plan. Okay, wir haben noch die rote Karte. Ich mache die rote Karte mal hier rein. Springs. Metall habe ich noch. Jo, Blut, moin, Herrlichen. Guten Abend. Oder gute Nacht. Oder guten Morgen. Suki geht gerade auf und singt ein Schlaflied. Ach so! Alles klar, alles klar. Okay, okay, okay. Ähm, das habe ich natürlich hundertprozentig verstanden. Ich finde es aber nice, dass die kurze Ziele vorgegangen ist. Äh, das finde ich sehr schön. So. Äh, ach scheiße, ich habe ein Wasserkanne da. Blaue Karte mal hier noch hier rein. Ähm, und Bandage. So. Hier wurde es komplett einfach erlaubt, dich mitbringen zu dürfen. Warte, was? Sonst fahr doch mit einem Auto da vorbei und fragt, ob es dir gut geht. Äh, ja, ja, aber gut. Alles gut. Dann hätte sie bestimmt gleich nochmal angerufen. Ähm, okay, ja, let me repair the car I will drive with. Äh, just to check if there are actually summer cars in the city. Äh, because if this is true, I will for sure get them. Come on here. Yo, moin, jöcherlichen. Wait. Wait. Okay. So. After watching Rustpats for 9 hours and I speak fluon German. Hey, two shoes, hey. And make me, hi. Yeah, yeah, I guess a lot of people are watching like German streamers at the moment. Wait. Did I took the parts out? Goddammit! Okay, maybe we will stream like... Okay. Okay. Thank you. Holy moly. Suki is better than Miko. So. Okay. Wie viele... Miku ist besser als Suki sehe ich hier. Miku ist besser als Suki. Okay. Es ist jetzt ein Fight in meinem Chat. Ähm. Herrliche, meine Lieben, ey. Vielen, 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 vielen Dank. Danke. Holy moly, ey. Ich lerne gerade hier Rust kennen mit meinem Chat. Ich lerne gerade ein bisschen dazu. Wir haben schon ein paar Jumping Puzzles gemacht und so. Ähm. Ey, moin Herrliche. Dankeschön für die ganzen Follows. Dankeschön für die unfassbar riesigen Rates. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm. Holy moly, ey. Boing. Suki. Dankeschön. Dankeschön für sechs Monate. Vielen, vielen Dank. Son is best away LS Superman. Ähm. Ja, ey. Ganz kurz zu mir. Ich bin, äh, ich bin zu und ich spiele auch auf dem Rust Platz. Ich bin Praktikant Werner. Ähm. Bei Rust Coast Custom. Wir bauen Autos. Boing. Und... Ähm. Warte, ich steck mal kurz aus. Und ja, wir haben unsere Werkstatt mittlerweile. Die ist richtig schön. Grimkul, Dankeschön auch für deinen Tier 1-Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und... Und, äh, ja. Holy moly, ey. Dankeschön für die ganzen Follows. Vielen, vielen Dank. Ähm. Ich bin unterwegs meistens mit Edo und mit dem guten Kay und Beam. Und... Ja, ich sag mal so. Ich hab jetzt hier gerade die letzten drei Stunden ungefähr hier Autos gesammelt. Äh. Damit wir hier morgen wieder unsere Flotte aufbauen können. Und schön Autos verkaufen können. Denn... Wir haben heute bestimmt vier, fünf Autos verkauft. Ähm. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh. Äh. Danke. Eura, Mara, The Queen. Und Dankeschön, iZero. Für die 100 Bits. Also... Ich will jetzt hier keinen großen Sellout hier ausschreien. Aber also, wenn ihr Lust habt, in den Zug hier einzusteigen. Äh. Dann könnt ihr euch ein Ticket kaufen. Mit einem Sub zum Beispiel. Boing. So ein Prime Sub oder so. Äh. Ja, ansonsten bei mir auf dem Kanal. Ähm. Gibt's tatsächlich weniger Games. Ab und zu spiel ich mal so ein bisschen Rimbled und so. Ähm. Oder andere. Äh. Kleinere Games. Aber meistens mach ich hier Musik-Content. Ähm. Also alle, die von Zuki kommen. Äh. Äh. Die haben natürlich absolut keinen Plan, was das ist. Musik. Ähm. Ich spiel Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und man kann sich bei mir Songs wünschen. Man kann sich bei mir Song-Requests wünschen. Und ich spiel euch dann die Songs auf Bass-Gitarre oder Schlagzeug. Und äh. Ja, es gibt ungefähr so 60.000 Songs, die man sich wünschen kann. Also wenn ihr irgendwie Bock habt auf Musik. Ähm. Auf ne Musik-Stream. Dann kommt gerne mal vorbei. Ich mach das meistens immer Donnerstags und Samstags. Ähm. Ähm. Ey. Wird mich freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut, euch einen Wunsch. Äh. Wenn euch einen Song wünscht. Denn äh. Es gibt nichts Geileres, als einfach die ganze Zeit neue geile Musik kennen zu lernen. Ähm. Das macht mir bei mir nämlich wirklich am meisten Spaß. Es gibt nämlich so viel Musik, die man bei mir requesten kann. Die ich noch nie gehört habe und nicht kenne. Äh. Und deswegen ist es einfach mega geil. Äh. Ja. Ansonsten. Äh. Ich werde jetzt hier noch kurz mal in die Stadt fahren. Eventuell habe ich hier einen anonymen Tipp bekommen, dass hier eventuell noch Autos sind. Äh. Wir gucken mal hier. Ähm. Ich weiß noch nicht, ob die Stadt hier gemeint ist. Das könnte ich mir aber fast nicht vorstellen. Es sei denn, hier sind wirklich nochmal frisch welche gespawnt. Äh. Dankeschön, der Hula. Vielen, vielen Dank. Ähm. Ja. Ehm. Dankeschön für die ganzen Follows. Wir haben heute übrigens auch bei mir die 10.000 Follower geknackt. Ähm. Ähm. Ja. Für mich, für mich als äh kleiner, kleiner Nischen-Streamer auf jeden Fall ein riesen Ding. Und Dankeschön, wie hier die ganzen Follows gerade rein prasseln. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh. Äh. Also auf zu den nächsten 10.000. Mal gucken. Ähm. Nicht in der Stadt, in der Spieler, sondern, äh, wo du Quer gefahren bist. Aber sicher, dass das, ähm, Autos waren, die ich fit machen konnte? Äh. Äh. I'm from Russia. Äh. America, hello. Hey, to Davi. Hey, hey. Luke Yaris. Dankeschön für den Sub. Danke für den Prime. Vielen Dank. Zu 95 Prozent. Okay. Dann, äh. Er müsste sich da noch mal hinhauen, tatsächlich. Hey, Fairy. Guten Morgen, Herr Lähchen. Okay. Äh. Justin Theory. Where could I use the red key card we just got? Ähm. Also wo kann ich noch die rote key card benutzen? Ich meine, ich sag mal so. Ich kann jetzt nicht einfach Feierabend machen. Das geht doch nicht. Hab kein Geld fürs Tuck-Ticket. Kann ich bei jemandem mitfahren? Ah, ist immer schwer. Äh. Launch oder All Rig? Äh. Das heißt, ich könnte quasi zur Launch-Zeit. Weil da ist doch eventuell auch so ein Panzer, oder? Ähm. 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 Das heißt, I write in English or in German. Ähm. I can't understand the other languages. I'm sorry. So your messages will get deleted. Äh. Large Oil. Ja gut, aber Large Oil ist, das ist problematisch alleine, oder? Also vor allem alleine als jemanden, der sich nie auskennt. Ähm. Macht Launch-Zeit Sinn noch dahin? Und ganz viel Platz im Inventar. Underwater-Lab. Yeah, I guess, Jason, I need a submarine for it. Zum Lernen immer. Panzer kann man umgehen. Beides finde ich allein hart, ja. Eurig. Eurig, das Puzzle auch nicht so easy. Also Eurig, ich sag mal so, das kleine Eurig würde ich mir sogar fast zutrauen, ehrlich gesagt. Äh. Da mit dem Boot. Warte, haben wir noch ein Boot? Können wir mit dem Boot hinfahren? Achso, äh, Launch-Zeit meine ich. Das Puzzle nicht so easy ist erstmal. Hm. Zu klein? Eurig? No subs needed. Bei der kleinen brauchst du ja auch ne Red Card. Ja, ne Red Card haben wir ja schon. Äh, ne, ne Red Card haben wir ja. Die haben wir ja schon gerade eben gesammelt quasi. Yo, der Hula. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich geh mal wieder. Bin gerade von der Nachtschicht daheim, aber schönen Abend allen noch. Schlaf gut, der Hula. Danke, dass du da warst. Ähm. No subs needed. Von der Waterlabs. Ja, ich denke. Äh, so. I'm a newbie in Rust. So. Ja. I probably will take something easier. Uh, Launch-Zeit is a puzzle to get in and out. Okay. Okay. Should I go to Launch-Zeit or to the Aurig? Uh, you can decide now. Like. I'm probably bad in both. Aurig. 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 Okay. Okay. Rig will be more fun. Yeah, okay. Uh. So we go. To the Aurig. That's not good. No, 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 no. Um. Okay. Uh. Take all three cards to Aurig. Get blue card too. Alright. There was an alle drei card, aber kind of used. Okay. 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 We can do this. Mit dem Chat-Shap mir das. Okay. Wait. Do I have a green card? Wait. Do I have a green card? Wait. Do I have a green card? Yeah. Uh. Some more ammunition. Uh. I don't need the car parts. Uh. I don't need the water. Uh. I don't need the water. Hmm. Hmm. Go large. I could go there with the helicopter. Uh. But I think the small one is enough for me for now. So it's my first Aurig I do ever. Uh. Alone. Normally I got someone with me. Uh. And like he's doing everything. I'm just there and shooting some people. So. Uh. Stoff und Spritzen mitnehmen. Uh. Yeah. Ich glaube ich, wir müssen uns kurz ein paar Bandagen. Ah. Die ist klar. Der ist der Mock-Arzt. Okay. Kannst du den Hammer hinlegen? Fuses? Do I need fuses? Or do I don't need fuses? Someone said I don't need one. So I'll take some. Okay, okay. One fuse in small for two military crates. Alright. So. I will take two if something goes wrong. And I just take every card with me. Hast du denn eine Sniper um die? Ah, yeah. I can take a Sniper with me as well. Yeah. Du willst jetzt zum Kleinoil, oder? Dann brauchst du keine Fuse und keine Green Card. Nur Blue und Red. Ich nehm einfach alles mit, dann kann ich schief gehen. Yo Sunny, schlaf gut. Gute Nacht. Danke, dass du da warst. Okay, I guess this is fine, right? We get some food. Uh, you get at least some bandages. Uh, syringes and a MedPad. So. I don't think anything can stop us. Um, cleaver? Ah, yeah, 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 shit. Yeah. Dude, just try the crates. More clone. Yeah, don't forget the low-grade view. Oh, I have. Okay, where's the car? Uh, I think we have some more. My, 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 my. Yeah. Okay. Okay. Okay, alles klar. so yeah i think that looks good it feels like i have too much with me so i can't take any loot anymore but i guess it will work we can just throw away some mats if needed okay uh let's go uh is my weapon fine so it's a below half wait maybe i can repair it i think i should repair it yeah it's fine yeah you never know so let me repair it once okay let's go nimm die ach ich bin nicht zufrieden mit der waffe eigentlich ich bin acht da vorne auch schon okay no wait oh yeah i can put jeez turn it off yeah yeah wait i can hold in it's just a second and we are ready to go how can i switch seats by the way x okay yo yushindo minerlichen und dreamsmasher minerlichen abots du hast ja richtig was zu tun hier heute noch wer hätte das gedacht und schiebt das boot zum schiff ja du musst motor aus sonst fährt es weg warte warte das fährt alleine weg wirklich jetzt warte ne 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 ich bin mit dem ne 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 das passt party ich bin mit dem boot schon vorhin hier durchgefahren das geht schon boot kann okay gut ich meine ich es hätte so ein bisschen gepasst wenn das jetzt passiert gewesen wäre das das glück gemeint ist dort ist Hey Dima, please write in English or in German, if it's possible, so I can understand you. Okay, that's but then really the last thing we're going to do. Very sure. Okay, we need to be smart, Chad. We need to be smart. I'm not sure what you're going to do. I'm not sure what you're going to do. Yo Brian, hello. Good. Thank you for the follow. So is there one in the bottom? There's none, right? Oh God, Jesus Christ! Okay, there's one. I was like, yeah, there's none. I'm fine. Oh God! Jesus! Can you wait a second, please? This would be really, really great. If you give me a second... Okay, I ate the med pack. Fuck it. Okay. 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 So can I join your, uh, Aurrig now, please? Would be great. You do less damage. Alright. So they're coming. Okay. Uh, that's what I meant with the sniper. Yeah, I got one. So should I snipe them? Ah, yeah. Wir wollen jetzt hier auch nicht... Wir sind ja schon krass. But people can hear you way more, yeah? I think that's not a problem. Ah, yeah. The small front. Ah. Uh oh. Oh, I thought there maybe would be one shot. Okay, okay. One after another. We can do this. You got it, hey. Uh, is another one coming here? Are there heavies on top? By the way? Okay, go. By the way? Uh oh. Uh oh. Okay, last one. I think it's clear, the next one. Well, this actually means there are more. Yeah, yeah, I will do some. Okay, okay, okay. How are these men going to kill the heavies? I'm probably going to shoot them in the head. I mean, I'll probably try. This is small, yeah, it's small oil. I thought maybe it wouldn't be too smart to go to the big one the first time alone. Yo, Pilla, my Lichin. Wait, where is she? Oh, shit. Probably, I will do the small oil rig, the nose, and then... I'm just... No, 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 no! Okay, I should concentrate much more. Uh, how do I claim stuff? Just by watching and connecting your account. Okay, I need to be smart now. Hey, Sambaron, good night. Thank you for watching. Gleich bist du tot. Never. Uh, it would just show up in my inventory. So, did you connect, uh, like, your accounts? Uh, the Face Punch account? Okay, where the fuck are they? I don't want to run into one... Oh my god! I don't got my armor on me. That's why I'm, uh, taking so fucking heavy shots. I'm so stupid. I forgot to switch my clothes back. That's why I take so much damage. Okay. Eh, hallo, Praktikan Werner hier. Hallo, ich hatte bei dir angerufen. Äh, ja, hi. Äh, könntest du mir auch, äh, könntest du mir auch per Telefon singen? Äh, das ist gerade ganz schlecht, tatsächlich. Äh, das ist schwierig, ich hab keine Musik dann. Äh, äh, kannst du das nicht auch über das Telefon schicken? Also, ich bin hier gerade... Gute Nacht, Musik. Äh, hier sind gerade Wissenschaftler um mich rum und so und die wollen mir in den Kragen. Oh no. Ja, okay, dann... Mach die weg. Und... Äh, äh, äh... Oh Gott, die Schokolade ist da. Äh, ähm... Und dann sing ich hier rüber. Okay. Okay, okay, okay. Oh, ich lass schön ein bei den Wissenschaftlern. Okay. Ähm... Ja, ja, äh, okay. Ähm, die nächste Zeit, ich denke über meine Armour, als wäre es meine Guns und meine Mad Kids. Okay. Okay, okay. 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 Okay, I think they're the only ones left on the top floor. Hmm. If they're common to see many hours of streams I watch, I'm not sure. Oh, hier geht meine Lichter. Oh, geil, noch ein Mad Kid, ey. Ich darf das auf keinen Fall wasten, ey. Das Mad Kid darf ich auf keinen Fall wasten. Hallo, Praktikant Werner hier. Ich bin aufgelegt. Wie bitte? Nochmal. Ah, hallo. Ich hab auszusehen. Ich hab auszusehen. Okay, jetzt, jetzt singe ich dir einen Song, aber nicht einschlafen, ne? Der ist nachher. Ja, okay. Die letzten Staffle dürfen dich nicht bekommen. Ähm, ich hoffe das klingt, also ich hoffe das wird gut klingen. Mal gucken. Weil über das Telefon ist immer die, die Verbindung so ein bisschen schlechter. Aber es passt schon. Hau raus. Ja. Egal. Zuckersüß. Retro. Retro. Ich hab mich schon mal bereit. Äh. Du hast nur eine Minute ungefähr, sonst ist die Zeit aus. Warte, muss ich was sagen? Warte, muss ich was sagen? Das ist ja mega. Oh mein Gott, das ist... Ey, das ist Pocahontas, ja. Ah, nein, jetzt direkt, dass es los ging, ist es ausgegangen. Ah. Mach einfach weiter. Du hast immer nur zwei Minuten Zeit, dann ist immer... Das Kleingeldt alle. Okay. Okay, wir sind... Wir sind... Wir sind... Ja, es ist eine kurze Pause, um mich zu spüren. Ich glaube, sie wird wiederholen, wahrscheinlich. Uh, noch einmal. Und... Und... Dann sind wir fertig. Und ich werde alle Wissenschaftler töten. Hehehe. So. Okay. Hier ist es. Okay, leg los, schnell. Hä? Ey, sorry. Mein Telefon ist kaputt. Das will ich nicht. Äh, ja, ja. Hast du denn deine Handyrechnung bezahlt? Ja, hau raus. Der ist aber schon richtig schön. Pocahontas. Was? Ich brauche Kameras? Hey Curly, man. Es... Ey Luther, meine Luther. Das ist so geil. Oh Gott, oh Gott. Es ist ungefähr... Also... Es ist ungefähr wie so... Telekom... Telekom Hotline. So die Qualität. Aber es ist mega gut, ey. Mega gut. Die kann einfach mega gut singen. Es ist wirklich super gut. Also selbst über das Handy hat man einfach... Hat man es einfach gehört. Curly, es war wie Pocahontas, wenn ihr von Disney kennt. Ich weiß, es war schwer zu differen, von der Qualität. Aber ihr könnt es hören. Okay. Okay. Diese miesen Schweine, ey. Okay. 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 Immer erst Blutungsstellen, ja. Ich glaube... Wir sind hier erst mal safe. Können wir bitte mehr Metz geben. Das wäre mega nice. Sag ihr bitte, dass es mega gut war. Es war mega gut. Es war mega gut. Yo Beverly, meine Liechen. Jo Wolfe, mein Herrlichchen. Okay. Wahrscheinlich sind wir in dem Raum da. Wirst du noch ein, ja? Erinnern mich immer auf mich, du Schweine, ne? Naja. Baktos. 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 Ja... Ja, ist, die Problem ist, ich vermute, dass ich mein Armour mit mit mir verrollen hab. So... Ja. Ich bin nicht sicher. Ich bin sicher nicht. Ich bin mir sicher, ob ich... How do I say goodnight in German? Gute Nacht Gute Nacht So How long are you gonna stream? Probably an hour Around an hour So Okay 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 I'm not sure if this is better or worse This is better or worse How are you? I'm fine Hey old Are you mixed? No Worse Okay Too slow it sucks Um Yeah should I retreat and get more armor Or should I just try it? The thing is I don't know If they just respawn Drop pumpkin seeds here Hello Hello How cool is that? You just need to hide So I think This one is a good spot Right? Is this a spot? Just do it It's not going to be any much harder Really Okay That crane Yeah So I hide behind it What if they go here And kill me Where do you kill them? Do you respawn ich bis Yeah there They don't So So I try to kill them Through The tiles here Or Do I just go like Bam 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 Jump up Okay They usually run below you Okay So should I stay there? Oh Here And then Where do I try To kill them? Just pick past That's a spot Okay So they will Probably be there Okay 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 Let's try it Wait I call I call them here Right? That's what I call them Begin hacking F1 grenades are very powerful Again Some because they stand groups 2 can kill Oh yeah I don't have anyone Any with me They don't stand groups So grenades Are not working anymore Alright I try I try Just for everyone Please Try to talk in English Or German So I can understand You and my moderators Too Okay So there They come Okay 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 Alright I get it That's Nice What's up Okay You It's You Okay, is there one more? Okay, just don't be risky, play it safe. Okay, I think we got them. I can't hear and see anyone anymore. So, I guess we are done. Nice! Thanks, Chad, for the help. Thank you so much. Without you, I would be dead for sure. Okay, so I will bring some loot. Okay, wait. I will bring some loot down to the boat. Then clear all of the crates. Oh. What's going on right now? For always. Back. This is the streamer's first time rusting. Yeah, so I just played rust for roleplay. So yeah, it's the first time that I'm on the oil rig alone. And we got the other key cards. So yeah, it's basically the first time I'm really rusting. Oh wait. Storage. Yeah. Wait, I need the fuse, right? Alright, so I'm gonna take a look now. That way, right? There's a lot of water. In the water, the water. There, there's some water. Wait, what do you need? Then, it's the water water. I'll try. I'm gonna try. so just so that you know i'm like live streaming now for uh wait um math is not my 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 strong side i think like 15 hours or 16 i just had a small disconnection like yeah eight hours ago okay there's some more barrels we can take that's some kind of record so uh someone raided me uh just like an hour ago um and she's like she's streaming oh wait oh did they wait did they came because of the drop or did they just respawn well uh did they respawn because i left the oil rig for the boat there's some other left there so is it heavy or is it just a scientist now they did get away oh holy moly there's one left jesus christ finish looting heavies yeah first i finished shooting heavies then i finished looting okay one always runs yeah there's always one scientist who sits here in the back there's always one heavy not in the group alter shana lichen eh shana vielen 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 dank für dein schönes gute nacht lied ich habe pocahontas sofort erkannt dass das zweite also das ganz am ende das war dann schwierig muss ich sagen aber pocahontas war einfach mega pocahontas war einfach mega vielen 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 dank für den riesen raiden dankeschön so um go raid uh so this one opens up right in seven minutes so i can take the loot um is there anything else i can do now like can i call it drop or something da war noch ein rifle body nimm dir die kiste ah jaja die maure und sitzuna mein herrlichen meine lieben eh danke dass ihr alle da seid herrlichen herrlichen call the drop wait for the counter raid okay what's what the counter raid and where can i call the drop okay yeah i don't need that many bandages anymore two more cases under you write a body in the military wait ah in the one below military and one medical jetzt nur noch kisten und scientists checken und macht das brot feuer voll something up here nope 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 und natürlich noch die kiste weswegen die grünen gekommen sind ja okay die geht ja dann auf ne ah ja die wo ich auch noch so what do i is there something up here so okay uh this one are useless i don't think i need this shotgun to be honest should i take them with me hmmm die db schon ganz nice ja aber ich glaube da haben wir da haben wir bestimmt was okay so there should be more of these uh diesel for you as well right die blaue person die hier ne die hier ne lexischen bautil kannst du auch wegwerden sind ein paar fragmente okay äh sind er links erlaubt äh satsuna also in der theorie ja aber ich ich schaue mir jetzt nicht nochmal extra den link an ähm also in der theorie habe ich damit kein problem aber ich hätte jetzt nicht nochmal extra reinschauen boing Darth copy gifted a tier one sub to the piano dragon underscore this is their first gift sub in the channel Darth dankeschön vielen vielen dank für den gifted sub an Ashana vielen vielen dank ey auch Ashana dein rap dann auch bei der bei der eröffnung des restaurants auch mega super cool gemacht ey das war echt sehr cool äh technik schraubt mitnehmen alter woin der elektro schraubt bringt scrap achso ich hatte gerade eben gelesen ich soll den wegschmeißen du hast gerade 100 scrap weggeworfen schubidubidu ah ja 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 das muss ich auch noch mitnehmen äh ja mein bester freund hat mir einen tag geholfen das aufzunehmen und das zu mixen ja eh super cool wirklich war mega das hat sich voll gelohnt der die arbeit reinzustecken okay okay i'm so sorry uh there's so many messages at the moment can't read them all um okay i can't stick them so what do i need i don't think i need this ammunition soon don't throw the tech thrash there was so much grab yeah 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 i'm i'm going back to to get them i'm already on my way die kleinen bauteile meinst du ja okay uh so where did i throw them away binoculars wasn't it close to the room wait hey wiped welcome back welcome back hey i'm so confused are they gone already wait upper level was it upper level yeah probably i'm so sorry maybe it's okay okay they should be here somewhere all the backseaters yeah but i'm really a newbie it's will so uh for me to be honest i i like backseating i like to get a help in games i just don't know i'm on an oil rig and i don't have a fucking clue what i'm doing here get the camera so it's fine for me as long as nobody tells me what i have to do but basic tips for the game are fine for me when i asked okay but where are the tech trash no need to be orange okay it's got to be somewhere here jesus christ this must be so frustrating for you to watch oh ah there it is we got it we got it easy peasy let me speak so i bring back down the loot i got now i think i go back up uh for the crate no need the red thing and the white thing uh red is this the red thing or this red thing it's like a deja vu every one of us have passed the stage like yeah thanks okay so but i'm still confused shouldn't be there like three barrels of the diesel fuel the green okay okay i can yeah i have some space in my boat i think so at least so oh yo narana halligchen goodmorgen goodmorgen mein gate wollte nicht starten und dann hab ich fast geheult wegen der schnitzeljagd dann kam ich rein und wollte so ein boot schieben das ist einfach losgefahren äh also ich sag mal so eventuell hat mich mein chat glücklicherweise gerade eben gewarnt und ich hab x ich hab's ignoriert und es ist aber alles gut gegangen es ist nicht ohne mich weggefahren okay okay this should be fine uh ah yeah yeah it's really yeah uh no need a little leather thingy in the boat okay i will i think i've got enough space now huh do i you get three of them on a big one i thought you will get like five of them on a big one and three on small one but okay uh again something i learned uh what's with the phone on the action bar yeah it's a server spec it's probably a mod so you can call people here like you have your contacts you have the numbers and the directory because it's an a role play heavy server we call a lot other people and call them what's up call them if want to do some things with you so yeah it's really important for for us okay so i have absolutely no clue if there's anything worth custom smg i think it's not bad uh shotgun sensor and armor double door okay i hear a lot of a mess in the chat you need the door it's a bath door um yeah i guess i guess um the door we already get cut some in our base uh yes yes mushy i'm a newbie i'm a real newbie um drop the laser yeah i mean i got space so should i drop it it's basically a trash crate yeah i mean i'm fine with it it's my first trash crate so that's okay um did i miss anything is there anything ah yeah i don't forget it for our peds maybe you so yeah maybe okay did i miss anything um can i go go back home all right all right we go back home so uh this was my first a small auric alone uh where i have to do uh everything on my own and i guess it worked out really nice uh wait wait ah where am i okay yo that's it moin hellichen yeah 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 there are probably not any like maybe one or two that are still online on the server yeah yeah close it but i just didn't saw where i would switch your sheet to so i just got up with the light you can hold h and go through the items on the side yeah maybe i will probably learn it one day how long were you still on the party uh my stuff there on the opening of the restaurant uh which server are you on uh makanimo hey um so i'm on a i'm on a um a dedicated server for the rust blood it's a german uh rust event so only streamer on the server and it's really role play heavy so we talk a lot with different people it's everybody got a backstory and so it's just for streamers and that's why you can get the drops uh in my streams and other streams uh who are on the server oh wait i need to go straight uh it's off server no no it's not offline um but so the the server is located in germany and only german stream are on the server so it's for me it's now 7 a.m and the most people are sleeping now uh what is your backstory so i'm a trainee at a car uh station so we repair cars and we sell cars i'm a trainee there and yeah i do all the work uh and i'm at fault for everything that happens that is wrong okay okay uh would like to have a little bit on a offpassen uh mit antichakai bitte 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 einfach ban also was ja danke uh why don't you make a car then so er imno uh we we did a lot of cars already today I can show you wait I will show you now Jesus Christ Where is it? Gefühle das 100 Autos zuwärme gebracht. Ja, auf jeden auf jeden Ja, ja, alles gut. Alles klar. Alles klar Have a great team. Thank you, Pumpkin. I think yeah, so these are all the cards. I just got in the last three hours we will repair them and Yeah, fix them and put in them the high-quality parts cars. So yeah, this is all a little car workshop here We got the garages. You will repair the cars and pick them Yeah, and this is our little showroom we can park the cars and show them to our customers. Yeah So Darf ich dir den Clip schicken mit dem Boom? Oh, das war nicht schlimm wenn ich Ich gucke mir vielleicht gleich noch ein paar Clips an. Ich weiß es aber nicht Aber in der Re... also du kannst es natürlich einfach reinschicken auch Ja, das ist gar kein Problem No wonder your boy's got a lot of cards, yeah Ah, das ist so... little Lager. Was heißt der Lager? So, you see we... we already got a lot of weapons My friend Kay got them. Probably the most of it Ah, das ist so... Ah, das ist so... Ah, das ist nicht wirklich ein Problem, Closalocker. Wir werden einfach wieder reparieren, wenn wir sie verkaufen. Um, und da sind so viele, dass wir sie nicht auf dem auf dem Lift haben. Wir werden einfach reparieren, wenn wir sie verkaufen. Okay, so... Of course This is a Workshop Where everything is really, really good Ordered And you never have to search anything Ah, so We will keep that up Okay, so... There... The sort of the items... Yeah, so these crates are sorted like... Most of them are quite well ordered... Sorted, like this... Ich denke, diese Krates sind eher die Trash-Krates, wo man einfach alles in die Krates und dann vielleicht, wenn man Zeit hat, wird man sie in diese Krates geben. Die sind Well-Sorded! Ah, okay, 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 ja. Ich denke, es könnte besser sein, aber ich glaube, es ist nicht das Schlimmste, die ich noch nie gesehen habe. Aber wir haben sie gerade heute, also, ja. Okay. Wer denn da aufgeräumt? Äh, Kay und ich haben vorhin aufgeräumt. Okay, lass mich alles aufgeräumt. So, ich bin ein bisschen confused, weil ich jetzt keine Karten brauchte. Ich bin nicht sicher, warum. Hat alles schon öffnet? Oder warum ich keine Karten brauchte? Ja, danke, Barbara, danke schön. Ja, danke, Barbara, danke schön. Also, wenn ihr, wenn ihr da Lust habt und, äh, dann, äh, immer gerne einfach diese Counts, äh, auf Twitch aufmelden. Die werden tatsächlich auch wirklich recht schnell, äh, und zügig gebannt dann. Okay, let's do the H thing. Yeah, nice. Okay, this is really great. Okay. Ähm. One thing gotta go. Binocular. Oh, wait. I just keep... Okay. Well, they are gone. Hold H, nice. You're Gimli, mein Hellchen. Äh, also, wenn ihr immer Lust habt, ey, dann reportet einfach solche, äh, Accounts. Auch wenn's oft nur die Troll-Accounts sind, äh, oder irgendwelche Multi-Accounts. Aber weg damit. Okay. Mhm, 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 mhm. Oh, look, we, we got quite a lot of, äh, tech trash already here. Schon wieder online oder immer nach, immer nach, immer nach? Hm. You can stack all of that. Yeah, I think he didn't stack it, so it's in one row and it's full. So, it looks great. I think this was his go to be. For sure. So, I think he did it on purpose. Okay. This one's not fitting there. Okay. Before I forget it the next time. Uh, okay. Okay, we don't have that much left, to be honest. Okay, we will stick with the suit for now. Okay, I think we got almost everything on the crates. Oh, wait, that's mine. Nice. All right, all right, all right, all right. Congrats on almost 8k views. Yeah, it's, uh, it's just insane. Um, I mean, thanks to the raids. Um, I would never be able to get these views alone. Uh, so, uh, thanks to all the people who raided me today. Uh, thank you really much. Almost 8k views, it's fucking insane. Okay, um, I guess we are done for today because I get to get up tomorrow, uh, and we'll be online again. Wait, what was this, uh, yeah, so this was our, like, this was the first shop we built. Um, yeah, but it's almost completely empty, uh, already. Just some basic loot here. So, yeah. Here we started, uh, and there we went. It's, uh, our shop now. Okay, guys, um, yeah, I think we are done for today. Uh, thank you so much for everyone, uh, who's watching. Uh, thank you for everyone who's watching for the drops as well. Uh, I really appreciate it. Um, yeah, I just, I'll say it one, one more time. Uh, my, my main content is music, uh, so I'm playing guitar, bass, and drums. Uh, if you want to listen to some music, um, uh, Thursday and Saturday, I will, uh, play guitar, bass, and drums. So, um, you're welcome, if you want to, uh, watch a little bit and listen to some music. Um, the next days, I will always, uh, also play Rust. Um, but it's probably more, uh, heavy with, uh, German and with roleplay than PvE and PvP. Uh, but I guess you will find a lot of other streamers, um, playing a lot of PvP and PvE. Will you play Rust tomorrow? Yeah, I will play Rust tomorrow as well. So, probably in, uh, around eight hours, I will be live again, playing Rust, and yeah. So, uh, this is it for today. I will be switching to German, uh, now again, uh, to say my German viewers farewell. So, uh, thank you very, very much for watching. Okay, um, das war's für uns, internationaler Publikum. Ey, vielen, vielen Dank, Wurz, dass du so lange da warst jetzt. Uh, ich hoffe, du musst morgen nicht so früh raus. Danke, uh, für den super Job, den du jetzt gemacht hast. Äh, weil, äh, ich glaube, so viel war noch nie los, und so viel mussten wir auch auf jeden Fall, äh, noch nie moderieren. Ähm, zumindest chatmäßig. Äh, vielen, vielen, vielen Dank. Uh, five more minutes and I get the drop. Okay, okay, come on, I will wait, uh, five more minutes, uh, in the game. Uh, I will just tell my people, uh, a good night, and I will wait five minutes for the drop. Uh, but then I'm offline. Okay. Ähm, danke natürlich an die riesigen Rates von, äh, Suki, von, äh, Shana, PianoDragon. Äh, ich liebe deine Haare, die Locken sind mega höchstens. Dankeschön, Shana. Ähm, von Kay, von, äh, Miko. Warte, Suki, Miko, Kay, Shana. Von Jiva. Ich hoffe, ich hab jetzt niemanden vergessen. Äh, Dankeschön für die ultra vielen Follows. Und danke einfach für die 10.000 Followers. Äh, auf dem Channel hier. Ähm, danke für die Subs und Bits und den ganzen Support heute. Einfach ins Leben echt. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, sind auch noch ein paar Ratsplitzer noch wieder online. Ja, kann ich mir vorstellen, BlackBit. Aber für mich ist heute auf jeden Fall, auf jeden Fall Schluss. Äh, Dankeschön, Levi. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, was war das Geld für mich heute? Ähm. So. Ähm, ähm, also ich glaube, jetzt gerade das Ende war für mich schon einfach mega geil. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht, das war jetzt nochmal was Besonderes, einfach mal allein und Ross loszuziehen und, äh, hier die Eurig zu machen und sowas. Das war schon sehr, sehr cool. Aber ich muss auch sagen, äh, als ich mit dem einen Dude einfach den Helikopter vom General geklaut hab, äh, das war auch sehr, sehr, sehr geil. Und allgemein auch die, die, der, die, der ganze Service, also wie wir Autos verkaufen haben, verkauft haben die ganze Zeit, das war mir schon mega. Äh, äh, hey, paxtiki, moin, helllichen. Äh, how long will you be on? Äh, Leoth, I'm, äh, I will be off now. Äh, so, I'm done for now. Warum muss ich arbeiten? Teddy, komm jetzt ran hier! Meine Schicht ist vorbei und du musst jetzt übernehmen hier. Also, pass auf, Teddy. Ähm, okay, warte, jetzt muss ich es dir nochmal zeigen, ja. Äh, pass auf. Äh, Teddy, also. Pass auf. Ich hab hier ein bisschen was rangekarrt. Äh, die ganzen Autos hier, die alle hier in einer Reihe sind. Ja, die musst du bitte einmal vom Rost entfreien. Äh, Rost befreien. Bitte einmal sauber machen. Äh, hier, die Reifen, ja. Die Felgen bitte sauber machen. Aufpumpen. Äh, reparieren. Äh, und dann hier bitte in dem, äh, Workshop hier verteilen. Das ist cool auch, see, Teddy, ja. Äh, ich geh dann jetzt gleich schlafen und dann, äh, soll das morgen fertig sein. Das wär super. Brian ist wieder online. Ach, nice, ey. Nice, nice, nice. Äh, ja, ich werd, ich werd jetzt gleich mal gucken, äh, wer von den, äh, Rusty-Mann gleich wieder so online ist. Und dann werd ich euch darüber reden. Uff. Okay. Ähm. Genau. Warte, hab ich irgendwo ne Tür offen gelassen oder so? Das passiert mir auch mal ganz gerne. Hey. Äh, waiting for the Raytrain. Ja. Genau, ähm, so, ich guck mal ganz kurz, äh, wen wir jetzt hier raiden. Also, Brian wurde ja schon gerade eben gesagt. Ist wieder online. Maxim spielt nicht Rust, ne? Ne, Maxim. Obwohl, ich würde auch gerne mal Maxim tatsächlich mal raiden, weil ich würde in meinem Leben nicht mehr dazu kommen wahrscheinlich. Äh, ich guck mal ganz kurz in Rust. Jo, Brian ist schon wieder am Start auf jeden Fall. Der hat aber auch schon echt ganz gut wie, oh. Ist auch nice. Oh, Naira. Burrito ist auch gerade online gegangen. Und los. Äh, wo war er hin? Wo war er hin? Ähm. Lead us to the drops. Okay. Äh, so, the chat will, äh, yeah. Äh, I think the most people just want drops. So, I will rate you to another streamer, äh, who will also have to, äh, have activated drops. Äh, so, just stay there and you will get the drops. Ähm, yeah. Habt ihr Burrito oder für die Brine? Ja. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie weit der Burrito schon ist eigentlich. Äh, oder. Äh, der Burrito ist doch schon am Start, ja. Burrito. Burrito of Doom. Äh, so, if you want to farm the drops, just, äh, stay with the raid. Äh, I will rate you to another channel with Rust Drops on. Äh, and yeah. Äh, thank you for watching as well. Äh, we, I will see you, if you, if you want to, I will see you, äh, tomorrow. Ähm, yeah. Like, today, in eight hours. Okay, äh, just a second. All right, goodbye. Have a great night or a great day. Whatever it is for you. Äh, okay, I need to wait, äh, eight seconds. Five seconds. Äh, that's so embarrassing. Good night. Danke. Okay. Da machen wir auch nochmal raus. Dann würde ich sagen, oi, dieses, hab ich mir gerade spotten. Son, danke für deinen Raid und guten Morgen oder gute Nacht. Ich glaube, wenn du jetzt aufgehst, gehst du schlafen, oder? Vielen Dank, herzlich willkommen, ihr schlaft. Ihr habt einen wunderschönen Stream. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Bob. Ich wollte mich ja so bekannter zu machen. Dein Leben ist furchtbar. Aber außerhalb von Bob bin ich Burrito. Und, äh...